Und somit Willkommen zum Heavy Rain Let's Play. So. Wunderschönes Haus. Und ein Garten. Das Spiel ist gruselig, ist traurig. Also ihr wolltet das, habt es euch gewünscht. Und ich habe das schon sehr, sehr oft gespielt, weil ich es einfach cool finde. Es gibt auch extrem viele Enden. Ihr könnt übrigens die Entscheidung entfällen. Wie Minecraft Musik. Stimmt. So, da haben wir doch etwas liegen. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Alles klar. In der heutigen Zeit gibt es SMS. Dann öffnen wir mal das Türchen. Brody. Süß. So, Leute. Wo kann man denn hier pissen gehen? So, Moment. Dann lebst du einige Jahre zurück. Was? Ach, stimmt. Ich muss jetzt erstmal aufs Klo, oder? Oh Gott, Hilfe. Ich kann nicht laufen. Hilfe. Ich kann nicht laufen. So, Leute. Jetzt wird erstmal geschifft. Okay. Okay. Die sehnen einen Arsch. Rubbel, 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 rubbel. So. Oh mein Gott. An Games und denken, oh Gott, ja. Im Moment noch friedlich. So mag ich das. Ja. Alles noch in bester Ordnung, Leute. Das sieht so 2020 gut aus. Ja, das Spiel ist ja auch schon voll alt, muss man sagen. Wie alt ist Heavy Rain jetzt schon? Das kann ja was werden, Leute. Das kann ja was werden. Zehn Jahre? Fünf, sieben? Ich meine, mit Arsch ist es ein Typ oder ist es ein richtiger Arsch? Das ist eine gute Frage. Ich bin blitzsauber. Zeit nicht anzuziehen. Ich habe mir noch nie gedacht, dass ich blitzsauber bin und mich anziehen muss, um ehrlich zu sein. Diese Gedankengänge habe ich nicht. Knapp zehn Jahre. Wahnsinn. Das ist schon zehn Jahre alt. Das ist doch wirklich sehr erstaunlich, muss ich sagen. Sie pürzt sich an wie ein Roboter, vom Aussehen her wie ein Sims. Stimmt. Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Wer denkt denn so? Hat doch keiner Bock drauf zu arbeiten. Worum es geht, seht ihr gleich, es ist ein sehr trauriges Spiel. Ist vom Ton gut oder soll ich lauter machen? Das ist auf jeden Fall eine geile Wohnung, die wir da haben, muss ich sagen. Geile Bude. Sehr, sehr architektonisch eingerichtet. Sehr stilvoll. Alte Männer, erstmal die Homies einladen. Aber wirklich. Halt. Nein. Habe ich die Spiele schon oft gesehen, aber es ist immer wieder geil. Ja, es gibt so Spiele, die guckt man einfach immer wieder gern an. So. Letzten Draw. Boah, wer macht denn schon so eine gerade Linie? Glaubt ihr, das kann man irgendwann? Das kann man irgendwann. Oh, QuickTime Events. Oh. QuickTime Event. Horrorspiel auf eine gewisse Art und Weise bestimmt. Es kommen wieder diese Tasten, die man drücken muss und so viele Finger hat man gar nicht. Ich finde das wirklich sehr hübsch, was er da macht. So. Nun, Wassertrinken nicht vergessen, das Wichtige. Wichtige Unge lässt grüßen. Stimmt. Ich will den Tisch. Ja, der Tisch muss geil sein. Der Tisch ist schon geil. Weg mit der Scheiße. Sehr schön. Sieht doch schon mal echt noch was aus. Ich will jetzt sehen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Jetzt wollen wir es aber wissen. Mein Stuhl. So zeichnen konnte ich noch nie, aber es ist zu versauen, darin war ich Profi. Ja, ich müsste auch mal wieder mehr zeichnen. Jetzt will ich aber auch, dass es fertig macht. Jetzt mal es aus. Jetzt wollen wir es sehen hier. Oh, es hat er sogar notiert. Sehr schön. Es läuft gut mit den Plänen. Ich sollte bis Montag fertig sein. Das ging ja schnell. Die Musik ist voll entspannt. Ich habe die voll oft gehört, die Musik, was ich hier so toll fand. Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Wer denkt denn schon so? Tolles Wetter heute. Ich könnte heute eine Auszeit mit dem Stream machen. Fertig. Jetzt kann ich entspannt den Tag genießen. Ah! Ah! Hilfe! Ich komme nicht raus. Fertig. So, wie viel Geschenke kriegt das Kind eigentlich? So, ich gucke jetzt mal raus, Leute. Das ist aber echt ein geiles Haus, muss ich sagen. Die Tür. Das öffnet sich ja lustig. Ach ja. Hallo, Törtchen. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Das ist ja wirklich sehr heile Welt hier, muss ich sagen. Immer diese Arschlöcher, die alles davor auffressen müssen, bevor überhaupt was angefangen hat. Dazu gehöre ich. Echt, du bist gut im Zeichnen, wie cool. Ich finde es so cool, wenn man gut zeichnen kann. Wenn die Wachsen noch so kindisch sind, finde ich auch richtig cool. So, saufen wir mal ein bisschen schön aus der Flasche raus, ohne Glas, mit den ganzen Speisereststückchen da drin schwimmen. So mag ich das. Genau, rein damit, rein damit. Alles klar, Clara. Noch einen Kaffee, sehr schön. Erstmal Orangensaft rein spülen, dann Kaffee. So muss das sein. Dann kommt eigentlich meine Olle. So, geiler Shit. Wo bleibt denn meine Frau, verdammt? Was ich nicht alles machen kann. Wo bleibt meine Frau? Bui, bui, bui. Hallo? Oh, ich kann nicht mehr die Tür öffnen, alles klar. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ich könnte doch eine Auszeit im Garten unternehmen. Hallo Maxi, mir geht es gut? Ich hoffe, dir auch. Da ist sie doch. Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Heute ist der große Tag, hm? Bin ich jetzt erwachsen? Zehn Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ich so nicht. Kannst du mal helfen? Ich komme. So. Ach ja. Der perfekte Mann. Das traurige Spiel von eins bis zehn. Zehn. Schon sehr traurig, würde ich sagen. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum wendigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ich bin ganz gut vorangekommen. Nur noch ein paar Details und dann sind wir so weit, dass wir die Pläne den Kunden zeigen können. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, dass Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Nein. Die Desserteller sind im Wohnzimmerschrank. Okay, jetzt wird ich hier noch beobachtet. Alles klar, die perfekte Familie. Das ist ja schon unangenehm, happy alles, oder? Findet ihr nicht? Das ist ja alles... Sieht man, dass er nie Teller rausholen musste, wenn er das nicht weiß. Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Als wäre es so ein Eingeborener, wie er es da hinlegt. So alles so einzeln. Oh, herrlich. Ohne Tischdeckchen oder so. Vier Teller. Wo ist der Rest vom Fest? So, das war jetzt voll die Aufgabe. Und jetzt? Oh Gott! Kann mir jemand die Kugel geben? Oh Gott! Puh, hier erstickt man ja. Ich schnapp im Garten mal frische Luft. Du hast schon genug frische Luft, dir ja. Ich glaube, ich gehe raus und spiele mit den Kindern. That's what he said. So, Kinder. Jetzt ist Schluss. Kommt her, kleinen Affen. Dann legen wir los! Hey, fünf Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen bald. Okay, versprochen, Mama! Wieso essen? Die Freunde kommen doch, da wartet man doch. Ich hasse die Entscheidung. Ihr wisst schon alle, warum ich den nehme. Der Helikopter. Diesen Satz habe ich aber nicht nur bei sowas gehört. Nein, Spaß. Ich bin jetzt dran. Ich will auch mal. Eins ist eh self-angepisst. Genauso ist Helikopterlied. Ich finde, das sind Sätze, die man zu einem Kind nicht sagen sollte. Arme brechen. Ja, Leute, so macht das doch Spaß. Das ist für ein cooler, großer Garten. Wir haben keinen Garten. Meine Eltern haben sich irgendwann entschieden, einfach nur alles mit Beton voll zu klatschen, weil sie zu faul waren. Und unser Garten immer gelb war statt grün. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr genug gespielt. Schluss, jetzt runter da. Runter! Welcher Vater hat keinen Bock, seinen freien Arbeitstag mit der Familie zu verbringen und den Geburtstag der Kinder? Oh je, zwei Menschen ein Gedanke-Hubschrauberlied. Hup, 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 hup. Ich mache den Hubschrauber. Es ist schon echt unfair, dass ich eigentlich das Kind nicht gewinnen lasse, aber ich bin ein schlechter Verlierer bei sowas. Stirb vor dem Kopf abschlagen. Kein Geburtstag heute, Kinder. Schon echt brutal, dass ich meinen Sohn so vermöge. Komm her, das Stück. Voll der Schlechte. Essen ist fertig. Das Gesicht. So viel Botox. Essen ist fertig. Die Augen sind aber hochgedreht. Oh, geht da hin? John! Es gibt Essen! Gehen holen! Entschuldigung. Das ist einfach zu gut. Ich weiß nicht, ob der Blick jetzt sexy sein sollte, oder? Entschuldigung. Oh, witzig. Er ist tot. Er ist tot. Und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean. Es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, Manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch, wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, denn. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Der hat doch vorher noch gelebt. Habe ich so hardcore gekackt, dass der den Sitz umgehauen hat? Jetzt fängt es langsam an. Ich liebe diese Musik. Oh, ich glaube, ich gucke mal eben nach Schule schauen. Passt du auch mit Jason auf? Es wird nicht dann da sein. Ja, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Es ist fertig. Dieses Gesicht kann nur eine Mutter leben. Mann, dieses... Wenn Kinder nicht hören, ne? Jason! 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 Wir laufen irgendwie nur Frauen rum. Fällt mir gerade auf. Typisch Einkaufszentrum. Jason! Jason! Das ist ja auch ein bisschen Until Dawn. Jason! Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen... Bitte Dad, komm! Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool! Das war doch Pilot dafür, dass er einfach weggelaufen ist. Jason! Welchen Ballon möchtest du, Jason? Äh, der rote. Bitte schön! Das macht dann zwei Dollar, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Peinlich, da ist nix drin. Peinlich. Das Kind läuft weg, Mann. Hä? Sag mal. Jason ist weg. Perfekte S-Story. Der Clown war's. möglich, in den Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Jason! Sollen sie doch beide suchen, Mensch. Jason! 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 Findet ihr auch, dass die Stimme ein bisschen leise sind und die Musik laut ist? Oder höre ich das nur so durch die Kopfhörer? Er bekam sein Geld nicht und wurde böse. Jason! 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 Hey, du kleiner Kacker, bleib mal stehen jetzt hier. Echt. Regt mich nicht auf! Jason! 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 Oh fuck, da hinten. Jason! Jason! Jason, mein Gott. hast du mir hier steckt. Jason! Die Leute sind alle gleich, haben alle den gleichen scheiß Pulli sich gekauft, Mann. Jason! Lasst mich hier raus! Lasst mich hier raus! Verpisst euch! Verpisst euch! Jason! 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 Es hat sich alles gechasend. Und ihr Mann eben, ich habe mich auch immer gefragt, warum sie nur nach Jason schreit. Erstens mal ist der Mann noch davor gesprungen und sie juckt so irgendwie gar nicht. Warum ist Jason so dumm? Der Ballon symbolisiert den Tod des Kindes. Ja, schön, schön, schön wahrgenommen. Ja. Ja, schön. Ja, schön, 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 schön. Hallo an alle. Ja, schön, schön. 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 Und das ist zwei Jahre später. Ach, zwei Jahre später schon. Und da haben wir ihn. Ohne Schirm. Alle haben einen Schirm dabei, nur ich nicht. Hey, schon. Hey, Dad. Der hat richtig Bock auf mich. So, mein Kleiner, ich mach's dir jetzt richtig schmackhaft hier. Also, der Vater hat scheinbar überlebt, ja. Hm, ich frage mich, warum das Game Heavy Rain heißt. Muss mich vielleicht erstmal anschnallen, oder? Er hat den Blick von seiner Mutter geerbt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich werde das Spiel auf jeden Fall hochladen. Eigentlich voll unlogisch. Ich meine, der Vater hat sich vor die Karre geschmissen. Das Auto hat rechtzeitig gebremst. Ja, vor allem... Ihn hat's ja getroffen. Vielleicht hat's den Kleinen den Schädel dadurch aufgeschlagen. Ich weiß es nicht, aber... Anschnall wird überbewertet. Auf meinen Zweitkanal verspielt es, nur werd ich's hochladen. Ja, meine Gnudis sagen schon richtig, er hat sich eigentlich vor's Auto geworfen. Aber gut. Jetzt bring ich erstmal meinen Sohn in meine neue Hood. Die ist viel besser als die früher. Jason ist 10 gewesen und musste nicht, dass man guckt, wenn man über die Straße geht. Ja, ich sag ja immer... Neugierde wird immer bestraft. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Wenn Sean Hunger hat, kann er sich selber was machen. Zeit, einen Happen zu essen. Vielleicht hat Sean Hunger. Bitte, Dad. Du stehst vor dem Fernseher. Oh, sorry. Oh, die Zicke! Ich hab den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später an die Hausaufgaben. Okay, alles klar. Die Mutter, die haben sich getrennt. So wie's aussieht. Die Mutter hatte... Dafür braucht man... Das braucht man sich doch nicht aufschreiben, oder? Vier Uhr dreißig gibt's den Snack. Wie viel ist denn jetzt überhaupt? Oh, es ist ja... Es ist ja schon... Vier Uhr dreißig. Wir können uns was zu fressen machen, schnell. Worauf hat er denn Bock überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Die haben sich getrennt. Ist ja oft so, dass wenn Kinder sterben oder vermisst werden, dass sich die Partner trennen. Erstmal schön wieder den Orangensaft aus... Wahrscheinlich hat sie mich... Die hat mich deswegen verlassen, weil ich nicht in der Lage bin, den scheiß Orangensaft nicht aus der Tüte zu saufen. Sondern... Nicht in der Lage bin, mir ein Glas einzuschenken. Ich hasse sowas. Da würde ich mich auch trennen. Trennungsgrund! Das war nicht das Kind, das war die orangen Flasche. Ja, Leute, so schnell kann das heile Leben vorbei sein. Deswegen genießt euer Leben. Hey, kleines Stück. Wo gehst du hin? Der Origami-Killer strikes again. Der Origami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf dem Origami-Killer schließen lässt. Richtig, die Uhr lesen. Warte mal. Ah! Okay, wir haben noch. Aber... Ich frage ihr jetzt mal. Der zweite Sohn, ob der auch noch stirbt? Das werdet ihr in diesem Gameplay sehen. Ja, lass den Abend doch mal nach Hause kommen. So, ich möchte jetzt eigentlich gerne... Snack. Die Lade von ihm hat sich sicher nur darauf gewartet, dass das Kind stirbt, damit sie abhauen kann. Was gibt es denn überhaupt zu fooden hier? Oh Gott, Snacks. Will er vielleicht Chips? Was sind das? Schoki. Schoki ist immer geil. So, jetzt gibt es erstmal einen Snack. So. Hier, bitteschön. Welches Kind liebt keine Müsli-Riegel? So. Ach, wird es? Wo? Wo kann ich Licht anmachen? Meine Mom ist nicht so nett, wenn sie mich anspricht und TV schauen will. Dann heißt es, verpiss dich, Sohn. Dann kann man das Licht anmachen. Hallo, ich kann kein Licht anmachen. Ich bin nicht mehr in der Lage, Licht anzumachen, Leute. Ich bin total unfähig. Damte Scheiße. Oh, persönlich an mich interessiert. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Juckt ihn halt gar nicht. Okay, mein Kind niest. Es ist anscheinend krank. Medizin. Das Kind hat überhaupt keinen Bock auf mich. Klatscht mal. Vielleicht geht das Licht ja an. Diese Wohnung. Dieses Bad. So, lass mal lorgen. Was gibt's denn hier so? Nein, ich die Hände waschen. Ich muss das Kind verarzten. Wer hat denn da den Knotdeckel offen beim Pissen? Verdammt. So, was gibt's denn hier so? So. Kinder, bitte merkt euch. Klodeckel beim Pissen, bitte schließen. Beziehungsweise die Klobrille. Ich hab mich nämlich einmal aufs Klo gesetzt, wo die scheiß Klobrille nicht dran war. Und da war mein ganzer Arsch nass. Das ist nicht lustig, vor allem nicht als Frau. So. Kind. Ich hab hier was für dich. Nimm. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Ach, schon, wie goldig. So, jetzt machen wir meinen Lichtschalter an. Ich kann den jetzt, kann ich den anmachen. Geht doch. So, was gibt's denn jetzt noch? Homework. So, 6 Uhr, Homework, Kind. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt werden Hausaufgaben gemacht. Wir sind eh schon in der Zeit hinterher. Hausaufgaben. Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. So. Ding Dong. Ich stehe vor der Tür, ich bin der Killer. So, Kind. Das ist nur Botox von der Mutter. Keine Medizin. Nein. So, jetzt werden Hausaufgaben gemacht. Wenn es nicht stimmt, gibt es eine Schelle. So. Kann ich ihm jetzt helfen, aussehen anzuschauen, den Psychopath? Oh, die Hilfe. Ja, und jetzt? Kann ich nicht irgendwie aufstehen und ihn fragen, ob ich ihm helfen kann, anstatt ihn die ganze Zeit nur anzublotzen? Nee. Wir müssen tatsächlich hinsetzen. Okay. Eine Schelle mit der Suppenkelle. Ja, der Junge hat echt keinen Bock auf mich. Ist er jetzt fertig? Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Ich habe dir jetzt voll geholfen. Wie schnell gingen denn die Hausaufgaben? Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Kannst du die Rollos runter machen wegen dem Killer? Ich glaube nicht. Gute Frage. Jetzt gibt es Fressen. Wie viele Uhren? Eins, zwei, in jedem Winkel eine. So. Jetzt wird gefoodert. Er könnte ihm auch mit dem Buch verhauen, wenn es nicht stimmt. Das ist einfach brutal. So. Los geht's. So. So. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Möchtest du denn Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Sogar das Kind hat sie gevotoxet. Oh ja, ich habe großen Hunger. Maulsperre. Was gibt es denn hier eigentlich zu fooden für das Kind? Gucken wir mal. Pizza, Pasta. Ich würde sagen, Pizza hat jedes Kind Bock drauf. Schöne Mikrowelle. Vorwildsvater. Heavy Botox. Slicing die Pizza. Sag bloß, du gibst dir nur ein Stück. Kein Wunder, dass deine Frau sich von dir getrennt hat, Mann. Ich hasse es, wenn man irgendwo Abend isst und es wird extra so pingelig. Drei Kartoffeln abgezählt, ein kleines Fleischstück, drei Spargel, anstatt dass man einfach richtig viel kocht, damit jeder seine Ranzen füllen kann. Genauso ist das hier. Was will ich mit einer Pizza? Ey, wenn ich das Kind wäre, würde ich durchdrehen, der freut sich auch noch und hat gerade die Messer und alles gespawnt. Kann ich nicht auch einfach mitessen oder muss ich ihn jetzt wieder beobachten? Es geht nichts Schlimmeres, als wenn du isst und Leute beobachten dich währenddessen die ganze Zeit. Irgendwie ist er ja arm. Es ist ja schon arm gemacht. Ist ja schon traurig. Hört mal vor, die Pizza kommt knusprig gebacken und geschnitten aus dem Kühlschrank. Delicious. Wunderbarst. So, sehr gut. Moment. So, Moment. Hab's gleich. So. So, Lalehle. Weiter geht's. Braucht er noch irgendwas? Du bist ja jetzt fertig. Spielen. Reden. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Ich hasse dich. Bitte, Dad. Versperrst du mir die Sicht? Wo ist denn? Wann muss der schlafen? Acht, muss der ins Bett. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein! Du bist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Fude morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Tut schon weh, wenn dein Kind zu Tisaki aus dem Weg geht. Ja, ist schon echt voll die kalte Beziehung irgendwie auf einmal. Aber klar, wenn man überlegt, da wird er ja auch drunter leidet auch gesehen, wie sein Bruder befahren worden ist. So, an der Tür bitte. Okay, ich gucke gleich. Für mich wird es auch langsam. Geht ruhig alle schlafen, weil die schlafen müssen. So. An die Tür sagt er, soll ich gehen? Wirkt irgendwie so aus, werden wir beobachtet, muss ich sagen. Das ist ein Teletubby, Leute. Genau. Genau, das heißt Heavy Rain, weil es halt viel regnet und es hat aber auch noch eine tiefgründigere Bedeutung. hat schon die Zähne geputzt. Ob der die Zähne geputzt hat? Danke, Dad. Oh, schon süß. Gute Nacht, John. Nacht. Kriegt er keine Decke? Ja. Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad? Was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Du bist ja lieb. No. Du bist ja lieb. 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 So, Stempel drauf. Tür zu. Oh Gott, bin ich erschrocken. Dankeschön, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für deinen Haus. Du bist ja verrückt. Vielen, vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. Ich hoffe, dir geht es gut und du kannst ein bisschen mehr schlafen. Jetzt haben wir uns alle erschrocken. Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Und hallo an alle Tinkas. Und hallo an alle Tinkas. Na, Kreislaufprobleme? The Forest 2 auf jeden Fall. Ich darf gerne auch mal die liebe Tinker Leo abchecken. Auch eine ganz liebe streamt, auch eigentlich sehr regelmäßig, macht dort coole Streams. Ich habe gerade Szenen, spielt Sea of Thieves, GTA, auf jeden Fall Liebe da lassen. Hallo, Saasen. Dienstag, 6 Uhr, 6,91 Millimeter Regenstand. Oh, raus geht's hier. Das letzte was habe ich schon siebenmal durchgespielt, die spielen wir aber auch nochmal durch, damit ich es auf den Zweitkanal hochladen kann. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Für 5 Dollar. Der ist aber leicht bestechlich, du. Ich hätte die Pizza essen sollen, ja verdammt. Ein Stück Pizza hat der gegessen. Das arme Kind. So, da hinten ist auch die Olle. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Hm, yummy. The Nightmares 2 müsste eigentlich dieses Jahr rauskommen. Leg das Geld auf den Tisch, du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Wenn es klingelt, wie unromantisch. So, dann zeig mal, was du hast. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Kopf. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Ich hab doch für 10 Minuten bezahlt, oder? Alles, was ich will, ist, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Sie wollen mich dafür bezahlen, dass ich von meinem Sohn erzähle? Sie können meinen Körper kaufen, aber mein Sohn ist unverkäuflich. Raus hier! Verpissen Sie sich! Scheiße! Scheiße, ich hab verkackt. Kann ich mein Geld wieder mitnehmen? Kann ich mein Geld wieder mitnehmen? Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendein etwas, rufen Sie an. Das war das kürzeste Gespräch, was man überhaupt mit jemandem haben kann. Ich hab richtig verkackt. Egal. Kein Happy End für uns, Leute. Ihr müsst jetzt durch. Not today. Asthmaanfall. Oh, Straß mit dem Ex. Wie schlecht. Was rätst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Der geht's weh mal, klar. Verpiss dich, Penner! Kurzer Prozess. Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Der nimmt meine Zeit weg, Leute. Ich hab eigentlich für 15 Minuten bezahlt. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Ich mach dich fertig! Ich mach dich mit meinen Quick-Times-Event richtig fertig! Ich bin sowas von überlegen. Und mehr, du Affe! So, jetzt mach dich richtig platt hier. Gibt's richtig aufs Maul. Hilfe! Will mich flachlegen! Ich doch nicht! Das kostet 100 Dollar die Stunde, Mann! Nein! Dann will ich mich befruchten! Ja, schön ins Gesicht. Ja, Mann! Sehr gut! Lass mich jetzt... Wie viel Quick-Times-Event muss ich noch richtig machen? So, schön alles schrotten bei der. Jetzt geht's ab hier. Jetzt wird's bösartig. Jetzt wird's bösartig. Wie viel muss denn noch passieren? Jetzt reicht's langsam mal! Verdammt! Ja, jetzt ist doch langsam mal Schluss. Ey, danach will ich aber echt ein Happy End haben, ne? Also, was ich hier leiste... Ja, jetzt ist endlich mal Ruhe hier im Puff. Renn weg! Wir sehen uns noch. Nee. Huch! Ho, 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 ho! Seh ich so aus? Besser als ihm. Wie ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig. Da hab ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Genau, Tür eingetreten geht trotzdem noch. Ja. Danke. Oh. 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 Ja, ich hab's geschafft. Schnurrers Kampfgeform mit der Dorin würde ich feiern. Erinnerungen drücken, halte sie die angezeigten Tasten gleichzeitig, bis die Symboli verschwinden. Ich find er, also der Detektiv, ähm, beziehungsweise der jetzt hier, der Polizist, und der, ähm, Ethan, die sehen einfach viel zu ähnlich. Ich komm da immer durcheinander. Also, das ist jetzt nicht der Vater von dem, der seinen Sohn verloren hat, by the way. Dienstag, 8 Uhr 5, 17,27 Millimeter Regenstand. Nee, nee, die Frau war nicht die Mutter. Nee, nee, die Frau war nicht die Mutter. Und der Nächste, der Drugs-Probleme hat. Nee, nee, das war sie nicht, Leute. Das war eine andere. So, Leute, der erste Tatort. So, weiter geht's. Einfach so, in Photoshop gemacht und ausgedruckt, so sieht's aus. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich hab ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. So. Niemals Drogen nehmen. Miep, miep, ihr Süßes. Oh, das Mildbrötchen süß. Süß, Mildbrötchen süß. So, Leute, lasst uns Spuren suchen. Denn ich habe die neueste Sonnenbrille. Video Memo 1, Agent 47023, Norman Jane, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Okay. Ich glaube, ich glaube, ich soll die Brille doch anziehen. Wie Neo aus, ja, Neo aus Matrix. Okay, das lassen wir hier ein bisschen rumlatschen. So, was kann ich hier jetzt überhaupt tolles machen? Genau, hier können wir Hinweise finden. Hier hat doch gerade irgendwas gefloppt. Hinweise finden, um quasi den Mörder zu finden. Hier haben wir schon was. Ohne direkten Bezug zu ermitteln. Alles klar. So, ich kann jetzt alles absuchen. Nein. Ich will auch so eine Brille. Geno ist es nicht eine riesen Ironie, in Australien zu sein, Heavy Rain zu spielen? Doch. Vor allem, wir hatten ja sogar Heavy Rain jetzt die letzten Tage. Also, das Spiel ist schon ganz cool. Das ist super geil. Das wird noch richtig cool. Also, das ist noch der Anfang. Es hat noch nicht mal angefangen, um ehrlich zu sein. Ja, was soll ich sagen? Ähm, es kam jetzt auch eine riesen Sand, also ein riesen Sandsturm kam jetzt auch noch auf alle zu in Australien. Also, es wird echt noch lustig. Schlimme Gewitter. Alles gut. Ich glaube, ich spiele es heute nicht durch. Es geht schon so sechs bis acht Stunden. Aber wahrscheinlich spielen wir es morgen durch oder so. Also, es kommt auf jeden Fall die Woche auf den Haupt-, auf den Drittkanal, äh, Zweitkanal. Ich guck mal, ob ich hier noch alles was finde. Ah, da ist doch was. Warum nicht? Achso, da kann er nicht lang. Ja. Okay. Es ist eigentlich noch hart mit dem Waldbrennen. Ja, also es wird jetzt gerade nur nicht viel berichtet, aber es ist schon noch krass. Also, man darf es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Nur weil gerade nicht so viel darüber berichtet wird, also es ist schon echt noch ein Problem, muss ich nur sagen. Habe ich das schon untersucht? Ich glaube schon, ja. Das habe ich auch schon untersucht. Aber das ist da oben nicht. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Schau mal, da geht's hoch. Ach komm, jetzt mit deiner coolen Brille, jetzt mach dich mal nicht lächerlich hier. Bitte, ich will nicht halten. Ich hasse das. Nein. Ja. Sehr gut. Komm schon, nicht so erbärmlich, du schaffst es. So, der übelst coole Gangster schlägt sich da den Berg so erbärmlich hoch. Den Spielton noch lauter. Ich finde irgendwie, hört man die Stimmen nicht so laut, kann das sein. Hier war noch was. Ist doch eh schon nass, also darauf kommt es jetzt doch nicht an, oder? Warte mal, das finde ich auch komisch, dass die Musik so laut ist. Jetzt hörst du ja auch Audio-Stimmen. Ach, das kann man hier echt runterstellen. Schaut mal an. Das ist ja doof, dass wir das jetzt überhaupt anbieten. Das müsste doch eigentlich angepasst sein, oder nicht? So. Jetzt müsste es besser sein. Okay, das heißt, er ist hier abgehauen im Mörder. Bei mir ist es jetzt neun Uhr morgens. Neun Uhr morgens, neun, neun Uhr morgens. Okay, jetzt haben wir die ganzen Hinweise, jetzt gehen wir mal runter zur Leiche. Das hat jetzt keiner gesehen. Oh, wie peinlich. Das sieht jetzt halt auch jeder, ne? Richtig unangenehm. Peinlich. So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay. Da ist noch was. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab. Aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Hm. So, wo ist denn die Leiche? Da ist sie doch. Ist das jetzt besser vom Ton? Hey, Sie da. Was machen Sie? Lieutenant Blake, Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll fünf Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Raufhahn, Lieutenant. Und, kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um sechs gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als sechs Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant. Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Ist das jetzt besser? Warte, ich mache nochmal kurz die... ...Audio-Effekte runter. Jetzt müsste es doch besser sein, oder? Hören Sie, Sie sind wohl beschäftigt. Kann ich mich trotzdem ein bisschen umsehen? ...Aber klar doch. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Hallo, Cruise Girl. Gesundheit. Ich kann mal meine Brille anziehen. Pinkelt der da hinten hin? Ah, da ist noch was. AI-Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. So, wo ist es jetzt genau? Jetzt gucken wir uns mal die Lache an. AI-Eintrag. Das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit fünf Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Sein Gesicht ist voller Schlamm. Wie bei den anderen Opfern. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Hm, okay. Ich glaube, ich habe alles. Hallo, Fleur. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Okay, dann lass mal gehen. Ich fahre jetzt. Ich sehe sie dann im Revier. Okay. Bis später. So. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt. Ich will jetzt Feierabend haben. Oh ja, die ersten beiden Stunden Sport ist, glaube ich, dass sich das fertig macht. Das glaubt. Das glöbig. So, dreckig ins Auge rein. Bei dem Regen wird der ein bisschen kalt. Ja, es sieht auch schon richtig kalt und ungemütlich aus. Gleich mal in die Walle. Immer. Nein. Ich wollte doch den Gurt anlegen, Mann. Nein. Nein. So. Äh, anschnallen. Der Herr, bitte. Hallo. Kerle. Hallo, Kami. Grüße dich. Hallo. Kein gutes Vorbild, Leute. Er ist nicht angeschnallt. Ich möchte, dass ich daran kein Beispiel nehmen, bitte. Der ist irgendwie hübsch. Und was sie ist. Das ist Heavy Rain. Wie lange ist es so ungefähr noch, damit ich weiß, ob ich noch zu Ende schauen kann oder pennen gehe. Also das Spiel dauert schon sechs Stunden. Ich werde heute auch nicht durchspielen. Ich werde morgen wahrscheinlich durchspielen. Sie haben einen Bonus. Bonus. Dienstag, 13 Uhr, 19.43 Uhr. Fledermaus. Wolf. Ein Wolfskopf. Ein Krebs. Tod. Tod. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Zum Unfall. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld herangeben, Eason. Wie geht es Sean? Er ist ein sehr einzigängerischer Junge, wissen Sie? Sie ist auf sich bezogen. Er steht seiner Mutter sehr nahe. Bei mir ist das anders. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Eason? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß dann nicht, ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen sechs Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Eason. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. No. Sechs Monate Koma, ich schlimm war, ist ja fast schon eine Zeitreise. Ja, vor allem. Das Leben zieht ja so an einem vorbei und die Leute, die du liebst, weißt dann gar nicht, wo die sind und das wäre ganz schlimm. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Du hast die schönen Augen deiner Mutter. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Wie war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Es tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Jetzt habe ich ihn auch zu spät die Schule geschickt. Willst du was essen? Mann, ist das anstrengend. Beim Wachkummer, man liegt einfach sechs Monate Regen, muss auf dem Bett und bekommt alles mit. Das muss so schlimm sein. Das muss so schlimm sein. Es wird so witzig, wenn ich dem gegen den Schädel schlage und dann das zweite Kind tot. Noch ein bisschen Teige. Und nochmal. Damit man auch nochmal sieht, dass ich es auch kann, dass es kein Glück war. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann dürfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Schlaf gut, Joe. Schön, dass du da warst. Diese Gezwungelfahrt ist so eine Beziehung, richtig unangenehm. Ja, das ist echt richtig unangenehm. Das ist wie wenn du so ein Zuheld, so ein Freier bist, der irgendwie eine Junge bezahlt hat, die rumkriegen will. Na, wie ist das Wetter heute so? So, und schon hat er keinen Bock mehr, der kleine Kacker. Echt, der ist voll anstrengend. Ich finde etwas anderes für uns beide. Hier, die dumme Wippe. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Das ist echt die gezwungene Vater-Sohn-Beziehung. Hab Spaß jetzt! Hab endlich Spaß! So. Komm, Dad, lass mich fliegen! Formt. Es knallt das Kind vor mit dem Kopf auf das Ding drauf und weg ist es. Das zweite Kind ist weg. Oh, mein Vater mal so nett wäre. Aber weißt du, dann kannst du das Elternteil später besser machen. Mein Papa hatte früher auch eine ganz schlimme Kindheit und ich muss sagen, für mich ist mein Papa der beste Papa der Welt, weil er hat uns die schönste Kindheit zusammen mit meiner Mutter gegeben. Also, man kann es immer besser machen als die eigenen Eltern. Mir geht's gut, Muskehörner, dir. Ich kann keine Sympathie gegenüber dem Jungen entwickeln. Der ist so meh. Süß. So, jetzt komm ich mit dem kleinen Motorrad und steck den Reifen drunter, mach aufs Gas und mein Sohn geht aufs Karussell. Das fand ich eine geile Idee. Kinderbeziehungen lernen mit Gnulli. Kinder quälen mit Gnulli. So, Kind. Jetzt wird gekotzt. So schnell wie du kannst. Hallo, grüß Katana. Schneller. Schneller. Na los. Schneller, schneller. So, alles los jetzt. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich weiß, warum der Ethan Maas mir unsympathisch ist. Der sieht manchmal ein bisschen aus wie der Wendler. Weil ich jetzt nur noch auf Twitch streamen komme. Jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Wenn das zweite Kind auch einen Löffel abgibt, ist das schon eine interessante Story-Entwicklung. Hallo, Jakob. Ja, wartet mal ab. Also, ich glaube, man kann ja... Hey, das war nicht mein Kind da hinten. Okay. Ist doch gut, wenn es regnet. Dann gehen alle. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Hey, Brandon. Sieht ganz auf Regen aus. Kann es sein, dass der Vater der Killer ist, die Gnudis fangen an zu kombinieren und haben schon ihre ersten Verdächtigen gefunden. Aber der Wendler... Findet ihr nicht, dass der Mann mal aussieht wie der Wendler? Hey, Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Nein. Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hole die Karte. Ich habe Heavy Rain schon achtmal durchgespült, um ehrlich zu sein. Einmal. Ein Dollar. Einmal. Voll günstig. So, ich habe für dich bezahlt. Wo ist er denn? Schauen Sie glücklich aus. Ich wünschte, ich könnte ihn häufiger so sehen. Ach, er hat sich schon drauf gesetzt. Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Jetzt hab ich geträumt. Steve? Wer ist denn Steve? Sean! 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 Hat das zweite Kind verloren. Sean! 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 Das ist scharf. Shaun of the Dead. Worum geht's da? Um was ganz Tolles. Deswegen bleibt dran. Jetzt wird euch gefallen. Okay, genug. Viel Grüße von meiner Tochter Leonie. Sie hat dich auf der Gamescom getroffen. Verlinkt dich fleißig bei Insta. Du hast Bild geliked davon und seitdem ist sie immer hin und weg. Ach, das ist ja süß. Ganz, ganz liebe Grüße an sie und auch an dich. Dankeschön. Du ist ja goldig. So Leute, lasst ein bisschen virtuell Pikpok spielen. Da haben wir Bock drauf. Ich bleibe noch wach. Französisch verschlafen nehme ich in Kauf. Nein, nicht Französisch verschlafen. Das neuzeitige Pingpok. In Australien bei uns hat es geregnet, ja. Hat es. Aber in vielen Teilen noch nicht. Also wenn man mal auf die Karte in Australien schaut, sieht man, dass am Rand alles grün ist und der Rest ist einfach nur Wüste. Und da regnet es halt generell nicht. Da brennt es auch nicht. Was kann ich dir jetzt noch machen? Einfach nur rumspielen. Ich möchte nicht mehr spielen. Ich möchte nicht mehr spielen. Ich möchte jetzt meinen Haxen hochheben. So sitze ich übrigens auch gern da. Ja. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. So unterhält man sich heutzutage. Oh Gott. So unterhält man sich heutzutage. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Oh Gott. Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killerfall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Nein, verdammt. Die Presse winnt davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Oh, das darf man nicht loslassen. Leute, ich muss Krawatte binden. Das ist sehr ernst. Die Presse geht mich nichts an. Nein. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Boah, grad fertig geworden. Nicht schlecht. Puh. Emotes. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Tolle Begrüßung. Emotes kann ich bald einstellen. Der Reiter, wo ich Emotes einstellen kann, ist gerade noch bei mir beim Bearbeiten. Hallo, Quinn. Grüße dich. Wie gesagt, wenn ihr schlafen gehen müsst, dann geht ins Bettchen. So, was geht denn jetzt eigentlich ab? Ich glaube, ich brauche einen guten Kaffee. Ja, Kaffee ist immer gut. Wo gibt's denn? Harry hält gerade die Pressekonferenz. Könnte interessant sein, reinzuschauen. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenant. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Gibt's Zuschlag für Nachtschichten? Nein. Nee, Leike, du kannst pennen gehen. Das ist ja voll ruhig heute, also. Agent Jayden, kommen Sie? Ja, schreib mir die an. Wow, was für ein Büro, ey. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erst mal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Oh. 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 Okay, Zeit zu arbeiten. Hm. Zeit zu arbeiten, hätte ich ja voll Bock in so einem hässlichen Büro. Das Spiel ist einfach der Hammer, finde ich auch. Äh, warum so spät? Ich hatte irgendwie Lust. So. Kaffee gibt's nur für mich. So, okay. Ich finde, wir schauen uns mal alle an. So kann man als das Büro aussehen. Geil. Geiles Büro. Da könnte ich auch arbeiten. Aber. Ich bin voll der Fan von Winter. Äh, und von Herbst. Deswegen machen wir gleich mal Herbst. Ist auch geil. Geil. Leute, geil. Einfach nur Geul. Au. So. Und dann machen wir nochmal weiter. Nein! Was machst du? Ich will die Umgebung wechseln. Ich will euch das doch zeigen. Na, geil. Lass wir's halt. So. Machen wir Analyse. Hello Luna. Warum er nur einen Handschuh an hat? Weil er cool ist. Das war's. Mir gibt's nicht zu. Ich weiß nicht. Ich find die Brille irgendwie so bescheuert. Also wenn VR in einem Jahr so aussieht, wäre er hier nie wieder rausgehen. Ja. Aber echt. Oder Hinweise. Hm. Aber echt. Ich hoffe, das macht er schon selber, oder? Zu wenig hab ich erst gefunden. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Hm. Viel Spaß beim Suchen, würde ich sagen. Morning, Scoutie! Hm. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Äh. Karte. Wie er es runterzieht, ist lustig. Akten. So muss das sein. So. Dann würde ich sagen, äh, öffnen. Acht Opfer in den letzten drei Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen neun und dreizehn. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkte irgendwas. Erst mal Kontrolle wegwerfen. Die Leidenschaften nach drei bis fünf Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Hm. Okay. Öffnen! Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand. Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als sechs Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Hm. Hm. Oh, jetzt gibt's ein Cappuccino. Hallo Betongmar, grüße dich. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt gucken wir nochmal in der Geoanalyse, ob da irgendwas ist. Ja. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Hm. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Ja, die habe ich schon angeschaut. Entferne. So gefährlich wirkt nun Mami. Ja, also ich will halt nicht irgendwie in eine unangenehme Situation kommen. Man weiß es ja nicht. Steht. Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Stimmt, da hat er irgendwas. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. What the fuck? Alle Styrex, mir geht's gut. Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Kerle. Büro verlassen. Trip, Kross, Tier, Tip. Wer weiß, wer da unten rumrennt. Ja, also ich hab hier schon ein paar komische Erfahrungen gemacht. Deswegen hab ich da jetzt eigentlich nicht so Lust drauf. Ach, Trip. Lol. Modsabtrenden. Oh, da ist wieder der Ethan. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... 16.15 Uhr. Ja, genau. Ich bin sicher, ich hab auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam. Hallo, Kappel. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Oh, scheiße. Die Jacke war doch braun, oder? Nee, die war grün. Im Grün. Und deine Hose. Die Hose war doch... Beige. In beige. Keine Ahnung. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merken? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Keine Spaziergang. Keine Erinnerung. Beim Karussell geblieben. Ja, klar. Ich... Ich war nicht weg. Ich hab dem Karussell nicht zugegeben. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich... hab keine Ahnung. Ich versteh's einfach nicht. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Panik, gewartet, gesucht. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Maas? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay. Das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben... Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch vier Tage, um Ihn Leben zu finden. Das sagt doch kein Polizist, oder? Also kein Detektiv, oder? Das ist ja voll brutal. Glückwunsch zur Partnerschaft. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich bin auch happy. Och, da ist ja seine Frau. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man doch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt! Ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ja, sie hat ja recht. Stell mal vor, du gibst deinen Mann irgendwie. Das erste Kind wird verloren, weil er darauf aufpassen soll. Und das zweite verschwindet. Da hast du ja gar nichts mehr. Ich vermisse ihn. Ja, das stimmt, Salman. Salami. Schönen guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen Zehnjährigen. Wie ihren Reza. Woher weiß er das? Hören Sie, ich habe genau vier Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas. Für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Hört ihr den Wind? Ich hab nochmal. Voll der saubere Laden. Hinten rechts, hat er gesagt. Aschma! Hallo, Head. Grüßt euch. Das sieht ja voll lieb aus. Die Stimme. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Oh Gott, ich werde zu verkacken, Leute. Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine scheiß Kugel zwischen deine scheiß Augen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht... Halt, nein, ich will da nicht langlaufen, Herr Fett. Das gehört es mir. Ha, doch. Kann ich gleich die Baby anschlügt? Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Ich lege dich sonst um! Ich gehe jetzt! Das kann ich... Oh Gott! Oh Gott! Ich hätte es gehen sollen, Leute. Oder hätte ich das erst mal mitnehmen sollen noch. Gott, Scheiße. Das war's. Das ging ja schnell. Hallo, Grizzly. Grüß dich alle. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne sie hier passiert wäre. Aber echt Noobs. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Dankeschön an Laiky für die Cheers. Vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. Jetzt hör auf. Eine Schuhschachtel. Size Color Black. Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hatte es geholfen, Reza zu retten. Schuhröse 41. Interessant. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Leute, achtet auf den Karton. Habt ihr auf den Karton geachtet? Ja? Habt ihr auf den Karton geachtet? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. No. So, wir werden es mal die Polizei rufen, bevor der Anf aufwacht und dir was antut. Bin zurück von Twitter, bin am Ausflippen. Was ist los? Oh Gott, hast du dich mit jemandem gestritten? Oh, Erinnerung. Da haben wir doch eine Lady. She's a lady. Hallo, Sesemels. Torti, dein Twixi. Das nimmt dir doch keiner weg. Pizza-Schachtel? Nee, ist ein Tisch gewesen. Ah! 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 Dann geh doch ins Bett und schlaf, Mensch! Könnt gar nicht da pennen, da ist viel zu hell drin. No, Royal, das ist ja lieb. Wünschen wir dir auch. Danke, das ist Chiyon. Hat sich leicht flach abgehört. Oh, hör auf zu gehen! So, was gibt's hier so Feines? Also, ich könnte hier nicht pennen. Und vor allem nicht, wenn ich so eine Stufe in der Bude hätte, würde ich immer drüberfallen. Sieht zwar cool aus, aber es ist echt verdammt hell. Und sie hat nichts zum Kochen, sehe ich gerade. Das heißt, sie scheint nicht oft daheim zu sein. Dann wappen wir auf unseren Kaffee. Hallo, Mandy! Wer geht hier? Die geht! Wegen der bin ich müde. Alle am Schlafen. Hallo, Play! So, jetzt zaufe mal schön deinen Kaffee, damit du noch besser schlafen kannst. Hallo, Nevi! Hallo, Nevi! Oh, die Gere ist echt artig. Können wir aufhören, über Gamezureen? Ups, ich habe mich gerade... Ich muss mein Training noch umstellen. Ich wollte... Ich will heute Abend noch mal ins Training. Zum Glück erinnert er mich. Ich wollte um 18.30 Uhr gehen. Sich schnell abmelden hier. So, dann gehe ich jetzt heute um 18.30 Uhr. Das ist voll cool. Da kannst du einfach deinen Kurs buchen und da wissen, wie du kommst. So. Kurs buchen, Termine hinzufügen und dann erinnern die dich dran. Voll gut. So. Wer hat jetzt wieder alles gegähnt? Ich glaube, da ist jemand in unserer Wohnung. Schlaf schön, Mandy! Hallo, Nebina! Hallo, Nebina! Hallo, Monster! Leute, wer mich irgendetwas hostet oder raided, müsst ihr es mir sagen, weil irgendwie funktionieren meine Alerts und alles gar nicht. Ist eigentlich schon eine coole Wohnung. Aber ich hatte irgendwie voll Angst, mit dem Rücken zum kompletten Rauminhalt zu schlafen. Oh, Mandy, danke für deinen Raid. Vielen, vielen, vielen Dank. Das habe ich nicht gesehen. Dankeschön! Danke, danke, meine Liebe! Ich habe das Spiel schon achtmal gespielt. Und wenn man ganz genau achtet auf das Spiel, dann weiß man im ersten Viertel schon, wer der Killer ist. Es gibt einen Hinweis. Ich habe es einmal mit einer Person durchgespielt. Die hat es sofort gerafft und wusste sofort, wer der Killer ist. Ich bin mal gespannt, ob ihr es auch bemerkt. Ich sage euch dann, wenn es soweit ist. Sehr, sehr lustig. Also ich sage euch, wenn der Hinweis nochmal erscheint, da hättet ihr aber schon... Es ist schon vorbei. Ihr hättet es schon sehen müssen. Finde ich sehr interessant. Also irgendwie ist es voll eklig, wie ihr mich hier voll beobachtet. War schon eine coole Wohnung, muss ich sagen. Coole Bude. Nach so vielen Monaten noch auf Twitch und du bist um fast so 2 Uhr abends gerettet. Oh, süß. Ja, bei mir ist es jetzt ja erst 11 Uhr morgens. Ich finde es alles so ein bisschen, also für mich war das so unpersönlich eingerichtet. Also so ein riesen... Es sind halt so Spielereien, so ein riesen Waschbecken. Braucht doch keine Sau. Nein, ich habe so ein Gründabzeichen bekommen. Oh, oh, da war jemand, Leute. Ja, da würde ich sofort rausgehen. Mir geht's gut, Da Vinci. Und ihr? Ich würde... Oh Gott, ich würde sofort abhauen. Vor allem die Wohnung ist doch so offen, da musste man den doch sehen. Oder nicht? Ich würde sofort abhauen. Auf da so hinzugeiern. Sofort würde ich rausgehen. Sie geht nicht mehr raus, ich würde sofort abhauen. Verstehe nicht, warum. So, Wandi, was machst du denn, Karibik? Erzähl. No, wir geben nur zurück, was du uns immer gibst. Dankeschön, Torte. Ihr seid ja voll süß. Ich richte euch Dienstag alles ein. Da gibt's auch Emotes und alles und die ganzen Alerts. Da wird der Stream hübsch. Okay, ist ja gar nichts. Echt? Wo will der bitte schön sein? Kann der eigentlich gar nicht sein. Aber es ist schon eine coole Bude. Also muss ich schon sagen. Nee, ich kann nichts machen. Ich kann Samstag gar nicht streamen, weil ich in Sydney bin für Bethesda. Doch, doch, ich hab probiert, durch die Tür zu gehen. Das geht aber nicht. Lucky. Oh, oh. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Ja, der hat... Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Der hat dich doch schon längst gesehen. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Wir nehmen auch immer die Tür. Oh, oh. Scheiße. Hilfe! Lauf, Mädchen, lauf! Ja! Oh ja, noch einer! Scheiße, keine Chance. Kannst vergessen. Oh, shit. Oh nein. Oh nein! Au! Hilfe! Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Lass mich doch in Ruhe! Hilfe! Aus dem Fenster rausspringen. Ich mach dich fertig, du Arsch. Warum hilft der andere nicht? Der guckt einfach nur zu. Genau, schön ins Ohr beißen. Weg mit dir. Genau, nimm die Lampe. Lauf doch raus. Ah, ah! Wow, ich hab's geschafft. Bett-Time. Nicht mit mir! Nicht in meinem Bett! Wenn, dann hier auf den Boden! Lauf doch rein! Nein! Lass mich! Pass mir nicht an! Boah, jetzt reicht's. Boah. So, jetzt. Oh mein Gott. Ey, ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich die wirklich besiege, ne? Kann das sein? Wie sie sich einfach da nicht mehr gewehrt hat, jetzt. Gibt ihr noch keine Tipps? Sieht nach der versuchten Vergewaltigung aus, wollte ich mir und soll nicht mehr Sorgen machen. Hallo, Matthias. Ich liege noch das erste Mal nach zehn Jahren in Urlaub. Hast du vorhin ja schon vorgelesen. Hab nur totale Flugangst. Heeeh. Hallo, ein Quattro. Sieben Abos. Sieben Abos. Wow. Dankeschön, Leute. Süß. Dankeschön. Gut gemacht. Emojis werden an Supporter ausgeliefert. Als die Eltern vom Kirchgang, die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Danke auch an Sase-Maus für die 200 Bits und an Noopsi für die 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Okay, das sagt mir irgendwie nichts. Gebe dir ein Abomorgen. Dankeschön. Alles gut. Gut, ich habe ja noch nichts eingestellt. Ich habe es gerade eben vorhin erst bekommen. Dann gibt es Emotes und tolle Dinge für euch. Dankeschön. Was ist das? Das ist irgendein Hinweis, wo ich wahrscheinlich... Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Bei all den Jahren. Ja, aber echt. Schlaf gut, Cut Cupcake. Vielen, vielen Dank. Und träume süß. Dankeschön. Ich habe eben über 700 den Fuchs-Bauteil-Potter nachgebaut und habe... Boah, krass. Sieben Stunden. Ja, da musst du jetzt ins Bettchen. Ananas. Dankeschön. 100. Ananas-Hut. So, kann ich jetzt hier abhauen? Wahrscheinlich, weil die alle drüber vorne dran stehen. Habt ihr ja gesehen an meinem Haus. Gute Nacht, Ananas. Also bei Sims. Das ist sehr cool. Sims spielen wir jetzt übrigens auch bei mir. Ach, hier kann ich gar nicht rüber, oder? Doch, da kann ich lang. Immer schön abhauen, Leute. Wir werden es schaffen. Also, ich bin jetzt gespannt. Bald kommt der Hinweis, wer der Killer ist. Ob ihr da... Salazar, Hallee! Ob ihr da aufmerksam wart oder nicht. Was passiert, wenn ich da jetzt hingehe? Ach, kann ich gar nicht. Okay, da hatten sie keinen Bock. Kann ich in mein Auto gehen? Oh Gott, Leute. Da, wo die davor stehen, ist meine Wohnung. Und die sehen nicht, wie ich hier in mein Auto reinsteige und wegfahre. Geil. Schlaf schön, Upsi. Dankeschön für deinen Support. Wisst ihr, das sehen die nicht. Das ist Swag. Gute Nacht an alle, die träumen gehen. Schlaf schön. Schlaf die Goodie mit eurem Goodie. Das ist er, Leute. Oh, jetzt kommt ich wieder Menschenmengen. Bekommen wieder Panik. Ich muss jetzt so mit dem Durchgehen, oh Gott. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Rass dich zusammen, Kerle! Komm jetzt. Rass dich zusammen. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Komm schon, Kerle. Jetzt reiß dich mal im Riemen. Die laufen doch alle total natürlich. Da hätte ich auch gar keine Angst. Okay. Oh nein. Oh nein. Hilfe. Nein, 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 nein. Beruhig dich. Nein! Alles gut, Kerle. Jetzt beruhigst du dich mal, ja? Jetzt mal bitte buddere beide Fische hier. Wir schaffen das. So schwer ist das doch gar nicht. Ach, ich muss gedrückt halten. Kacke! Kacke, ich muss gedrückt halten. Das war jetzt nicht zu sehen. Nein, 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 nein. Wir schaffen das jetzt. So, ich muss gedrückt halten. Alles klar. So, Kerle, wir können... Ich glaube, der hat Atemprobleme. Ich glaube auch. Das hat Karma auch, wenn ich wieder... Wenn ich wieder an einem Tag ein Video abliefern muss und ich wieder zu spät Bescheid gegeben habe. Das ist ja gar nicht auffällig, wie er so durch die Menge läuft. Niemand hilft. Niemand hilft mir. Gekifft. Also so wie immer. Der hat so viel gekifft, Leute. Oh. Kann mal vorkommen. Geil. Geil. Dad! Dad, wo bist du? Ach, komm, wir nicht mit dem. Da haben wir es noch mal. Jason! Machst du noch Projekte wie Spiele mit deinen Lieblings-Youtuber? Oder Dugnu? Ja, Dugnu kommt wieder, wenn der Kanal wieder safe ist. Also alles auf jeden Fall grün bleibt und so. Was ja eigentlich jetzt schon gut läuft. Und es kommt jetzt bald was ganz geiles. Thema Fortnite wartet ab. Bin da sehr, sehr glücklich drüber. Na toll. Der scheiß Luftballon. Dad! Vor allem... Jason! Jason! Geht eigentlich mich nehmen können dafür. Ich hätte es auch gemacht. Jason! 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 Jason, du kleiner Verkackter. Komm her, du Lappen. Jason! Jason! Jetzt ist er schon wieder weg. Was ist das für eine Kacke? Dad! Vor allem, er sagt die ganze Zeit voll so monoton. Jason! Dad! Dad! Jetzt! Oh! Jason! 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 Dad! Ihr kennt euch voll aus mit Twitch, oder? Wenn der so weiterruft, würde ich ihn nicht abholen. Ich auch nicht. Weil es keinen juckt, wie ich hier rumliege. Und die laufen sich die ganze Zeit. Die zwei, da seht ihr, die laufen. Geil. Oh, herrlich. Lass den armen Jungen doch mal in Ruhe. Der Jason, der ist gestorben. Wir haben den nicht gerettet. Gründerzeichen bekommen die ersten zehn Leute, die subben. Geschenk der Sub bringt nichts. So mal als Anreiz. Was ist denn Gründer? Ihr kennt euch da voll aus? Schickt ihr gerade die erste Datei. Die sind 600 g. Dankeschön, Lachie. Dankeschön. Reihe 18, Fach Nummer 3. Ich muss hier nichts abgeben. Gut. Dann achtet jetzt auf eure Umgebung, denn ich habe euch vorhin einen Hinweis gegeben. Ja, sehr. Gut. 18. Fach 3. Hier. Halt. Da war's doch. Da war's doch. Da war's. Ja. Detektivhühler in 3, 2, 1. Du kriegst ein Gut in die Maut für den Tier 2. Hallo, Stefano. Aber voll die Fühler. Und was fühlt ihr? Ein Jeezy V2. Ich weiß nicht, wie der Kill ist, aber das lange mal mal gegoogelt. Der Gärtner ist immer der Mörder. Hat jetzt keiner von euch's ge... Verstanden, Leute. Hast du gerade Spongebung dem Song gesungen, Nuli? Einfach mit einem anderen Text? Ja. Habt ihr's jetzt nicht... Hallo, Matthias. Hat's jetzt keiner von euch geblickt? Verkäufer? Nein. Ich weiß, wer das war. Ach, hör auf. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, der Butler ist immer der Mörder. Das ist so die Stelle, wenn man da sehr, sehr aufmerksam ist, weiß man direkt, wer der Killer ist. Nur es fällt halt keinem auf. Ich hab nur mit einer Person das Spiel mal durchgespielt, die hat sofort gerafft. Hat allerdings auch bei der Polizei gearbeitet, hat sofort gewusst, hey, Moment mal. Und dann dachte ich mir, wow, können wir das Spiel gleich beenden. Tinky Vicky. Dipsy. So, erstmal schon schiffen. Leute, was ist das für ein Game? Ich bin aber endlich sehr froh, dass du nun Partner auf Twitch bist. Dankeschön. Lala. Po. Teletubbies. D-d-d-d-d. D-d. Hallo. Hallo. Horror kommt am Freitag am Video und Horror kommt dann generell immer freitags auf Twitch. Den Rand gelullt, so muss das sein. Das ist ja nicht meine Bude. Kann ich alles voll schiffen. Das Ekelhafteste finde ich. Ich sag ja nichts dagegen, wenn man im Stehen pinkelt. Aber man sollte es nicht tun, wenn das Waschbecken direkt neben dem Klo ist, da Zahnbürsten sind oder Handtücher, weil es spritzt immer auf das Zeug drauf. Da könnt ihr so gut zielen wollen, wie ihr wollt. Das ist mir Wurst. Sonst komme ich zu euch nach Hause und pinkele euch das nächste Mal auch und stehne die Schüssel. Da ist die 1. Die Kommands gehen nicht hier richtig noch ein. Ich dachte nicht, dass sie jetzt so schnell die Partnerschaft aktivieren, um ehrlich zu sein. Sind sie bereit, Mut zu zeigen, um ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz 4988 Roosevelt Avenue Lexington. Nein, bin ich nicht. Ich hab das gelesen, ja. Okay. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Gute Audioqualität, dafür, dass du so weit weg bist. Wie weit würden sie gehen, um jemanden zu retten, den sie lieben? Fünf Origamifiguren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung lief auf Buchstaben, die die Buchstaben offenbaren. Eine Adresse. Wie motiviert das Kind? Hilfe, Papa. Ich ertrinke. Hilfst du mir bitte so in drei Tagen mal? Melch dich, ja. Das gute alte Sony Ericsson. Ich würde sagen, ich verstecke das mal da unten, damit es nicht jeder direkt findet. Und mach mich auf den Weg. Die erste Mission. Dear Guest, thank you for not Pinkel im Stehen. Morsche, Leute. Ich finde irgendwie, Leute, ich brauche so ein bisschen Unmod. Zum Beispiel PewDiePie hatte ja, äh, ähm, welcome, my name is PewDiePie. Oder zum Beispiel, Hand of Blood sagt, moin, Leute, Hanno hier. Ich brauche auch irgendwie was Cooles. Ich sage immer nur, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich brauche auch irgendwie was Cooles. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Hallo, Juhans. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm. So sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt... Ich habe dreimal die gleichen Folien hinten reingefügt. Seht ihr das, wenn ich drücke, da ändert es auch... Oh, das ändert sich tatsächlich. Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. So was gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Geoprofil. Merkt ihr, wie schön ich da hinten die Folien weiter durchklicke, damit es läuft? Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben auf es und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment? Wie besorgt der? Zehn Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Hallihallo, mein Lieblings. Ja, ich würde irgendwie was Cooles haben. Es ist vielleicht nicht die Adresse des Mörders, aber wenigstens ein Anhaltspunkt. Blake, wenn Sie eine bessere Idee haben, nur raus damit. Bloß keine Hemmungen. Ich bin sehr gespannt. Und wie geht's weiter? Die Profile von zwei Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradios. Ich möchte Sie befragen. Ich wollte keinen Grund gehabt, den anzuschreien jetzt. Das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Vernunft. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifverfahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jayden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne ihre Hüter. Löder Wichser! Das reinkommt. Sag mal. Wie, der mich einfach grundlos angeschrien hat. Ich finde die Synchronisation teilweise ein bisschen wack. Oder? Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Zum Glück hat der Typ, dass der bei mir unten geklingelt hat, jetzt nicht so gemacht. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Damals sind wir von Bangkok nach Deutschland gereist. Heute gründen wir Gloostwitch-Kanal. Ach, ihr seid jetzt Gründer. Erklärt mir mal das Gründerpaket, bitte. Auf Twitch. Versteht es nicht. Wow. Ist das gruselig. Also, Knus, ich möchte bitte, dass eure Zimmer... ...ist wohl ein Mann Gottes ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Ich möchte... ...mehr haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörungen im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Also, ich hätte ganz gerne, dass eure Zimmer genauso aussehen, nur dass überall Knus-Sticker kleben. Also, äh... Ja? Wisst ihr Bescheid. Ihr seid knusfürchtig. Holy moly. Ich hätte voll... Ich würde nie mein Haus verlassen, wenn so viele Kerzen auf dem Boden liegen würden. Schaut mal. Da muss nur eine oben fallen oder allein schon so nah an dem Tuch. Das fackelt doch alles ab. Das würde ich nie machen. Ich drehe schon durch, wenn eine Kerze brennt. Dann verlasse ich schon das Haus nicht mehr an dem Tag. Hoffen wir mal, dass es klappt. Während der sich hier im Auge rumpobelt... Seine Assi, Alter. Danke, Mandy. Hast du es auch gesehen? Leute, schaut doch gerne bei Mandy vorbei. Ist auch eine Streamerin. Ist auch schon länger, glaube ich, Partner. Könnt ihr auch Liebe da lassen. So. Überall Kerzen. Sogar beim Scheißhauf. Ist das nicht gefährlich, wenn da ein bisschen Gase ausströmen, dass so irgendwas passiert? Furzi-Purzi. Hm. Haben wir irgendwas tolles? Gay-Funden? Oh Gott! Wie passt genauso aus? Die beiden. Medis. Alles klar. Hm. Was für ein Laptop-PCs nimmst du gerade mit dem Predator Helios 700? Das ist so ein Monster-Laptop. Das ist so genial. Oh Gott, da ist der bestimmt drin, oder? Oh, der kommt nach Hause. Ja, moin! Gut. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter schützt uns. Ancient Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Ist aber nett von dir. Der Arme. Lassen Sie ihn jetzt in Ruhe. Ich schütze dich, ich schütze dich, weißt du zwei fremde Männer, die an dir dran kleben. Erzähl, erzähl, erzähl. Ich will uns um ihn rumahlen. Ja, komm her. Auf der arme kleine Lümmel. Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein. Sie sind der Antichrist. Ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herrgott noch mal, los. Nein, ich versuche ihn zu beruhigen. Nein, ich wollte nicht schießen. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte ihn. Ich wollte ihn beruhigen. Wir hätten ihn retten können. Ist der Finger oben? Aber mein Triggerfinger schneller ist der Recht. Ich selbst mache das auch. Bin noch kein klein, aber verlange sowas nicht und beschwere mich. Also soll freiwillig sein. Eben, genau so ist es auch. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Laptop, muss ich sagen. Äußerst zufrieden. Leute, hört auf mich jetzt fertig zu machen. Mörder! Mörder! I think the way we call her Mörder! Mann, das war der Triggerfinger. Leute, gebet nicht mir die Schuld. Gebet dem Triggerfinger die Schuld. Bitte. Bitte! Mach auf! Keine Antwort. Kein Babyschreiterin. Kein guter Anfang. Ja. Aber echt. Wow. An immerhin, Leute, war es kein Eichhörnchen oder kein Hund. Es war kein Tier. Es war... ein Mensch. Die Polizei nach Australien wird dich finden. So habe ich bestimmt vorhin den Messias, der da geklingelt hat, der wollte mich warnen und sagen, passen Sie auf, Sie werden einen unschuldigen Menschen töten. Super. Vorne ist zu, hinten auf. Klappt. Leute, wenn es vorne mal nicht geht, dann nutzt es Hintertürchen. Und das ist jetzt nicht sexuell gemeint. Ich habe nichts gesehen. Es ist einfach hingefallen. Das machst du dich gerade ein bisschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich kann mit Kindern momentan noch nichts anfangen. Also, ich kriege echt... Oh, super. Ich kriege totale Süßheitsanfälle, wenn ich einen süßen Beagle sehe, also einen süßen Hundi oder irgendein süßes Tierbaby. Aber wenn man mir irgendwie ein Kleinkind zeigt, da habe ich momentan noch nicht so das Feeling, dass ich sage, boah, ist das süß, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das ist auch ganz schlimm, wenn irgendwie Freundinnen neue Kinder kriegen und mir ihre frisch rausgepressten Würmer zeigen, die mir noch total verknittert und zerfutzelt. Und das kann ich halt nicht süß finden. Ich meine, es ist halt so ein zerrunzeltes Fleisch-Ding. Und klar, als Mutter liebt man es, aber ich kann... Oh, oder wenn ein Baby da ist und jemand sagt, halt mal, sage ich, nein! Ich gebe dir auch nicht meinen Beagle und sage, halt mal, weißt? Also, ich will das nicht halten. Mrs. Bolt? Mrs. Bolt, sind Sie da? Dass du mit auch noch Zeit bist, noch jung, ja. Ich würde jetzt echt... Phomp. Phomp. Oh, scheiße. Also, Mrs. Bones. Es funktioniert doch eh nicht bei den meisten, also... Mit Welpensätzen, ja! Willpies! Das ist doch keine... Das ist doch keine Lösung. Okay. Ich denke mal, Verbandszeug ist... Das ist im Bad. Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. Und das schmeiße ich jetzt ins Wasser? Lass es aufweichen? Ist nur Ketchup. So. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich pass auf sie auf. Super Sache. Das kann doch gar nicht so weh tun, meine Liebe. Ich reg jetzt nicht mit der... Ist mir grad zu anstrengend. Ich muss sich konzentrieren. Ich bin ein Mann. Ich bin ihm wohl nicht da. Es ging weg. Leg sie hin und sag... Hier, mach halt. Mensch, Mädchen. Du warst ein Kind. Was ist los mit dir? Ist der andere nicht aufgeschlitzt? Ich bin nicht tief. Hey. Wie geht es Ihnen? Okay? Mein Baby. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay? Kennen Sie das? Äh, mit dem Baby? Äh, mit dem Baby? Ich schau nach dem Baby. Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Ich bin Detektiv. Sie heißt Emily. Okay. Ah, nee, ey. Das ist die schlimmste Szene für mich jetzt. Ich bin nicht der Anti-Christ. Ich bin Anti-Baby. Ich werde diese Szene nicht süß finden. Mit Blut. Ja doch, mach doch. Ist doch kein Problem. Das ist in Ordnung. Das Kind muss... Das braucht die Bakterien. Oh, ist gewittert. Es hat geschissen. Das Monster. Du Monster! Wie ein kleiner Mensch. Immerhin ist es nicht so ein frisch rausgepresstes, mit Hautfetzen dranklebendes Ding. Es ist immerhin schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber meine Mutter hat gesagt, sie war früher auch so Anti wie ich. Und als sie selber Kinder hatte, waren wir die schönsten, tollsten Kinder, die es überhaupt gibt. Also ich denke, das ist schon in Ordnung. Ich wüsste ja nicht, wie ich ein Baby wickel, ne. Ich würde einfach sagen, so. Neue Windel raus. Die neue an. Egal was dran klebt, es bleibt dran. Na bitte, alles wieder frisch. Es kann schreien und weinen. Fotosynthese. Das ist besser. Und wenn es Furz... Ihr Hesse. Äh. Wenn ich Furz, findet es keiner süß. Hey. Was ist los? Wir hatten es doch im Griff. So. Fotosynthese. Äh. So. Was braucht es jetzt? Trinken? Hunger. Vielleicht hat sie Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ich werde nicht satt. Essen. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ja. Muss ich da nicht noch irgendwie was beipacken oder so? Oder wie oder was? Oder wie oder was? War da nicht so, dass ich immer Pulver mischen musste? Okay. Dann mal, äh, ja. Voll brutal. Die letzte ja verschissenes Kind. Also nicht verschissen, sondern das Kind hat sich eingeschissen da in dem Wagen liegen. Füttert es nicht. Oh, Emily. Hast du... Und schreibt einen Zettel auf den Boden, den man eh nicht findet, dass das Kind da rumheult. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. So. So. Sauf. Wenn wir Großen weinen, heißt es bloß heuleise. Oder wie hässlich siehst du aus. Aber die Babys, oh mein Gott, wie süß. Oder wenn die furzen. Das ist ja auch ganz toll und süß. Oh yeah. Rülpst es jetzt? Oder kotzt es mir auf den Rücken? Ah, sehr gut, Emily. Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werd dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Ich fand es noch nicht so, dass meine Kinder furzen nicht mal als Baby. Zaza hat's verstanden. Oh nein. Ey. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann das Kind nicht wiegen. Ich bin nicht dafür gemacht. Hilfe. Oh nein. Scheiße. Das ist voll die scheißschwere Aufgabe. Jetzt nervt mich nicht. So, bitte viermal reicht. Ich dachte, furzen Frauen. Äh, Frauen furzen. Die tun sie auch nicht. Fuck. Fuck, wirf es. Mehr Schwung. Ich hatte immer Angst, dass die Scheiße rauskommt. Ja, da hast du recht. Aus dem Fenster oder mit? Ich bin nämlich sicher, meine Community ist genauso eingestellt wie ich. So, Alde. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich versteh nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Ich verstehe. Hat jemand noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich habe es nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Warum macht das nicht die Polizei? Verstehe ich nicht. Sie können das haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Warum holt sich das nicht die Polizei? Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja, meine Mutter. Ich wollte Sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Mh. Mh. Oreganmörder, der Kinder tötet. Genau. Voll absurd eigentlich. Kommode. Kommode. Kommode, Mode, 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 Mode. Boah. Und ich würde die nicht allein lassen mit dem Kind, ganz ehrlich. Kannst du mal ein Video machen, wo du uns Australien zeigst? Es ist sogar im Plano. Bin ich dran. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. Ich würde die jetzt nicht allein lassen mit dem Kind, die ist ja total instabil. Psychisch. Dankeschön, Likey. Hätte ich noch irgendwas machen müssen? Vielleicht das Kind ihr bringen, oder? Ich glaube, ich hätte ihr das Kind hinlegen können. Ne, hätte ich nicht. Wie authentisch der Typ läuft. Authentisch. Erinnerung. Bewegen Sie den Controller schnell in diese Anzeige, in die Richtung. Alles klar. Badibubi, badibu. 11.03 Uhr. Mittwoch. Der Wasserstand ist fast 50 mm. Unsere erste Mission beginnt in der Werkstatt. Ach, 6 Uhr bin ich, glaube ich, noch nicht durch, Likey, oder? Mach mal 8. Ich war schon 2 Uhr morgens, hast du recht. Mach mal 8. So, ich weiß nicht. Es gibt manchmal Gegenden, in denen es sehr, sehr viel regnet. Salzburg regnet zum Beispiel auch unfassbar viel. Gut Nacht an alle, die schlafen gehen. Entschuldigen Sie? Hey. Oh. Oh. Sorry. War beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Soll das bisschen weniger Öl schnüffeln? Oh Gott, Leute. Ich glaube, das, was jetzt kommt, werde ich nicht schaffen. Oh Gott, Leute. Der sieht böse aus. Erstaunlich. Wie viele Leute noch wach sind. Wie viele sind denn noch wach? Hallo, Wursthersteller. Geil. Der Sausage-Crafted. Sausage. 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 Wurst. Wurst. Sausage. Wurst. Wow, es sind ja echt noch einige, die jetzt da sind, ihr Nachtäulchen. Habe ich nicht da gedacht. So. Ah, da hinten. Wow, es sind ja echt einige. Ich fühle mich mächtig. Du kannst die einschätzliche Top-Bit-Donator nicht jeden Monat aktualisieren, sondern für immer bleiben. Äh, echt? Musst du mir mal sagen, wie das geht? Ich bin ja voller Nubi. Ich dachte, Gnus ist immer noch in Australien, streamt von dort aus. Bin ich ja auch. Hallo, Sunny. Ich bin bis Juni hier. Okay, das ist abgesperrt. Hätte ich voll Panik, dass der irgendwas gemacht hat, dass ich hier irgendwie... Freunde nicht wirklich, nee. Aber so hart es sich anhat, ich habe auch kein Interesse, hier Freunde zu finden. Ihr Ziel liegt vier Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Okay. Außerdem muss ich eh so viel arbeiten, dass ich gar keine Zeit habe. Das hätte jetzt noch gefehlt. Hä, wieso? Was denn like ich? Yeah, wir fahren. Yeah. So, ich habe meinen Sohn gegen eine Karre eingetauscht. Genau, bei mir ist es jetzt elf Uhr morgens. Wie lange stream war du noch? Noch eine Weile, Leute. Horrorgame? Ja, ein bisschen. Stressgame. Trauriges Stressgame, so würde ich es beschreiben. So, Leute, ich muss mich jetzt konzentrieren, ansonsten sind wir am Arsch. Gute Nacht, Hotdog. Also nix Nacht-Eulen. Nee, aber ihr seid Nacht-Eulen. Ich bin eine Tag-Eule. Ich bin ein... One-Bat! Sie haben ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway fünf Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in fünf Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Ich habe es gesehen, like ich. Oh Gott. So, das reicht. Los geht's, Leute. Konzentration, drückt die Daumen, feuert mich an. Prüfung, los geht's. Fünf Meilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Ja. Du wirst uns eh nicht leben können. Ich muss es tun für Sean. Ja. Ich habe keine Wahl. Mach's. Sonst fühlst du dich eh scheiße, dann wirst du dir noch Wellvorwürfe machen. Go. Go. Jetzt bin ich hier auf den australischen Autobahn. Ich check das auch gar nicht, auf der anderen Seite zu fahren. Los! Oh Gott, Leute. Oh Gott! Das fängt schon richtig scheiße an jetzt. Ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhafte Scheiße. Ekelhaft. Ich schaff das. Los! Oh, da kommt eins. Ah. 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 Nein. Ich habe es doch gemacht, Mann. In vier Meilen haben Sie hier ein Ziel erreicht. Ich will ihn nicht mehr. Oh nein. Ah. Oh Gott. Yo, ich bin voller Gangster, Mann. Ah. 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 Die Nachbarn denken schon auch, ich habe den Spaß meines Lebens und irgendein Spielspiel. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Ganz schön egoistisch eigentlich auch andere Leben zu riskieren, nur um einen Hinweis für den Sohn zu bekommen. Möchte ich hier mal andeuten jetzt so. Oh nein. Scheiße. Jetzt hat mich die Polizei im Arsch. Fuck it. Ich dachte, ihr esst eure Donuts. Hilfe. Leave me alone, motherfucker. Scheiße. Oh, weg. Weg mit dir. Weg mit dir, du Stück. Weg mit dir, du Stück. Oh Gott. Okay. 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 Oh, ah. Seht ihr? Da kommen andere Menschen zu Schaden. Oh Gott. Wann ist die Scheiße ehrlich vorbei? Scheiße. Keine Ahnung. Oh nein. Schießen die auch noch. Hilfe. 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 Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Das ist sehr verstörend hier. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Halt. Nein, nein, nein. Bitte drücken Sie das Display. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja. Der Schlüssel ist im GPS. Ach, wie abgefuckt. Habe ich das gewusst? Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Warum kann ich das nicht machen? Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ah, jetzt. Der Schlüssel ist im GPS. Hallo. Ich kann das nicht machen. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ich lebe. Der macht es nicht. Der macht es nicht. Der Arsch. Mach doch auf die Scheiße. Willst du mich verarschen? Leute, das geht nicht. Der Schlüssel ist im Handschuhfach. Ach, wie unfair. Da musst du hochdrücken. Wie asozial. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. So, jetzt mach doch. So, wo ist denn jetzt? Ach, das muss man hochdrücken. Wie asozial ist das denn, ey? Jetzt brennt schon alles. Das ist ja assi. Das ist ja voll unfair, ey. Das ist Kopf vom... Es ist falsch herum. So, jetzt schnell, nimm das. Bitte lass mich die Scheiße jetzt auch noch nehmen. So, jetzt raus mit dir. Unfair. This car is on fire. This car is on fire. Los, raus mit dir, sonst stirbst du. Dann ist das ganze Spiel vorbei. So, raus jetzt. Kerle. Ist mir wurscht, wo. Du gehst jetzt einfach raus. Okay, das geht nicht. Los. Los. Tret. Ja, raus. Raus. Oh Gott, Leute, ey. Was ein Stress. Du kannst einstellen unter Partner, Community, Supporten, Anmerkungen und dort auch für ein Bild geben, dass es immer so bleibt. Kannst du mich da dran erinnern, Laiky oder einer von den Mods? Hallo, Jay. Boah, Stress. Wie unfair war das denn? Du mein Sohn verschwitt. Ist wie bei einer Diät, du wirst immer wieder aufgebaut, indem du Model Pixies weiterzumachen und er sieht immer seinen abkratzenden Sohn, um weiterzumachen. Oh, ich hab schon mal Buchstabe erhalten. Nicht weinen, Kerle. Auf geht's, weiter geht's. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Wisst ihr, die Polizei war so schnell da und brauchte so lang, um hier zu Unfallort zu kommen. Jetzt hau mal ab, Kerle. So, nachti, bin dann wieder. Bis dann. Oh, ich spielte die Madison Page Single. Alles klar, Madison. Du Stück. Hat von einer, von einer, von einem Rape geträumt. Ich bin doch dabei, den Sohn zu retten. Mittwoch, 15.15 Uhr. Wasserstand ist wieder gestiegen. So, runter vom Bike. Du heißes Gefährt. Der Arsch war vorhin noch nicht so knackig. Das hab ich genau gesehen. Die Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten, zehnjährigen Sean Maas fehlt noch immer jede Spur. Er verschwandt gestern Abend. Kommt schön vom Scheißen. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? So fast. Was für ein widerlicher Tim. Schlaf gut, Laikie. Was macht er denn für widerliche Bewegung mit seinem Maul? Komm, schreib ich das rein. Sie hat die Stimme von Lara Schroff, by the way. Treppe ist im Hof rechts. Gut, dass der Creep jetzt weiß, wo wir... Haben wir ein Vergnügen, Lady? Das glaube ich. Gut, dass der Creep jetzt weiß, wo wir unser Zimmer haben. Aber ganz ehrlich, kann ich mir aufhören, mit ihren Arsch so zu schwingen. Sieht aus, als hätte ich dir da Kissen reingestopft. Oh, er schaut mir gar nicht nach. So heiß kann ich gar nicht gewesen sein. Er hat mich angelogen. Madison Beige. Single. Irgendwie sieht es aus, wie er da hinterher runterrutscht. Mach mal deine Push-Up-Kissen richtig in Vibe. Ich beobachte gerne Frauenärsche, muss ich sagen. Und ich stehe auf Männer. Aber ich gucke mir gerne hübsche Frauen hintern an, deswegen... Ich habe das schon alles direkt analysiert hier. Wo ist aber mein Zimmer? War es nicht im dritten Stock? Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Ah, 201. Aber das ist... Ach, das ist ja der letzte Stock höchstwahrscheinlich. Dieses Hotel sieht etwas aus wie von Detroit. Stimmt, wo die untergekommen sind, ja. Stimmt. Stimmt. 207. 205. Hallo, Ethan. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich bin nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Das ist eigentlich in der Schließstimme, genau. Wurde letztens auf einer Messe an Daumen von Männern angestarrt. War mir sehr unangenehm. Kann ich voll verstehen. Ich kam ja zum Beispiel auch so früh in die Pubertät. Ich habe mit zehn Jahren, das kannst du ja sagen, meine Periode. Und habe halt dann auch schon Busen bekommen und ich habe das gar nicht gerafft, warum Männer einen anschauen. Und ich dachte immer, die wollen mich hauen. Das war sehr unangenehm. Aber sie ist als Kompliment. Solange sie dich nicht angrabbeln und ein Nein akzeptieren. Ich merke mir Husk. Husk ist vermerkt, Kili. So, jetzt bin ich doch mit einem Mann im Zimmer gelandet. Geil, so einfach geht's. Die ist ganz schön naiv. Also ich weiß, ich würde halt sofort die Polizei oder den Arzt rufen und ich würde nie mit dem Typen mitgehen, hinterher hat er Drogen genommen oder ich wäre da viel misstrauischer oder 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 vergewaltigt mich oder sonst was. Würde ich nie machen. Ich würde nie mit den Fremden in eine Wohnung gehen. Perhafenol, Fiebermittel, nur bei hohem Fieber zu verabreichen. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Das gebe ich ihm jetzt mal. Hier. Bitte schön. Was ist das? Wie es da rausgefloppt ist. Okay, dann desinfizieren wir mal. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Einfach mal über den Kopf drüber schütten. Ich will so lachen. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Wieso hat es eigentlich Medikamente drin? Es gibt es in keinem deutschen Hotel sowas. Ich muss immer runter zur Rezeption und hoffen, dass sie irgendwie eine Kopfwehltablette haben. Okay. Ich werde dir jetzt nicht helfen beim Duschen. Nein. Wir helfen ihm jetzt nicht beim Duschen. Dead Booty. So ein Stinker. Was sagen Sie, wenn Sie was brauchen? Hallo Markus. Ich zeh. Genau, schau schön durch. Kann ich spannen? Ich kann echt spannen. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Der Dusch mit Hose. Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Dead. Nudie. Ich bin voll die Ratte. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Oh shit. Ich bin Architekt. Jetzt habe ich das gefunden. Oh, der kommt rausgestapft. Wie sie alles durchsuchvoll wie eine Ratte bin ich. Setz mich da hin, sonst hätte ich nie was gemacht. Nein, ich habe dein Handy nicht durchsucht, Schatz. Was würde ich niemals tun? Ihr kleinen Stinker. Drücken Sie die Touchpad-Taste, um zur Steuerung Bildschirm zu gelangen. Ich habe jemanden erschossen, Mann. Ich fühle mich jetzt voll schlecht. Deine Donations gehen nicht. Wie, die gehen nicht. Oh, Moment mal. Wie gesagt, Tippi ist heute echt nicht auf meiner Seite. So, Moment. Du, ich bringe nicht so oft Menschen um. So, ich habe hier eine Donation von Akazi. 1,50. Hab dich lieb. Vielen, vielen Dank. Hallo, Tarpilip. Grüße dich. Raus da mit dir. So, jetzt darf ich wieder verfolgen. Da bin ich ja super gut. Komm her, Alter. Oh, Scheiße. Das war gemein. Ah, Scheiße. Okay. Ich hole dich. Komm her. So, Vorsicht. Oh, er hat sie extra nicht an den Post angefasst. Das finde ich sehr, sehr nöblich. Ich wusste doch, dass da irgendwie noch eine Schlägerei stattfindet. Oh, Shit. Oh, Shit. Oh, Fuck. Leute, genießt es. Ich schaff das. Oh, Gott. Ganz knapp. Weg mit dir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kommt die nächste Pleite. Oh, 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 Vorsicht. Ich geh grad aus. Ich geh grad aus. Ich geh grad aus. Ja, das war eine gute Entscheidung. Sehr gut. Hol ihn dir. Ja. Ja. Ich hab ihn noch nie so früh gecatcht. Komm her, du Lappen. Ich mach dich alle. Oh, Gott. Ach, Hilfe. Hilfe, mein Hofi. So ein Arsch. Lass es. Ich liebe Fische. Hühnchen. Okay, los, 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 los. Nein, lass das Chicken. Ey, du kannst das Chicken doch nicht so wegschmeißen, Mann. So, wo ist er? Oh, Gott, die Nummer. Nur Follower-Modus würde ich empfehlen. So müsste man zum Chatten dich folgen. Nur Follower-Modus. Okay. Ah, okay. Das ist interessant. Gebt mir gern Tipps. Ich bin voll der Noob, ne, auf Twitch noch. Ich hab da null Ahnung. Auch, was ihr so empfehlt, was ihr als Zuschauer gerne hättet, was ihr aus anderen Streams kennt, das könnt ihr gerne reinschreiben. Wäre cool, wenn sich das Mod für mich notieren könnte. Das wäre super lieb. Ich hab so einen schlechten Film gesehen, der hieß Meat Train. Und diese Szene erinnert mich grad extrem an Meat Train. Schaut euch Meat Train nicht an. Ah! Ewa! Ich glaub, du spinnst, ey. Komm schon. Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber wieso hilft mir mein Homie eigentlich nicht, Mann? Man lässt doch nicht einen alleine so hinterher rennen, Mensch. Genau. Zehnmal bäriger als ich und hat einen Stock in der Hand und ich schaff das. Alles klar. Unrealistisch. Schnell, töte ihn. Ja. Aua. Aua, ist die B. Nein. Hilfe, er will mich von hinten. Nein. Nicht im Gefrierschrank. Ja, sehr gut. Schön aufs Maul. Genau. Nochmal. Ja, mit Drehung. Sehr schön. Gut gemacht. Sehr schön. Hehehe. Mit 3,5 Stunden muss ich zur Schule. Nein, dann geh schlafen. Kein Chicken Dinner für ihn. Abscheinend haben wir unseren Origami Killer. Subbenches gibt es auch noch. Das sind Abzeichen für verschiedene Monate. Okay, erzähl mir. Ah, genau. Die muss ich einfügen. Erwähn nicht, dass du einen Partner hast. Was? Warum denn nicht? Hat sie ihn erwischt? Ah, 19.30 Uhr. Wip! 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 Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Ich muss schlafen, aber kann nicht. Dafür ist dieses Stream da. Das ist für alle Schlaflosen, die eine ätzende Stimme hören müssen oder wollen, um einzuschlafen. Hallo Lady! Grüße dich, meine Liebe. Ich glaube, ihr bekommt Albträume alle von meiner Stimme. So. Genau, schön mal inhalieren, denn Shit. Dann geht's einem doch gleich viel besser. Hat jemand von euch Asthma? Wie fühlt sich das denn an? Und was hilft dieses Spray? Warum hilft euch das? Was macht das in euch? Erzählt mal. Bei mir ist es jetzt 12.30 Uhr. Alkohol, immer gut. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, gehört zu haben, dass bei Partnern die Mord sofort angenommen werden, oder? Ja, aber bei mir ist die Seite noch beim Bearbeiten. Wenn ich auf die Emote-Seite gehe, steht, dass es gerade noch bearbeitet wird. Ich bin ja erst vor drei Stunden oder so Partner geworden, wenn überhaupt. Das war ja ganz frisch. Ich habe jetzt ja mit der, aus Twitch, einen WhatsApp-Chat, und da schreiben wir, die unterstützen mich ja jetzt, das ist bei der ganzen Sache ganz lieb. Und die hat gesagt, ach, übrigens, du bist jetzt Partner. Ich so, geil. Nachricht plus Dears zu senden, best life ever. Ach, wie süß. Nicht alle schlafen, eben. Machst du mit Andi Drack jetzt mehr Videos zusammen? Ja, also eigentlich wollten wir jetzt schon voll lang den Stream zusammen machen für Final Fantasy, aber das Spiel funktioniert bei mir nicht. Das mache ich ja gerade mit dem Likey, der probiert das jetzt bei mir irgendwie zu installieren. Weil eigentlich hätten wir jetzt noch drei coole Streams zusammen und coole Cosplay-Streams und irgendwie funktioniert das gerade nicht. Das macht mich traurig. Atemwege, Menschen, Sase, ich meinte, Bronchien. Oh Gott. Ich suche auf jeden Fall Mods, also wenn das auf Twitch ein bisschen aufgebaut ist. Ich habe jetzt ja quasi die YouTube-Streams stehen lassen und habe gesagt, ich versuche es jetzt hier auf Twitch. Ich weiß, es ist etwas komplett anderes auf Twitch als auf YouTube und möchte mich jetzt so ein bisschen ein zweites Standbein aufbauen. Das hat mir auch die Anni und die Lara und alle, Lara Loft, empfohlen. Viele andere auch, irgendwie auch, da halt einfach neben YouTube sich noch was aufzubauen. Also den mag ich Twitch, also es ist cool. So. Schön erstmal. Wie viel Bier will ich eigentlich noch saufen? Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Die Voraussetzungen zum Mod sein, dass man einfach sieht, dass die Person da ist, Zeit hat für die nächsten Monate. Wir hatten viele Mods, die hatten dann doch keine Zeit oder so. Ich meine, private Sachen dazwischen kommen, ist klar. Und halt auch Leute, die dann halt vielleicht bestenfalls nicht selber streamen. Ich habe nichts dagegen, wenn man streamt, aber oft war es so, dass Mods dann gestreamt haben, während ich gestreamt habe und waren halt nicht anwesend. Gerade auf YouTube, wo ich halt so viele Zuschauer hatte, war es halt immer sehr kompliziert. Und Leute, die einfach Bock haben. Einfach Bock haben. Und genau. Das sind so die Anforderungen. Ah, so siehst du also, das hatte dich nur mal beim Kong vorbeischauen sehen. Oh, siehst du, hallo Captain Candy. Das ist ja putzig. Guck mal, ich habe das auch. Warte. Moment. Da. Ich gehöre zu euch. Notice me, Senpai. Da hat jemand geklingelt. Bekomme ich etwa Damenbesuch? Sibel, darfst du jetzt noch auf YouTube streamen, da du auch hier Partner bist? Oder haben die das? Nee, ich darf nicht. Also es darf auch keiner mehr. Deswegen bekomme ich jetzt auch von Twitch viel Support, weil ich, wenn ich halt nächste Woche eigentlich richtig anfange, weil ich halt schon ein Risiko eingehe und halt viel aufgebe dafür, dass ich auf YouTube nichts streame. Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Kann ich rein? Klar. Oh, hallo. Dankeschön an J-Time für den Sub. Vielen, vielen Dank. Ist das süß. Dankeschön. Hallo Tara, Philipp. Setz dich hin. Setzen Sie sich. Kriegst keinen Drink. Dankeschön. Voll süß. Vielen Dank. Oh, wow. Ich habe nicht damit gerechnet, sie nochmal zu sehen. Kann ich ihr jetzt Kiefer zu trinken geben? Das war unhöflich. Ähm. Muss ich mich da jetzt hinsetzen, um mit ihr zu reden? Alles klar. Bitte sehr. Dankeschön. Ist ja voll lieb. Subs kommen am Dienstag. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts, aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun? Richtig. Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Oh. Ich habe noch keine festen Zeiten zu streamen. Ich werde den Vorschlag erstmal der, ähm, äh, lieben Twitch-Mitarbeiterin schicken, die sich darum kümmert, was sie so dazu sagt. Aber ich habe schon ganz coole Ideen. Es ist auf jeden Fall Horror dabei, weil ich liebe Horror. Jeden Freitag ist eigentlich Horror geplant. Einmal Community-Stream, einmal quatschen, was Kreatives. Also ich habe da echt coole Ideen für euch. Auch einmal ein, ähm, Australien-Stream, das ich mit euch draußen rumlatsche, euch alles zeige. Also so Stream to go in Australien. Abgeschickt aus dem Carnaby-Bezirk. Ein Tag vor Johnnys Verschwem- Hallo, Zocker Felix. Hm, nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Eine alte Maschine. Äh, 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 Leute. Der zweite Hinweis. Halte sie auf dem Lauf. Halt, ich... Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und... Ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Auf YouTube darf ich nicht streamen, weil es einfach nicht mehr erlaubt ist, leider. Sorry, Lauren, das kommt nicht in Frage. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Sie halten mich nur auf. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt. Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Krass, der Tisch ist eh besser. Ja, also, ich sage dazu gleich nochmal was, Lauren. Abschleppe. Ich wollte schon mal abgeschleppen. Das war so peinlich. Genau, also, ich habe ja auf YouTube immer gestreamt, ich glaube, eineinhalb Jahre oder ein Jahr. Und was mich halt irgendwie genervt hat, da kam keine Verbesserung. Da kam nichts Neues. Das hat mich genervt. Und dann hat halt Twitch für mich angeschrieben und gefragt, warum ich noch kein Partner bin. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann sind sie mir so zuvor gekommen und ja, dann dachte ich, yes. Let's do it. Eigentlich würden wir beides so nicht reinkommen mit unseren Klappern. Warum ist die Musik so laut? Ich habe die Musik doch leise gestellt, ey. Ist voll laut. Oder? Findet ihr nicht? Stetigen. So. Ich dachte, der Sohn ist verschwunden und nicht tot, oder? Nee, ihrer ist gestorben. Ja, Twitch bietet wirklich mehr Möglichkeiten. Und ich habe hier nicht so einen Druck. Auf YouTube waren es mir teilweise schon zu viele Leute. Ich habe mich da immer unter Druck gesetzt gefühlt irgendwie. Hi, Fabian. Oh, hallo. Es fängt ja schon mal gut an. Meinst du die Frauen mit Zeug? Lassen Sie uns später bei Kramers dekorieren. Bleiben wir lange hier? Ich finde es hier irgendwie unheimlich. Ich suche Gaudi Kramer. Sie bleiben so lange hier. Gaudi Kramer. Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Du siehst aber laut jetzt schon wieder. Die, die dich sehen wollen. Ach, das setzt sich immer nach jeder Szene zurück. Merkt ihr das? Die, die dich sehen wollen, kommen auch hierher. Ja. Und man muss halt darüber auch nicht vergessen, dass Twitch wirklich... Haben Sie Gaudi gesehen? Sorry, nein. Eine komplett... Ja, nehmen wir ein Whisky ist immer gut. Dass halt Twitch eine komplett andere Plattform ist. Siehst du auch im Hand of Blood. Der hat fast auf jedes Video eine halbe bis Million Aufrufe und hat halt auf Twitch 3000 Zuschauer, was auch sau viel ist. Aber man sieht, das ist komplett was anderes. Die Leute sind da nicht so bereit rüber zu kommen oder interessieren sich jetzt nicht dafür. Twitch hat eine ganz eigene Community. Deswegen, da fange ich quasi von null an. Aber es ist ja okay. Ich bin bereit. Doch, Dead by Daylight zocke ich auch. Ich liebe Horror. Da könnt ihr auch gerne immer Spiele wünschen, wenn ihr wollt. Okay, machen alle miteinander rum. Eine sehr interessante Party. Jemanden zu finden, der nicht sturzbesoffen oder high ist, wäre ein Wunder. Ja. Und ich bräuchte jetzt eins. Hi, ich möchte zu Gaudi. Gaudi ist gerade beschäftigt. Hau ab! Hey, Mr. Franklin meint, ich kann hoch. Ich werde dir deine Kohle gleich sonst wo hinstecken, Mann. Hau ab! Ich nehme nichts. Voll peinlich. Wenn ich zu Gaudi Kramer will, muss ich es anders anstellen. Verzeihung! Ich suche Gaudi! Ich habe ihn hochgehen sehen. Würde mich wundern, wenn er heute nochmal runterkommt. Auch gerne eine Party unten schmeißt und selber keinen Bock drauf hast. Ja, die lässt es gut gehen da unten. Gibt morgen eine Blaseentzündung, auf kalten Boden zu sitzen. Der ist auch cool. Er schläft da einfach drauf. Alle schon hacke dicht, ey. Ah, Leute, ich finde, Hacke sein ist ja lustig, aber wenn du echt so die Kontrolle verlierst, das ist echt nicht schön. Kann ich da rein? Nee, verdammt. Verdammt! Wo ist meine Freundin hin? Weil er kann nicht mehr laufen. Ah, da sitzt sie doch. Hallo, Sascha. Grüße dich. Was ist denn jetzt mit Gaudi? Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Was wollen sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Lass sie mal machen. Ich regle das. Seien sie nur startklar, sobald sie weg sind. Doch gerne, Laiki. Stimmt. Die ist nicht mal sexy angezogen, das fruchtet bei dir, Kerl. So trocken könnt ihr doch nicht sein, als ausgebildete Türsteher. Jeder würde sagen, nee, sorry. Vor allem bei den Moves. Genau, und die Frau, die da sitzt, sagt natürlich dann nix. Die hätte man auch ausschalten müssen. Geh' doch hoch, Alter. Schneisen. Schon wieder jemand mit einer verdammten Überdosis. Sehr gut, sehr gut. Keine Kanalpunkte unter dem Chat. Bei dir, endlos Zeichen, kann man witzige Sachen einfügen. Zum Beispiel, 10.000 Kanalpunkte ein Sound-App spielen lassen. Oh, das mache ich gerne, das ist lustig. Dann machen wir dann meinen Furz. Okay, schnell zu Gordi. Öffne dich. Oh, hallo, das wird immer interessanter hier. Der Typ interessiert's nicht, das kann kein echter Mann sein. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Der Cartoon ist interessanter als das Spiel. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus, verstanden? Los, verpisst euch. Voll die Abfuhr, voll peinlich. Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Die Stimme passt echt so gar nicht. Hallo, Schachto. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser, Ich lege sie irgendwo ab. Eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus. Langeweile, Mr. Sheldon. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Hallo. Weg mit dem Clown. Slippin. Hallo, Badass. Ich will nicht angefasst werden. Fass mich nicht an. Voll, voll Uppercut. Das gibt es noch nicht. Hey, ich will mich mal wehren können. Jetzt reicht es langsam mal. Genau, eine Kopfluss. Hier, komm. Bam, in die Eier. Den gefällt es auch noch voll. Die hättest du mal besser ausbilden sollen. Die zwei Lappen. Oh, da ist eine Schusswaffe. Okay. Da kann ich nichts. Quick-Time-Events für meine Freunde. So, sehr schön. So, gib mir die Waffe. Durch diese Skills her. Raus mit den Viechern. Ah. Schau dein Cartoon weiter und räum auf. Aua, der eine hat vor allem den Kopf und der Stato im Schädel. Er schaut jetzt einfach weiter. Geil. Gruselig. Ich finde das Spiel sehr realistisch. Gute Nacht, Likey. Oh. Wenn ich ins Koma gefallen bin, ruf einfach am Handy an. Ist laut, okay? Mittwoch. 1942. Wasserstand fast 60,00 Millimeter. Oh Gott, Leute. Ich finde, das ist mit die schwerste Prüfung jetzt. Hallo, Tungatelli. Für alle, die es nicht wissen, wir müssen, unser Sohn wurde entführt von einem Origami-Killer und der gibt den Vätern immer Aufgaben, die sie erledigen müssen, bevor ihre Kinder nach vier Tagen Regenwasser in so einem Schacht ertrinken. Und das ist meine zweite Aufgabe. Durch alle Aufgaben bekomme ich quasi Buchstaben für eine Adresse, die mich zu den Kindern führen und zu meinem Kind und ich glaube, ich werde jetzt verkacken. So. Hallo, nur zuschauen. Nichts anfassen, süß. Der auf dem Zoo bleibt bestimmt Rücken bald. Ich glaube auch. Ich habe Rücken. Ich glaube, das wird nichts. Lauf, kleines Lauf. Vor allem schön den Wagen direkt vorm Tor parken, damit jeder weiß, dass hier irgendjemand drin sein muss. Nicht mal irgendwo auffällig. Unauffällig. Okay, da kann man, glaube ich, nirgendwo... Oh, kann ich da rein? Tatsächlich? Geil! Hoch mit dir. Mit gebrochenen Rippen. Das muss ja richtig schlimm sein. Oder ahne, ich habe mal angeknackste Rippen. Das war echt ekelhaft. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Das sieht schwer danach aus. Ja, ich habe es schon achtmal durch. Die Community hat es sich gewünscht. Und ich werde es auf den Zweitkanal hochladen, komplett. Als komplettes Gameplay. Die Community wünscht sich immer Spiele. Und dann lade ich es immer auf den Zweitkanal auf YouTube hoch. Und dann können sie sich das anschauen, wenn ihr langweilig ist. Sie können ein bisschen Popcorn nebenbei puten. Hallo, dein... Dein Viral grüßet dich lang nicht gesehen, ne? Angebrochene Rippen sind auch deutlich schlimmer als gebrochen. Ja, ich hatte immer angebrochen. Das hat mich richtig genervt. Angeknackst. Nichtsibel, Zwiebel. Push it to the limit. Das wird jetzt richtig ärztend, Leute. Ja. Er hat ja absichtlich außerhalb des Lichts geparkt. Achso, oh, das habe ich nicht gesehen. Gut, gut, stimmt. Guter Einwand. Das lasse ich so gelten. Du kleine Detektiv, du. Achtmal ist keinmal. Oh, scheiße. Nein, ich habe Blutspuren hinterlassen. Kacke. Danke, Sandor, für deinen Sub. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Übrigens, wie gesagt, ich bin erst vor drei Stunden Partner geworden. Ich richte das noch alles ein. Das war ein bisschen unerwartet. Dankeschön. Vielen Dank. Also, unerwartet, dass es dir zu schnell geht. Vielen Dank. Knochenhautentzündung der Rippe war auch sehr eklig. Oh Gott, das Ausatmung hat wehgetan. Das glaube ich. Da weiß man wieder, wie toll es ist, eigentlich gesund zu sein. So, wohin? Wohin, 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 wohin? Oh, da war doch was an der Tür, oder? Habt ihr das gesehen? Warte mal, kann ich nochmal zurück? Habt ihr doch noch genau gesehen. Da hing doch was an der Tür. Jetzt geht es nicht mehr auf, oder wie? Dein Weibel. Danke auch für deinen Sub. Vielen Dank, wie lieb. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Alles easy und ohne Stress. Hallo scheinbar nicht. Grüße dich. Wahrscheinlich schlafen 60% von den Zuschauern. Ist auch so, klar. Die lassen es nebenbei laufen, machen gerade irgendwas, sind still. Zuschauer schlafen. Also voll in Ordnung. Dann haben sie danach Albträume wegen mir, wenn sie aufwachen. Oh, let the darks out. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Mach schon, Kerle. Mach schon. Hallo, Schlafzimmer, Stefan. Ich bin neu hier. Gutes Game. Hallo, geiler Name. Schlafzimmerblick, Stefan. Oh, halt, wir nehmen erstmal das hier mit. Da war was an der Tür gehangen, Mann. Origami, das hab ich nicht gesehen. Okay. Nebenbei, Trömmel, was denn wegen meiner Stimme? Vor wie der Wind draußen pfeift. Jetzt hätte ich Panik. Aber richtig Panik. Oh Gott, Leute, ey, das wird so ätzend jetzt. Ich muss jetzt drauf achten, wo der Wind hinzieht. Und da muss ich hin. Also, wo der Wind herkommt, muss ich hin. Ich verstehe aber nicht, warum er nicht einfach die Scheiben links, rechts wegwischt. Jetzt geht der da voll ins Reihen. Oh, ätzend. Echt so ätzend. Anstatt das einfach wegzuwischen, so ein bisschen. Na gut, es wird... Ja, ich muss gar nicht hinschauen jetzt gerade, echt. Komm schon, schaffst du, Kerle. Genau, immer schön weiter, schön langsam. So. Wie smart. Gucken wir mal. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Okay, also, Windhauch habe ich jetzt richtig gesehen, dass der von hier kommen muss, oder? Oder? Habe ich doch richtig gesehen, oder nicht? Oh Gott, fürchterlich. Kann ich nicht auch langsam gehen, dass der sich nicht so aufschneidet? Okay, das war schon mal nicht richtig, aber warum? Scheiße, Sackgasse. Fuck it. Dann haben sie mir das aber falsch angezeigt, hier. Ganz langsam, du schaffst es. Ganz langsam. Nicht zu fest. Ich weiß, es tut weh, aber auch die Knie und alles. Ja, echt widerlich. Widerlich. Danke, Svenson. Träumig süß, du machst das super. Find deine Stimme nicht schlimm. Klieg, Sassy Patch. Ach, das ist lieb. Dankeschön. Kutzig. So, kann ich hier bitte jetzt ein Streichholz rausholen? So, Leute, ihr müsst mir jetzt helfen. Ich bin doch nicht blöd, oder? So, die Flamme. Kommt. Also muss ich doch da lang, oder? Ich muss doch jetzt nach rechts, weil die Flamme geht nach da, oder? Sehe ich das richtig? Hallo, Austrians Hope. Grüße dich. Flamme ging nach rechts. Komisch. Vor allem, wo kommt das ganze Glas vor allem her? Ja, rechts. Okay, also. Nicht, dass ich jetzt irgendwie doof bin. Ich muss jetzt nach rechts. Habe ich das richtig? Weil es war gerade auch rechts. Das war komisch. Vor allem in eine andere Richtung. Aber da ist schon wieder, guck mal, da ist schon wieder eine Sackgasse. Das ist doch, das ist doch dumm, oder? Das ist doch, das ist doch falsch, was die mir hier erzählen, oder? Habt ihr das gesehen? Die Flamme geht nach rechts, aber so nach links. Okay. Echt? Ach so, weil der Luftzug, weil der Luftzug die Flamme herzieht. Okay, alles klar. Scheiße, Mann. Stört gleich. Was Feuer gibt da hin, wo die Luft ist? Okay, ich dachte, dass der da hinpustet. Fast recht ist ja ein Kanal. Stimmt. Ist da vorne was? Dankeschön, Leute. Ihr seid die Besten. So, jetzt nochmal. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, wo die Flamme hingeht. So, Flamme geht. Flamme geht nach links. Also muss ich da hin. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Tut auch überhaupt nicht weh. Ich würde da echt an seiner Stelle mich ganz klein hin, also mit den Füßen vorankriechen und mit den Handflächen auf den Boden. Ist der nicht mein? Wer hat da die Glasscheiben so verteilt? Ich glaube, das war der Killer. Frag mich aber nicht, wie er das gemacht hat. Er hat die Ratten beauftragt. So. Also, ich muss jetzt nach rechts. Habe ich recht? Nach rechts, okay. Ihr seid ja super, Leute. Zusammen schaffen wir das. Wir retten unseren Sohn. Oh, das sieht gut aus. Ja, mit den Schuhen wegkicken. Genau. Der Typ kann einem leid tun. Ja. Wer, wie und warum, das frag ich mich allerdings auch. Komm schon, du schaffst es. spießt dir das schön rein. Immer schön durchatmen, Kerle. Du schaffst es. Genau. Oberteil machen und Weg freibischen. Easy. So. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Ups. Aua, die Knie. Das sieht echt nicht gut aus. Und die Rippe und alles einfach. Und so, rein das Loch da. Hätte ich gerade noch Bock. Okay. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. rein da in den Behälter. Ja. Wuhu. Jetzt bleibe ich mir noch die Beine. Ich kann es an seiner Stelle mal ein bisschen festhalten, wer weiß, wo er landet. Oh nein. Ich hasse diese Scheiße. Ich wusste, dass es noch irgendwie was kommen muss. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe so kleine Finger, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ich habe auch Angst, vor allem du kennst ja den Mörder nicht. Vielleicht will er dich ja doch irgendwie bösartig umbringen. Caution, risk of electricity. Okay, ja klar. Sagt Flo, dass wir hier einen elektrischen Schlag kriegen. Und da hinten ist der Ausgang. Oh, vielleicht könnt ihr mir da den Weg leiten. Das check ich nämlich nie, wo es da lang gehen soll. Ich mag Quicktime Events nicht. Du machst es gut. Dankeschön. Oh, ob das so ein guter Ehe war? Okay, muss ich hier rein? Ich probiere es jetzt mal. Okay, Leute, let go. Oh Gott, ich habe gar nicht so viele Finger. Ich habe gar nicht so viele Finger. Ich habe nicht so viele Finger. Hör doch. Warum macht er es nicht? Ach, weil er gar nicht durch kann. Ja, es gibt kein Durchkommen. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, irgendwas sich durchzuquetschen? Oder habe ich einfach nur losgelassen? Mir wäre es egal, wenn ich mein Kind retten könnte. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe außerdem losgelassen, oder? Coward. Ich will raus. Nein, ich will nicht verlassen können. Ach so, bleiben auf jeden Fall. Ich kann gehen. Ach so, deswegen steht das dran. Alles klar, hätte ich mir denken können. Kann ich bitte noch mal es probieren? Ja, okay. So, also. Nochmal. Ich halte alle Tasten gedrückt. Ich bin auch ganz vorsichtig. Und ich habe nicht so viele Finger wie diese Scheiß-Controller von mir abverlangt. Ne, er geht nicht durch. Er geht nicht durch. Das geht irgendwie nicht. Kann ich da hinten noch lang? Kann ich da um die Ecke? Muss doch noch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, hier irgendwo durchzugehen. Also da schaffe ich es auch auf gar keinen Fall, oder? Ne. Ja, auch nicht. da. Ach, da gibt es noch eine Möglichkeit. Alles klar. Okay. Oh Gott, Leute, ich hasse das so. Und da darf auch noch mein Arschi nicht irgendwie was berühren. Bitte nicht noch eine Taste. Ich schaffe das nicht. Oh Gott, Leute. Da, wo kein Strom ist vielleicht? Stromkasten hinter dir geht nicht. Okay, jetzt muss ich gucken, wo ich lang muss. da geht es auch lang. Da geht es lang. Und da geht es lang. Das ist ja unfair. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Probier es einfach mal. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ja, das sieht gut aus. Okay, uff. Ich habe gleich gebratenes Schnitzel. So. Ich gehe jetzt mal. Kann ich, da kann ich nicht lang. Kann ich da lang? Probieren wir es. Gibt ja keine andere Möglichkeit. Oh Gott, ich hasse es so. Das schafft er doch niemals, oder? Schafft er das? Dann hätte ich ja auch gerade ausgeben können, oder? Theoretisch. Oh Gott, was machst du denn, Kerle? Oh Gott, Kerle, was machst du denn? Oh Gott, Kerle. Ah, ich hasse das Spiel. Ich habe es geschafft. Ich spiele Mespi Senderis. So, da kann ich auf jeden Fall auch durch. Das habe ich direkt gesehen. Hier kann ich durch. Das schaffe ich. Okay, Leute. Drückt mir die Daumen, feuert mich an. Ich will Liebe. Gibt mir Liebe. Los, liebet mich. Ja, Hufi rüber. Ja, 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 sehr gut. Augen zu und durch. So, ich denke mal, wie ich das Spiel einschätze, kann ich jetzt wahrscheinlich hier lang, oder ich gehe mal hier lang. Machen wir es einfach. Wenn ich es überhaupt kann. Oh Gott, das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Hilfe, so viele Finger habe ich gar nicht. Ich glaube, das wird nichts. Wie soll das denn funktionieren? Ne. Okay, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Das haben wir jetzt kapiert. Ich glaube mal, dass ich vielleicht dann hier lang muss, halt da. Probieren wir es mal. Zum Glück habe ich keinen Zeitdruck. Das wäre echt scheiße. Okay, let go. Okay, so habe ich das Spiel einsch... Oh, da vorne ist Wasser. Wetten, da muss ich hin und dann bin ich done. Ich schätze mal, das Spiel so ein, dass ich hier hin muss. halt da. Ich denke es mal. Ja, und jetzt muss nämlich gerade außen, da hat es Wasser. Und wenn ich da verkack, bin ich direkt weg vom Fenster. Schätze ich mal so ein. So, Leute, jetzt aber. Ich glaube, da kann ich gar nicht durch, oder? Kann ich da durch? Oh Gott, der macht's. Du Psycho, du blöder... Wie viel soll ich denn noch drücken? Ich habe nicht so viel Finger, Mann. Okay, es geht nicht. Ah! Okay, ich habe keinen Zeitdruck. Nur, wenn du zu lange brauchst, deinen Sohn tot. Na, super. probieren wir das mal. Ey, Leute, ich habe nicht so viel. es geht nicht. Ich muss aber zurück und dann geradeaus. Oh Mann. Mann. Ich muss zurück. Und dann geradeaus. Ja, das sieht gut aus. Okay, sieht gut aus. Okay, du schaffst es, Kerle, komm. Ja, Kerle. Los, Kerle. Rob dich durch, Alter. Ja. Mach das. Robe mit dem kleinen Speck. Ja, try Ace. So. Und jetzt nochmal geradeaus durch. Dann hän ich es geschafft. So, das schaffst du jetzt. So viel Finger habe ich jetzt wahrscheinlich gar nicht. Bam! Yes. Yes, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. sehr gut, Leute. Sehr gut, Leute. Didi. Didi. Bah, bah, bah. Komm schon, nicht weinen, du schaffst es. Nur noch drei Prüfungen und die werden nur noch schlimmer als die, die jetzt waren. Aber hey, an der Wand wurde eine angezeigt und vorne an der Tür auch. Was wurde angezeigt? Ja. Was wurde angezeigt? Wuhu. Stellt euch vor, er wäre beim Aufstehen nach der Ollen gestolpert. Nach hinten. Das wäre es doch. Greetings. Hallo, Techo. Lash, Techo. Techo? Schmetterling. Ach, Schmetterling, ja. Schmetterling. Erinnerung. Führen sie die Bebego-Branse nach? Hast du eigentlich schon einen Lightbot? Nein, muss ich noch alles einmachen. Einfügen und organisieren. Mittwoch, 21.06 Uhr. Dieser Arsch. Guten Morgen. Hallo, Baschdi. Grüßdi. Jetzt ist die Tür offen. Schon wieder der, also, dass sie sich nicht fragt, was mit dem abgeht. Hoch mit dem Kaliber hier. So schwer ist er nun auch wieder nicht. Krass, dass sie das überhaupt schafft. Ist ja gar nicht so leicht, einen leblosen Körper zu bewegen. Nicht, dass ich darin Erfahrung hätte. das sind Geräusche. Das sind Geräusche. hören Sie mich? Die Stütte steht da, als würde sie permanent ihren Arsch anspannen. So, ich weiß, ich weiß, du hast heute keine Lust, aber es muss sein. Ich muss Ihnen die Sachen auszählen, um die Wunden zu versorgen. Also, wir schlafen, und sie so, komm schon, jetzt stell dich nicht so an. Der Arme. Der ist richtig arm. Sie haben sehr hohes Fieber. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Ran an den Speck. Die Knie interessieren sie halt überhaupt nicht. Wer braucht schon Beine? Beine, Beine, wer braucht Beine? Oh, ich kann die Box durchsuchen. Soll ich das machen? Erstmal, zu schnüffeln. Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Was wohl? Lies doch! Okay, Okay, Leute. Ich öffne mal den Arzneischrag. Da kenne ich mich ja aus. Schön, dass es immer parat ist. Das gibt es eigentlich sonst in keinem Hotel, in dem ich kenne. Ich mache Geräusche, ohne den Mund zu öffnen. Was ich für Sie tun kann. Voll arm. Desinfizitionsmittel. Das kommt erst mal auf die Händchen. Das kann jetzt richtig wehtun. Aber das ist okay. Ich habe alles desinfiziert. Hallo, Elbi. Guten Morgen. Medikamente. Fiebermittel auf jeden Fall. Dass da alles in dieser Wohnung drin ist, in diesem Apartment, in diesem Billigen, das wundert mich wirklich sehr. Kannst du aufhören, ihn währenddessen sanft über die Brust zu streicheln? Ihr kennt euch gerade seit drei Stunden, Mensch. Medikamente. Was gibt es noch? Schmerzmittel wäre nicht schlecht. Wir pumpen ihm einfach alles rein. Er nimmt ja sicherlich keine Pille. Keine Antibabypille. Kannst du aufhören, ihn jedes Mal sanft über die Brust zu streifen, Madame? Bitte. Danke. Tippeschrau. Mann liegt schwer verletzt im Bett und die Frau sieht, oh, die Schuhe. Was? Oh, der Schuhkarton denkt sich bestimmt, das sind Schuhe von Zalat. Jede Frau würde sagen, wie kannst du denn nur mit Schuhen im Bett liegen? Kann ich das dem überhaupt alles reinstopfen oder verschlafe ich dann die nächste Aufgabe? Ich glaube, das reicht jetzt mal, oder? So, ich glaube, das reicht jetzt mal. Ich habe Angst vor Antibiotikum. So, dann die Brandsalbe auf jeden Fall mal. Obwohl, die brauche ich gar nicht. Ich habe mich kein einziges Mal verbrannt. Möchte ich hier mal andeuten. So, wie blöd. Ich habe Brandsalbe auf die Schnitte getan. Hups. Äh, Verbandszeugs. Natürlich. Kannst gleich nochmal desinfizieren. So, jetzt brennt schön die offene Wunde noch auf. Wunderbar. Was mit dem anderen Arm? Ich habe mich mit dem anderen Arm auch verletzt, oder nicht? Ist egal, die rechte Hand ist die wichtigste. Jungs, sie versteht mich. Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Ob du mit einem Arzt zusammen bist? Sie haut wieder die Pülen rein mit den Dachs. Oh, ich bin Linkshänder. Okay, dann bei Basti müssen wir uns immer in die linke Hand kümmern. Leute, merkt euch das bitte. Das kann essentiell für alles sein im Leben. Ich glaube, der hat Fieber. Diskriminierung. Es tut mir leid. Ich würde mich einfach daneben legen. Wie wäre es mal mit den Knien? Ich glaube, dein Partner sollte ihm einen Crashcode geben bezüglich Erste Hilfe. Hoffen wir mal, dass ihm so etwas nicht passiert. Wo ist der Röhrenreiniger? Sag ich dann. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr drei Stunden. Warum spielen sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich, ja. Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Sie führen ein gefährliches Leben. Nicht aus freien Stücken. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe, aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Der Boy. Viel Glück. Ich muss Sie die ganze Zeit auf den Hintern schauen, Jungs. Das mache ich und Mädels. Das ist irgendwie sehr hypnotisierend. Ich kann es nicht, ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht beleugnen. Nächste Aufgabe, los. Aufgabe 3. Da ist der Letzte auch gescheitert bei Aufgabe 3. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? Ich bringe doch schon die ganze Zeit Opfer. Der ist ja auch nicht schlecht. Warum hat der so viel Verletzungen, ist das Spiel wie Detroit Become Human. Das ist sogar von den, von den gleichen Entwicklern. Ja. War das nicht David Cage? Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Und Detroit und Beyond Two Shows sind die gleiche. Ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Das ist ein Lekon-Harsch. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für drei der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit. Oh oh. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Es kam klatschnass um drei Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Boah, wenn deine eigene Ex-Frau dich verpetzt oder beziehungsweise anklagt. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Maas ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Danke, Stylish. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Kann ich den auch wieder erschießen? Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß! So. Sean Maas Leben hängt von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Lake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Oh. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst deperatiere ich für nichts. Kannst du dich mal bitte einmischen, als die ganze Zeit immer da hinten rum zu plärmen? Sie haben dazu kein Recht. Ey. Ey. Nein, rettest du nicht, du Spacken. Jetzt reicht's. Hallo Rino, ich grüße dich. Sorry. Es spricht halt alles gegen ihn. Knuterbulle, Böserbulle. Hm. Da sind Luguti. Gudi, Budi. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Maas an. Beobachtet sein Haus, Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Cop an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir's wissen. Ja. Ethan Maas ist der Origami-Killer. Ja. Das darfst du gar nicht sagen. Du darfst gar nicht jemanden beurteilen, wenn du's nicht sicher weißt. Aber okay. Der verprügelt, aber da schießt auch Leute, also... Ja. Gibt das von dem Spiel nicht auch einen Film? Echt, gibt es das? Müsste ich gar nicht. Das müsste ich gar nicht. So, weiter geht's mit dem Detective. Donnerstag, 7 Uhr, 76 mm Wasserstand des Regens. Gnudeln. So. Oh ja. Typische Schose hier hinten. Komm, ich zeig dir, wie man echten Schläger hält. So. Kerle. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Schalby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Oh. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Geil, ich mach dich fertig. Ist doch der Vater von dem, der die Serie angeschaut hat, den wir gerade beobachtet haben. So. Bälle sind im Kopf. Naja, solange kein Hase ist. Ich zeig dir den richtigen Hasen. So. Wunderbar. Was? Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Im echten Leben habe ich keine Ahnung vom Golfspielen, aber ich dachte, der kennt sich ein bisschen aus. So, Leute. Jetzt zeige ich euch mal, wie ein richtiger Ball schlägt. Schön mit Gefühlen in die Hüfte mitnehmen. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Das war doch nicht schlecht. Golf-Simulator. Danke, Shockwave. Vielen, vielen Dank. Aber sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gaudi in den Origami-Fall verwickelt ist. Ja, warum sagt er jetzt nichts mehr? Ja! Was für ein Schuss, Leute. Der gegen Weid. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlungen nicht beunruhigen. Schlafgut, Scout. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide gegen wen ich ermittle. Zack! Das wird immer besser. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Da du uns. Ist auf der Suche nach dem Kind, Mörder, aber spielt erstmal Golf. Nix wieder über eine Runde Golf. Wii-Sportkenntnisse wären jetzt auch an dieser Stelle. Stimmt. Riona wär echt gut. Hallo, Big Pass. Guten Morgen. Kurz mal reinschreiben, bevor es gleich malochen geht. Ach, wie süß. Guten Morgen. Wow, so früh? Was arbeitest du denn? Bist du ausgeschlafen? Geht es dir gut? Oh, die dritte Prüfung, Leute. Konzentration. Es wird ernst. Was ist denn nochmal die dritte Prüfung? Ich glaube, ich weiß es. Oh yeah. Let's get ready to rumble. Irgendwas muss er ja ausgefressen haben, oder? Was meinst du? Hallo Nico, guten Morgen. 7.47 Uhr. Der Wasserstand erhöht sich weiter. Mir kommt die Story sehr bekannt vor. Von was denn? Der Sohn oder Vater. Also du verdächtest den Sohn oder den Vater. Okay. Wir haben schon erste verdächtige Leute. Die Gnus meint es ernst. Oh süß, die Füßchen. Wow, hier würde ich nicht gern wohnen. Ich glaube, hier wohnt auch keiner. Da hat eine Schlange auf dem Boden. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Hm. Eidechsen. Denn Eidechsen wachsen Glieder nach und Schwänze. Und ich rede von dem hinteren Schwanz. Hat also schon mal eine Symbolkraft an alle, die das Spiel bereits kennen. Ach, wahrscheinlich muss ich einen von denen kaputt machen. Lass es bitte den neben der Tür sein. Und da ist nichts drin. Nix drin. Das Feuer. Salamende. Mach Beine auseinander. Salamende! Man ist voranstrengend bei 40 Grad. Die Scheiße hier zu rascheln. Ich glaube, der Sohn den auseinandergebracht hat, der Wodka trinkt. Wir werden es bald erfahren. Auch nicht. Auch nicht. Mann! Ich würde die trotzdem alle auf dem Boden verschlagen. Wahrscheinlich ist es der Grüne, deswegen ist es der an der Tür auch grün. Logik setzt ein, Leute. Logik setzt ein. Logik hat eingesetzt. Es wird wahrscheinlich der Grüne sein. Da war nämlich ein Grüner. Ich habe es genau gesehen. Da, der wird sein. Ja, Logik hat eingesetzt. Jetzt! Und bei uns ist es voll kalt. Hätte auch gern 40 Grad. Ja, so glaub mir, hättest du nicht. Hättest du nicht. Vor allem wir dürfen oft nicht durchlüften oder irgendein Fenster öffnen oder kalte Luft reinkommen lassen wegen dem Scheiß gegen Abend oder früh wegen dem blöden Busch. Feuer, Rauch. Sieht wirklich sehr unappetitlich aus. Ist toll, wie sich die Türen immer schließen. Minus 3 Grad. Geil. Hattet ihr denn schon alle Schnee? Hey, YouTube. Komm, wir schauen, wie laut ihr geht. So, was wollt ihr jetzt von dir? Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben fünf Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Hat sie gesagt, welchen Finger? Aber die Luft hat sie mittlerweile ein wenig gebessert. Ja, hat sie auf jeden Fall wieder gebessert. Aber es war teilweise schon echt übel. Bäh, volles dreckige Messer. Also, ich würde mir den kleinen abschneiden. Den brauchst du am wenigsten. Also, Leute. Finger abschneiden, oder? Wir brauchen den Hinweis. Ich muss es tun. Ich bin entschlossen und entschieden, es zu tun. Nimm dir bitte den... Ne, ne, ne. Nimm den kleinen Finger. Inhale, exhale. Komm schon, du schaffst es. Okay, Leute. Ja, nimmt den kleinen sehr gut. Sehr gut, sehr guter Mann. Guter Mann, den braucht man nämlich nicht so. Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Mach keinen Druck. Ich mach das jetzt. Es tun. Tu es, Kerle. Tu es, Kerle. Gibt es nicht einen Finger im Raum? Abschneiden ist doch kacke. Ja. Aber ich glaube, ich werde ja gerade beobachtet. Das heißt, ich muss es tun. Vor allem, ich würde halt nur ein ganz kleines bisschen machen. Haku-Nama-Tada. Diesen Spruch mag ich gern. Oh Gott. Oh Gott. Unter dem Tisch. Wisst ihr, wenn man das eher gewusst hätte mit unter dem Tisch... Eigentlich müsste er die ganzen Aufgaben gar nicht machen, wenn er gewusst hätte, wo die dummen Sachen versteckt sind. Gute Nacht, Schicksal. Gute Nacht, Schicksal. Er redet schon gar nicht mehr. Oh, schau mal. Rose-Welt. Okay, Leute. Das schaffen wir. Hat er den Finger mitgenommen oder liegt er da noch? Die Madison denkt bestimmt auch, wir gehen zu irgendeinem Salomaso-Club und schneiden uns jedes Mal was Neues weg und auf. Aber immerhin wollte er nicht, dass wir unseren Schnieppi abschneiden, Leute. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ich liebe Sushi. Vor allem hier in Melbourne ist der so gute Sushi. Hat er liegen lassen. Ach so. Gut für die Ermittler. Ich hätte mitgenommen. Meinen Finger hätte ich mitgenommen. Hallo, Albi. Ich liebe Corona, ja. Hallo, Alexa. Wie geht's dir? Tolle Emotes. Sie lassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird's gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Braun? Ach, danke schön. Voll lieb. Ja, man muss bei der Australiensonne aber auch echt aufpassen. Sie schmieren mich immer mit 50er, 60er ein, weil es gibt so viele Leute, die Hautkrebs haben. Er haut sich den Finger weg und sie redet über Foto. Es ist unnötig, dass ich die Punkte einlöse. Ich verstehe gerade noch gar nicht, wie Twitch funktioniert. Kann jemand Nasty die Antwort beantworten? Ich muss das noch alles einstellen, Leute. Ich bin noch ein kleiner Nubi. So, wo geht's denn hier rein? Ach, guck mal, da bin ich ja. Da kann ich denen zu denen ans Auto gehen und die nerven. Nee. Okay. Geht nicht. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist bloß? Die Polizei, da draußen. Ich glaub, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Oh oh. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Oh oh. Nee, ich lebe jetzt in Australien bis dieses Jahr Juni. Dann komm ich zurück. Okay, wir nehmen jetzt erstmal das hier. Los, 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 los. Vielleicht schaffe ich es diesmal, dass er entkommt. Ich bin hinterher an die Scheibe drücken vom Auto. Heute hat's geklappt. Was? Dass ich immer mich um kümmern muss. Ohne mich wäre der echt am Arsch. Ohne mich hätte er sein Kind nie retten können. Ja, ich bin jetzt Partner auf Twitch. Die haben mich ja auf der Gamescom, also die haben mich vor der Gamescom angeschrieben, gefragt, ob wir mal quatschen können, haben uns auf der Gamescom getroffen. Haben halt gesagt, sie haben gesehen, dass ich noch kein Partner bin, wie es aussieht. Und haben halt cool verhandelt. Und dann dachte ich, komm, es ist Zeit, es zu tun. Aber ich fang erst ab, also ich fang jetzt schon an, aber ab Februar soll es dann richtig losgehen. Ah, nein, nochmal. Sieht doch gut aus. Oh, zu gut. Danke, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Das ist ja süß. Merci beaucoup, meine Liebe. Dankeschön. Danke, 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 danke. Zu lieb von dir. Merci. Los, schieb, Weib, schieb. Oh, oh. Zugriff auf meinen Befehl. Oh nein. Sie bleiben hier, Kate. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür, Position halten. Zugriff. Scheiße. Nein, das ist noch viel zu früh. Komm schon. Ja, schnell. Ethan, Mann. Los, hier entlang. Ethan, Alter, los. Dankeschön an Reloadehack. Vielen Dank auch für deinen Sub. Das ist so lieb. Vielen, vielen Dank. Voll lieb. Dankeschön. Reloadehack, machst du eigentlich noch YouTube? Oder hast du gerade keinen Bock mehr? Dankeschön. Danke, danke, ihr zwei. Total lieb. Dankeschön, Hitomi. Voll lieb. Oh, das war aber ganz knapp jetzt. Haben sie nicht gesehen? Oh, shit. Dann fallen wir entspannend. Okay, los. Leute, wir schaffen das. Wie ich mich in Gefahr bringen wegen dem. Ich bin ja voll die Komplizin. Das ist doch scheiße. So, jetzt sehen sie es schon mal nicht mehr. Das ist schon mal gut. Oh, es ist ekelhaft. Oh, es ist ekelhaft. Ich will nicht, dass sie mich sehen. Oh, es ist scheiße. Ich habe jetzt voll den Umweg gemacht. Scheiße. Nein. Nein. Scheiße, nein. Was? Oh, scheiße. Ich bin so ein Kack-Noob. Das Klatschen ist zu laut, aber ich weiß nicht, wie ich es ausstelle. Mal mehr, mal weniger. YouTube. Habe es ja mega schleifen lassen. Ja, aber ich finde, das, was du machst, hat Potenzial. Kann ich ihn nicht irgendwie retten? Scheiße, ich habe verkackt. Ich habe voll verkackt. Fuck. Fuck it. Voll verschissen. Das ist ja gemein. Das ist ja richtig gemein. Ich glaube, man wurde am Ende eh mal festgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Am Ende wurdest du eh mal gefangen, oder? Sag bitte ja. Danke. RIP. Ich bin nicht ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Ethan, ich will Ihnen doch nur helfen. Ich will verstehen, was passiert ist. Sie müssen mir einfach vertrauen. Ich will verstehen, was passiert ist. Ethan, reden Sie. Verdammt, nochmal! So wie Until Dawn? Ja, kann man sagen. Es ist eher ein bisschen wie Beyond Two Souls und wie Detroit. Das ist von den gleichen Machern. Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an. Acht Fotografien. Acht Leben. Ausgelöscht. Ertrunken. Im gottverdammten Regen. Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was! Reden Sie. Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ach, jetzt er denkt, er glaubt selber, dass er es war. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Sehr gut, Spencer. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Jetzt machen wir die Kamera aus, damit er misshandeln kann. Ich will ihn eigentlich nicht mit dem allein lassen. Genau, wegen der Blackouts. Mein Lieblings-Sushi ist, äh, der ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Genau. Mein Lieblings-Sushi ist, äh, die mit Lachs-Streifen drauf. Nigiris? Das Geständnis ist so vollkommen wertlos. Der Fall wird geschlossen. Scheißkerl! Blake, was machen Sie? Der Typ ist ein Killer. Er hat keine verdammten Scheißrechte. Und er wird jetzt alles ausspucken. Den Typ sollte man feuern. Der ist überhaupt nicht sachlich. Viel zu emotional und dumm. Was ist denn euer Lieblings-Sushi? So ein Idiot, echt. Der Scheißkerl prügelt ein Geständnis aus Mars. Er will einen entschuldigen, auch wenn es der falsche ist. Das nehmen wir jetzt auf, Leute. Das nehmen wir jetzt auf. Kann ich Rekord drücken, bitte? Nee? Wieso nicht? Ah, okay, gut. Petzen ist immer gut. Wo ist denn der Chef? Cheffe! Wo ist Cheffe? Wo ist der Chef, verdammt? Der muss doch irgendwie ein Extra-Büro haben, oder? Die Musik macht mich ein bisschen nervös. Er hat da bestimmt, oder? Nee. Mit Gurke. Oh, die mit Gurke. Ich will nicht pinkeln. Ich will petzen. Wo ist denn der? Ah, da ist er, oder? So, jetzt wird gepetzt. Blake prügelt gerade ein Geständnis aus Ethan Mars. Sie müssen etwas tun. Was ist wichtiger, Norman? Sean Mars zu finden, oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen. Wo gehobelt wird, der Fall nun auch mal spät. Verdammt noch mal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn leben zu finden. Der Fall hat sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde ihnen gut tun. Ich brauche das nicht. Keine Drogen! Ich brauche das nicht. Ich muss in vier Stunden in die Schule. Dann ab ins Näschti! Ab ins Näschti-lein. Oh, ist das warm. Ups. Ich kann gut spielen. Sachen, was Sache ist. Schön petzen. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht acht Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von... Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Mit der von Matrix und Neo, ja. Die Sonnenbrille on point. Aber echt. Also wenn es der Butler nicht ist... Nochmal die Hinweise. Das bringt gar nichts. Es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist. Aber wer weiß. Ja, dann schauen wir doch mal an. Keine Daten. So, Merker. Ah, da ist ja der Ausweis. Ja, das ist okay. Gut, dann auf, auf. Okay, das war's. Alles klar. Habe ich es auch mal endlich gerafft, Leute. Oh, ich habe den Muskelkater von gestern. Oh, das wird heute nochmal schlimm. Schreibe gerade über die Konsumentengruppe der Lohas über einen nachhaltigen Lebensstil. Oh, das ist interessant. Wie viele Seiten? Erinnerst du dich an mich? Wir haben früher auf Insta hier und her geschrieben. Mir sagt der Name was tatsächlich. Ich wusste es aber nicht, dass ich es gerade zuordnen kann. Wann war denn das? Ich bin generell schlecht im Namen, um ehrlich zu sein. Ich bin ein richtiger Noobie. So. Auf geht's, Leute. Wir haben den ersten... Wir haben einen Hinweis. Einen Hinweis, ein Hinweis. Dann gehe ich jetzt zu dem Ende. Er ist taffer, als ich dachte. Ganz egal, der singt. Wie alle. Auf jeden Fall, mein Glückwunsch, Lieutenant. Das war sehr gute Arbeit. Gar nicht. Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in einer Stunde. Das wird eine Riesensache. Wollen Sie nicht lieber erstmal auf sein Geständnis warten? Hat er gestanden? Noch nicht. Ich verstehe. Gehen Sie raus. Ich... Äh... Lieutenant Blake sagte... Bitte. Gehen Sie raus. Okay, Sir. Ich warte dann vor der Tür. 40 bis 60 Seiten. Wow. Das ist schon ein Jahr her. Was süß, dass du dich erinnerst. Ja, dein Name sagt mir was. Ich wusste jetzt nur nicht, ob es auf Twitch war. Sind Sie okay, Ethan? Oh, der Arme. Sollte mal kurz aufnehmen, oder? Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Okay, dann hilf Ihnen, aber mach erstmal die Kamera aus. Ich warte jetzt erstmal, ob die Kamera aus ist. Weil ich habe keinen Bock, dass da irgendwas gefilmt wird, was ich hier mache. Das wollen wir ja nicht. So. Eigentlich müsste der Polizist jetzt wieder reingehen, aber das lassen wir mal so stehen. So. Gibt es hier irgendwas für mich zum Zigeunen? Hä? Hat er sich da reingespawn? Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Gut, du Idiot. Danke. Kamera. Ausmachen. Sehr gut. Sehr gut. Das hätte ich nämlich nicht ausmachen können. Dann wäre auch der Beweis gewesen, dass ich... Oh. Was ist denn da? Kann ich da irgendwas machen? Ah, das klaue ich für ihn. Sehr, sehr genial. Genial, Leute. Ich bin gut vorbereitet. Sehr gute Arbeit. Sie haben ihn verprügelt. Den Bastard. Und so. Die Schlüssel für die Handschellen. Scheiße, was mache ich da? Beihilfe zur Flucht. Das kostet mich die Marke und bringt mir 10 Jahre Knast ein. Ach, sehr gut. Da ist er ja. Ja, hat auch keiner gesehen. War auch überhaupt nicht. Aber wir haben ja ganz bestimmt auch keine Überwachungskameras. Aber hey, Leute. So macht man das. Leiky geschlafen. So, mein Freund. Das war's. Sie sind frei. Und das sind Abdrücke auf den kleinen Schlüssel. Super. Der lässt da liegen, du Idiot. Hättest auch Handschuhe mitgenommen. Du arbeitest doch bei der Polizei, verdammt. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beangeln, kommen Sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Kein Anhalten. Kein Reden. Kein Denken. Nur Laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich auch. Voll unauffällig, ne? Wenn da irgendein... Pff. Schlaf gut, Aschamaru. Gnudi, Budi, Nachti. Scheiße. Das dürfen die gar nicht machen. Das ist gar nicht... Das ist nicht erlaubt. Es ist gar nicht erlaubt, irgend so was zu sagen, wenn es kein Geständnis gibt. Das heißt, man hat den Verdächtigen. Was ist denn das? Ach ja, die Frau kommt heim. Was meinst du, du mit runterladen musst? Sie nennen sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Und der Typ unten kann es nicht irgendwie erinnern, dass der bei ihm war. Die steht bestimmt auf Killer, die Tante. Gibt ja so Frauen. Ich... Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an... ein Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren sie in dem Apartment? Warum sind sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich. Meine Liebe zu Sean... Ja, es gibt McDonald's und Burger King heißt ja aber anders. ...um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohnen führt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Bitte, Madison. Gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Hallo, Raffi. Oh, das ist Kurzfassung, um einen Killer, der Kinder entführt und die Väter herausfordert, die Kinder zu finden innerhalb von drei Tagen, sonst stirbt das Kind. Ganz, ganz knappe Kurzfassung. Ist aber sehr spannend. Okay, niemand da. Ich kann jetzt Aufgabe 4 annehmen. Die Schachtel lässt er da einfach so offen stehen. Ich würde die doch verstecken. So, Aufgabe 4. Was wird das wohl sein? Sie sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten. Brad Silver, 6784, Longride. Ledigen Sie ihn, schicken Sie ein Bild, holen Sie sich Ihre Belohnung. Oh, wir müssen jemanden töten. Ich habe vorhin aussehen auch jemanden getötet. Damit habe ich in Computerspielen keine Probleme mehr. Solange es keine Tiere sind. Also, die Scheibe wüsste gar nicht, wie sie so eine Waffe bedienen soll. Shelby. Da siehst du kaum, was er in seinen Augen sieht. Donnerstag, 11.10 Uhr. 84,63 Millimeter. Ja, ich spiele auch Fortnite und COD. Manfred! 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 Bist du da? Aber ist er noch? Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott! Scott! Scott Shelby! Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey! Schön, dich zu sehen! Wie lang ist das her? Oh, bestimmt schon zehn Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. So. Würdest du für mich rangehen, Scott? Na klar, natürlich. Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach ich. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Manfred, können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Manfred. Hier hat sich nicht viel verändert. Nur der Staub. Und die Ohren ticken immer weiter. Schön, Manfred wiederzusehen. Wie in alten Zeiten. Also. Auf die Freundschaft. Runter mit der Scheiße. Gefällt sie Ihnen? Ja, sie ist wunderschön. Eine Stradelli. Hergestellt im Venedig des 18. Jahrhunderts. Das ist eines meiner Lieblingsstücke. Also Scott, was führt dich her nach so vielen Jahren? Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Hm. Lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Klar, sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Hinter der Theke? Ja. Heavy Rain, ja. Genau, Heavy Rain zock ich. Das lade ich dann auf den Zweitkanal hoch. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja. Da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Schreibmaschine. Schreibmaschine, Leute. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Okay, quasi. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Ist das ein seltenes Modell? Gute Nacht, äh, kommt so los. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Wirst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur zwei Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Hmm. Hmm. What the fuck? Hmm? Hmm? Da kennt sich ja jemand aus, ne? Aber alles andere, was wir angefasst haben, juckt keinem, weil es zu viele. Und jetzt? Ich will raus! Ich will raus! Ja. Stimmt. Wo haben wir Fingerabdrücke hinterlassen? Schnell überlegen! Ach so, ja, da hinten auch noch. Also das einfach so warmes wegzuschubbeln. Oh Gott, alles hier freirubbeln. Los, schnell putzen, bevor die Polizei kommt! Schnell putz die Scheiße weg und da oben hinterlässt er gleich neue. Sehr gut. Okay, das auch noch. Hallo Amante, grüße dich! Du warst schon mal ne Video von Amante, kann das sein? Äh, nicht dass ich wüsste. Oder? War ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Abo zocken bei MW machen wir auf jeden Fall noch, ja. Habe ich noch, das Telefon habe ich noch angefummelt, ne? Das Telefon habe ich noch angefummelt. Oh Gott, wie lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. So. Lauf, 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 lauf. Gehen. Das war's, fertig. Sind alle weg? Ich hoffe. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Eben, er macht's sauber und fasst danach wieder an. Geil. Abo zocken, ich denke, sobald das neue Update rauskommt. Also, das Opfer wurde ermordet, als sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Kacke, die Polizei hat uns. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Zweites Telefon vergesst. Stimmt, scheiße. Style, sehr gut beobachtet. Stimmt. Sieh an. Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Hallo Nico. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. Bist du grad an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Weißt du zufällig, wann du das Abo-Zocken machst? Äh, genau, beim Update. Zweites Telefon vergessen. Hallo, Nico. Das freut mich, Grunzo. Ja, Phil, das stimmt, hast recht, ja. Tschüss, Big Buzz. Viel Spaß. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Börder meines Sohnes. Ich brauch sie nicht. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein, gehen heim und lassen mich mit Ermittlung weitermachen. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Sag mal. Ja, ich hab ne Zeitverschiebung von 10 Stunden. Bei mir ist sie jetzt 14.30 Uhr. Hallo, Panik-Buffel, Panik-Buffel, süß! Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Ich bin ein Idiot. Ich lauf ihr lieber nach. Krass, ich bin ganz so wirklich hier reingekommen und dein Twitch-User Name ist Saftiges, nur ich grüße dich. Die Saftiger mir wächst. Saftiges Kind. Geil. Wie super. Hallo, Benno. Sehr gut. Guter Name. Gutes Kind. Wenn ich dir nett will, steht, this value is not valid. Darüber ist mein Follow. Yeah! Willkommen in der Saft-Army. Dankeschön, Nico, für deinen Sub! Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Nico. Stimmt, das könnt ihr nicht donaten? Ist da irgendwas schiefgegangen? Ist das so? Oh, Donnerstag, 11.15 Uhr. 85,50 Millimeter. Jelly Bean! Danke auch für deinen Twitch Prime! Vielen, vielen, vielen Dank, Jelly Bean! Ihr seid ja süß. Danke euch zwei. Willkommen. Ab Montag gibt's Subs. Da richte ich alles ein für euch. Dick, dick. Open the fucking door. Danke, Jelly Bean. Voll putzig. Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Hey! Bleib ganz ruhig, Mann. Ja? Bleib cool. Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal. Hä? Boah, scheiße. Oh, shit. Oh, Gott. Hilfe. Oh, Gott. Oh, Gott. Ab ins Kinderzimmer. Da kann der froh sein, dass keine Kinder daheim sind. Keine Familie, ey. Das war echt gefährlich. Oh. Hilfe! Der kennt sich ja besser aus als ich. Oh, shit. Fuck. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte, erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine. Ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen. Ich bin auch Vater. Batz. Ja, aber ich hab keine Wahl. Außerdem ist er Drogendealer, Leute. Glaubt ihr nicht, wie viel Menschen er das Leben versaut? Ach, Duka. Danke für deinen Zapf. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. So. Da würde ich auch erst mal eine Runde kotzen. Hallöchen, Christian. Guten Morgen. Style Sticky, danke für deinen Zapf. Vielen, 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 vielen Dank. Wir hatten diese Schrottflöte zu Hause. Oh Gott. Okay. Guck mal, die Waffe. Da ist wieder der Hinweis drin. Ich hätte die ganzen... Ich hätte vier von den Aufgaben gar nicht machen müssen, hätte ich von Anfang an gewusst, wo diese dummen Karten sind. Leid geschlafen. Hab mich schon gewundert, wie viel Poolen der hat. Hi. Dankeschön. Am Montag gibt's Zapfs für euch. Äh, Emotes und alles drum und dran. Vielen, vielen Dank. Gart, ob Drogendealer oder nicht. Im Kinderzimmer der Kinder. Der Kinderzimmer würde ich verstören, wenn die Kinder... Ja, auf jeden Fall. Oh, sieht aber nicht gut aus. Ganz schön wenig Hinweise, muss ich sagen. Nur zwei. Ganz schön erbärmlich. Letzte Aufgabe, Leute. Das ist die vierte gewesen. Was ist denn der Hype-Train? Versteht es nicht? Ich bin noch voll der Noob, deswegen wundert euch nicht. Ja, das war's dann wohl. Abhauen. Jetzt hab ich wirklich einen Mord begangen. Oh, schön schlechtes Gewissen machen. Aber wie viele Familien zerstört denn der Drogendealer? Muss man ja auch ehrlich sagen. Hört auf, mir einen Vorwurf zu machen. Sonst werde ich Bäs. Matt, hier ist Sam. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Hallo Patrick. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hat sich echt nicht geklaut. Okay, jetzt gehen wir zu dem Psycho. Ist später. Es wird spannend, 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 spannend. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Der Arschmann, der sieht so irgendwie proportional nicht so richtig aussehen. Alles fit und bei dir, Patrick? Oh, hallo. Hi. Ähm, bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Ich weiß, Abo-Emots kann ich gerade noch nicht machen. Es ist ja, wie gesagt, erst seit ein paar Stunden die Partnerschaft freigeschaltet worden. Und da steht, wenn ich die einfügen will, dass es noch bearbeitet. Aber ich habe schon E-Mots ganz viele. Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht. So ungefähr drei, vier Packungen. Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hole mir auch einen. Nein, man trinkt nichts vom Kranken. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Creep. Creep. Ich habe sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ein Typ auf einer Party. Er gab mir Betropen. Er sagt, er sei von Ihnen. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich lüge gerade. Schluss ab, du. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie. Nein. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Wie er mich hasst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. So, ich meine jetzt... Decker ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Für Emotes müsst ihr einfach nur submen, aber ich würde euch empfehlen, das einfach am Montag oder so zu machen, weil dann habe ich auch die Emotes drin. So, ich suche jetzt mal schnell alles, weil wenn ich jetzt nicht schnell genug bin, Leute... Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. So, Schlafzimmer ist immer gut. Schnell, 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 schnell. Die traut sich aber was du. Okay, da kann man nichts durchführen. Ich muss mich jetzt beeilen, sonst... ...war es das mit mir. Schnell, 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 schnell. Ich habe Angst, der kommt und mich haut. Operationskittel. Ich dachte, er praktiziert nicht mehr. Vielleicht eine schräge Art von Andenken. Lauf, Mädchen, lauf! Ich muss noch irgendwo einen gescheiten Hinweis geben. Oh Gott, ich hätte da so Schiss, echt. Ich kann ja behaupten, ich habe die Toilette benutzen wollen. Hier gibt es... Ah, da. Oh Gott, Leute. Ich bin in Australien. Ich muss raus. Wie viel Zeit habe ich beim Durchsuchen? Weiß das jemand zufällig? Oh, Scheiße. Fuck, jetzt hat er mich. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Versprochen. Fuck. Oh. Oh. Ah. Sagen Sie hi zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspion. So. Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marple Street. Ich habe sie an Paco vermietet. Einen Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Scheiße. Ich habe gesagt, es ist mir das alles egal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Fuck. Mir fehlt das Operieren. Also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier. Also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Das ist ja creepy. Achtung, das können Sie wehtun. Hilfe! Hilfe, nein! Oh, will der mir einen Schritt reinschrauben? Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich höre den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie? Dass er den Mund nicht zuklebt. Hört man ja voll. Scheiße. Kann er nicht die auch sterben? Ja, gell? Ich glaube, es ist nicht die Zeit zu sterben, Mann. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes mit dieser prächtigen Bibel. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, 5 Dollar. Oh, sehr gut. Nein, danke. Kein Interesse. Gutes Mädchen. Ich glaube nicht, dass Sie an Bord Gottes kein Interesse haben. Wir, seine treue Herde, sollen in seinen Spuren wandeln, wie Johannes sagte. Ah, vielen Dank. Aber ich brauche nichts. Geht ja Nerven. Scheiße, jetzt kommt er. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ja. Oh, Gott. Oh, nein. Ja, an die Eier. Sehr gut. Wie lange lebt der denn noch? Hallo, das ist Amerika. Jetzt mache ich ihn doch endlich fertig. T-Bang. Lappen. Lauf, Kindle, lauf. Das war's. Nämst du dich ja. War es das wert? Nur um den Hinweis bei diesem Club zu bekommen? Ich bin mir da nicht sicher. Ja, und hätten wir das Getränk nämlich getrunken, dann wären wir nämlich in Unmacht gefallen. Also, wenn man es schafft, rechtzeitig alles zu durchsuchen, abzuhauen, hat man seinen Hinweis. Aber, ja. Access prohibited. Nicht erlaubt. Betreten verboten. For your safety. Access on or around. Ich sagte doch rein! Ich wusste nicht, dass diese Karte mit dem Ding ausreicht, mit dem Club. Ich dachte, da gibt's noch mehr zu holen. Ich dachte, da gibt's noch mehr zu reißen. Hallo, Bitaxos. Grüße dich. Mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. So, mal wieder alleine unterwegs. Das ist sehr schlau. Auf einmal, wenn man sich mit so einem gefährlichen Typen anlegt. Das ist immer eine gute Sache. Hey, Weißbrot! Was willst du denn hier? Norman Jaden. FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Schiffrobleman. Ich wollte auch mal tippen. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, man. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben. Wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Ich würde gerne in seinen Nackenschwarze so machen. So kutschikutschikutschiku. Ey, Kollege. Ich suche jetzt alles. Mit meiner super special Brille. Blut. Warum ist hier Blut? Das ist eine sehr gute Frage. Nett. Nett, der Herr. Da hat man gleich Bock, dem hier rumzuchillen. Da sind doch Fingerabdrücke. Das sehe ich doch genau. Oh, da ist doch was. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Magic. Jack. Okay. Am Fernseher auch. Okay. Also nichts bedeutungsvolles. So. So. Hm. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Autor. War das Autor des Mörders hier? Dann gehen wir mal da weiter. Wow. Da gibt es ja viel. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Ach. Wahrscheinlich der Ethan. Wie ich hier einfach ungefragt alles durchsuche. Jacksonville. Nichts von Besonderheit. Gott, wie viel es hier gibt. Die Gedankengänge sind einfach zu gut. Wo bleibt der Schwarzlichttest? Ja, aber echt. Gute Frage. Auch Jacksonville, alles nichts wichtig. Wahrscheinlich muss Ethan Mars, finde ich jetzt bestimmt auch. Werte ich mit euch. Oh. Oh, oh, oh. Ich sehe hier Sporen. Seht ihr das? Hier sind Sporen. Hier ist irgendwo ein eine eine Ding muss hier irgendwo sein. Eine Orchidee. Magst du Nintendo? Ich liebe Nintendo. Ich liebe Zelda. Ich liebe Mario. haben wir auch mal wie Idris Mansion, Odyssey, haben wir alles auf dem Zweitkanal durchgespielt. Zelda, Ocarina of Time. Also da kommen noch mehr Spiele. Danke, Baba. Vielen, vielen Dank für deinen Sub, mein Lieber. Danke, 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 Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hier ist doch irgendwo diese Orchideenspore in der Luft. Diese Spore. Das heißt, da muss doch jemand da hinten. Ich sehe es doch. Seht ihr das? Das fliegt hier doch überall lang. Hier ist doch der Ursprung. Warum kann ich das nicht begeiern? Ein Röhrchen-Triptor in meiner Tasche. Sasa, Dankeschön für dein Satz und willkommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Keine Hilfe, dieser Mad-Chick. Entweder hat er eine war ein paar blaue Farbspuren. Die gleichen reifen Spuren. Kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Was sind wir noch an diesen ganzen verkackten Spuren hier überall? Hä? Vielen, vielen Dank. Retrogames auf jeden Fall. Oh, da ist auch noch was. Ach, hier in der Luft. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Na also, immerhin war es gut. Sehr gut. Guter Junge. So. Vor allem Retrogames. Ich möchte euch zum Beispiel auch noch Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie durchspielen. Das machen wir noch alles. Die Blutspur führt zum Säurebad. Zum Säurebad? Okay. Mit Smash habe ich auch gesuftet. Super Smash Bros. Das ist das erste. Da war ich echt ein Profi. Da hat jemand eine Leiche verbuddelt und jetzt habe ich es gefunden. Oh Gott, da ist ein Toter drin. Und jetzt kommt er und haut mir aufs Maul, oder? Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Aber Amira? Hände hoch, du Schwein! Ich habe keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Scheiße. Lässt dich von einem kleinen Skateboard durcheinander bringen. Oh shit, gegen den haben wir doch keine Chance, oder? Oh fuck. Komm, jetzt werde ich endlich. Dieser Sack. Der hat meinen Kollegen getötet. So, jetzt reicht's. Und mich auch gar nicht der Tote. Ich hab keine Angst, Mr. C.S.I. So tough bist du nicht. Ist Ihnen vielleicht kalt, Jack? Die Benzintanks sorgen sicherlich für ein hübsches Feuerwerk. Scheiße, Mann. Nicht das Benzin. Wir sagen, es war ein Unfall. Oder besser, ich werde das sagen. Denn Sie können ja dann leider nicht mehr reden. Nicht wahr, Jack? Du verrückter Wichser. Du bist nicht ganz dicht, Mann. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da hab ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey. Danke, Justione. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Das ist total lieb. Danke, 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 danke. Willkommen. Subs gibt es dann, Emotes gibt es dann am Montag. Das ist total lieb. Vielen, vielen Dank, meine Schnuckis. Umdrehen. Oder Just Die One. Ach, ganz knapp, Leute. Musst es jetzt nehmen, sonst hätte der mich geraped. Vielen Dank für den Sub. Ich gehe mal ganz kurz pieseln. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich bridge. Untertitelung. Vielen Dank. So, manchmal sieht das Game echt aus wie GTA, ja. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt nicht urinieren hören. Warum machst du meinen Schlafrhythmus kaputt? Ich tut mir so lieb. Ich tut mir lieb. So, du hast einen festen Stream-Plan ab nächster Woche, beziehungsweise Anfang Februar, ja. Pinkelpasse und Gnome, das hier mit beendet. Da habe ich dann einen festen Streamy-Plan für euch. Da gibt es dann auch tolle Themenabende. Genau, da freue ich mich schon drauf mit euch. Wird ganz toll. Nee, nee, ich werde nicht immer so spät streamen. Vielleicht. Aber ich werde auch... Der Origami-Killer hat Manfred getötet. Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hätte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazu gehört. Es ist nur ein Verdacht, aber... Er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich hab Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rüheier werde ich schon hinkriegen. Oh Gott, nein. Ähm, genau. Also ich werde auch... ...zu Zeiten streamen, wo ihr wach seid, eurer Zeit. Ist okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Da gibt ihr doch den Cheeseburger. Ist doch viel einfacher. Der hat so viel Zeugs, Nuggets, aber gebt ihr nur die Eier. Zwei Eier, weil er so geizig ist. Hallo Lakritzespritze. Hoffe, dir geht's gut. Die Lage mit den Bränden bei dir. Hallo, schön dich zu sehen. Ja, ich würde nicht sagen, es hat sich beruhigt, aber ich kann wieder ohne Atemmaske rausgehen. Jetzt ist ja leider eh schon fast alles abgebrannt, was grün ist. Wenn man mal die Australien-Karte oder von oben Australien anschaut, auf der Karte sieht man ja, wie wenig grün eigentlich da ist und wie viel schon abgebrannt ist. Also ich denke mal, dass es leider erst bis zum, es wird also ab Februar, ab März wird es hier langsam wieder kälter und Winter. Also es gibt hier ja keine Jahreszeiten eigentlich. Ich denke ab dann wird es sich beruhigen, aber hm. Oh, Grundsolo ist wie süß. Eins bleibt noch stehen jetzt. Was kann ich denn machen? Genau, ich bin eigentlich eine Rührei-Meisterin. Ich kann euch nur empfehlen, für geiles Rührei ein bisschen Milch dazu machen. Und dann umrühren. Und dann wird es ganz, ganz lecker. Könnt ihr ganz tolle Umlets draus machen. Dann noch ein paar geschnittene Scheibchen Tomatis. Okay, jetzt sollte ich es nochmal umrühren, das Rührei. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Findest du? Das ist ja ein Omelette. Hallo, Dana! Viel zu spannend, um Pen zu gehen. Mach das süß. What the fuck mit Masken? Ja, leider. Kommt jetzt am Donnerstag ein Vlog dazu, wie mein Urlaub so war, weil wir da immer vom Feuer flüchten mussten. Das war nicht so lustig. So, Essen ist fertig, alle. Bedank dich, Quilligst! Einfach mal mit Bademantel an. Ich hab immer ihren Bademantel geborgt. Du kannst doch gerne den Bademantel weiter zumachen, Madame. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten zehn Jahren 30 Kunden Royalteile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen. Morgen bin's! Ich hatte voll Angst, dass ich... Jetzt... ...dass da was passiert. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Rollmaschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber... Ja, schuldigung. Ja, aber echt, grün so. Danke, Feuerspawn. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Das ist nicht drin. Drei Jahre später, genau. Und ich schlafe jetzt auch mal rein zu schauen, sonst gehe ich immer schlafen. Ja, schön dich zu sehen. Wie lange bleibst du noch in Australien? Bis dieses Jahr Juni? Juli bin ich da wieder da. Hier sind Kindergräber. Ich will vielleicht sagen, wo es ist. Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Habe ich schon gefunden, Alte. Ah, ich habe es gefunden. Und da steht ein Origami drauf. Hallo, Ricardo. Die wird so was von sterben, du. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. Siebenundsiebzig. Oktober, glaube ich. Oh, na Kritze, Spritze. Das ist so lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ja, kitzig. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefällig hier raus. Los, haut ab, ihr verbluten Rotzbängel. Kommt wieder, versatte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen. Ich wette, du kriegst mich nicht. Ich schaue so gerne deine Storygames. Dankeschön. Freut mich voll. Ich mache das halt auch sehr gerne, komplette Gameplays von anderen YouTubern anzuschauen, es nebenbei laufen zu lassen, die Musik von alten Games zu hören, wie zum Beispiel von Zelda oder Benjo Kazooie. Es ist so eine Nostalgie. Da dachte ich mir, ich möchte das jetzt auch mit einem Zweitkanal machen. Deswegen macht mir das so Spaß, dass du let's playen. Oh. Hilfe, ich bin zu schnell und zu klein. Ich war schon da, bevor es gebrannt hat. Ja, ich bin seit vier Monaten hier. Hallo, Feuerspawn. Ja, eure Zeit früh. Einer Zeit. 15.13 Uhr. Süß, Dana. Das ist ja putzig. Dankeschön. Oh, da ist er ja. Kinder auf Baustellen sollten nicht spielen. Hell Rain ist richtig nice. Jetzt haben wir auch schon Detroit durch. Jetzt haben wir Heavy Rain durch. Jetzt spielen wir als nächstes noch Beyond durch nächste Woche. Dann haben wir die ganzen David Cage Filme durch. Äh, Videos. Videogames. Slide. Slide. Jetzt mach Himmel. Ich warte. Jetzt mach Himmel. Ich warte. Jetzt mach Himmel. Jetzt mach Himmel. Ich warte. The Last of Us spielen wir auch nochmal durch, weil es kommt ja auch bei der Zweier. Aber als erstes möchte ich jetzt so ein bisschen die Nostalgie-Games noch ein bisschen. Z.B. Zelda Majora's Mask kommt als nächstes. Zelda-Reihen will ich mit euch eigentlich komplett durchgehen. Ich sagte, Kopf einziehen. Haha. Ja, es ist nicht so einfach, was du von mir abverlangst. Pfff. Pfff. Pff. Das schaffst du nicht. Das wollen wir sehen. D.G.: Ja, also es gibt auch echt viele Enten, muss man sagen, bei den Spielen. Das ist ja das Coole. Es ist nicht jetzt nur ein Ende. Ihr seht jetzt nur bei mir die eine Option, aber es gibt super viele andere Möglichkeiten. Ich laufe wie ein Mädchen. Jetzt stress mich nicht. Na los! Detroit ist bei mir geendet, dass leider das kleine Mädchen gestorben ist. Sonst ist aber eigentlich alles gut ausgegangen. Aber das hat natürlich die ganze Community belastet und ich durfte mir dementsprechend schlechte Laune ansehen. Obwohl ich lasse immer die Community eigentlich entscheiden, wenn ich das online spiele. Das finde ich lustiger. Was bist du, Luli? Komm, zeig deinen Fussi! Komm, drück den Button und lass uns kackeln. Ich komme! Ich komme! Komm! Connor ist gestorben. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach, Quatsch! Ich schaffe das leicht! Guck hin! Muss ja nur ich machen. Was, wenn ich jetzt runterfall? Oh nein, das ist mir nicht ganz schlecht. Tomb Raider, Flashbacks. Ah! Yes. Dann respawn. Bis einer stirbt. Bumm! Ja! Es ist Zeit für den Todessprung! Warte! So Probleme hat, warum krabbelt der da nicht? Ja, aber echt. Todessprung, dann mache ich den Todessprung jetzt auch. Nicht fallen! Die Tread nochmal durchspielen kann ich auch nochmal machen. Aber jetzt spielen wir erstmal noch die anderen Spielchen, die anstehen. Ihr könnt euch auch gerne auf dem Zweitkanal für spieltes Clou Spiele wünschen. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, 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 eins. Ich bescheiße jetzt. 14 18 19 20 So Wo bist du, Kerle? So Du, Trackstep Mein Fuß Mein Fuß steckt fest. Greif zu! Ich zie dich raus! Mensch, Kallis Komm schon, Kallis Mist. Das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Halt durch, John. Ich hole Hilfe. Halt durch. Das ist, glaube ich, sein Bruder, oder? Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge. Was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Gucken wir mal Fortnite-Streams zwischendurch. Ne, ne, es kommen nicht nur Story-Games. Es kommen auch mal Fortnite-Streams, COD-Streams, Rainbow Six, Rocket League, Ark, Minecraft, alles worauf wir Bock haben. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Also, der Bruder von dem Toten könnte der Origami-Killer sein. Ist sehr naheliegend. Heißt das Spiel auch deshalb Heavy Rain? Genau. Was wegen dem Regen so viele Leute ertrinken. Auf einer anderen Plattform gestreamt? Ich habe auf YouTube gestreamt. Und auf Twitch eigentlich immer parallel. Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gottis Vater? Was will der hier? Er legt Blumen auf John Shepherds Grab. Am frühen Morgen so Krach, sorry Leute. Paco Mendes. Paco Mendes. Ist ja ein lustiger Club. Irgendwie stilvoll. Irgendwie schon cool. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Ich suche Paco Mendes. Wissen Sie, wo er ist? Da drüben an seinem Tisch. Kennt er dich? Noch nicht, aber ich muss ihn sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendes möchte nicht gestört werden. Hm. Sorry, Lady. Nur mit Einladung. Ey, nicht an die Brust. Pacos Haus-Gorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Wenn Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, sollte ich lieber aufpassen. Kindergarten für den Jet-Set. Definitiv nicht mein Stammlokal. So, die tanzt da und er will sie dann... Ah ja. Es blinkt. Alles klar. Ich muss mich jetzt billig machen. Tschüss, Chastion. Leute, lass uns billig werden. Billig und willig. Bin ich dabei. Auf geht's. How to bill it. Ja, das macht's auch voll aus. Jetzt bist du voll sexy. Das reißt's raus. Genau, das bisschen macht's jetzt aus. Nein, ich bin noch lange nicht fertig. Halt! Da ging noch mehr. Äh! Nochmal! Genau, Leute. Er ist auf dem Rock sich so einfach so kaputt machen lässt. Ey, geil. Bei mir wär's so, dass man einfach alles sehen würde. Genau. Lady. Ganz genau. Perfekt reicht er aus. Auch ein bisschen... Es ist in der Disco eh so dunkel. Das macht's jetzt halt eh nicht aus, ob man da jetzt irgendwie mehr geschminkt ist oder nicht. Genau, das reißt jetzt raus. Not an outfit confirmed. Was gibt's denn noch? Ach, ich kann da noch mehr machen. Na gut. Ups. In Wirklichkeit verzieht man doch immer sein Gesicht so dumm, wenn man sich schminkt. So, äh, äh. Das hätten sie eher nachmachen sollen. Damn, schieß hart! Ach, da geht noch mehr. Was kommt denn jetzt, weil sie so guckt? Oh, meine Waffe. Oh, okay. Wurde ich im Eingang nicht kontrolliert? Interessant. Okay. Gut, Leute. Ich bin bereit. Sie läuft, ne? So witzig. So, Leute. Let's flachleg tonight. Auf geht's. Bitch Moves confirmed. Warum ist das auf einmal wieder so laut? Verdammt. So, los geht's. Nein! Bitch Moves confirmed. Ich will meine Tasche da nie so abstellen. Tanzen. Oh ja, wie peinlich. Alleine als Frau. Sieht einfach nur bescheuert aus. Was ist, wenn er mich nicht beachtet? Und geht gut einer ab. Und geht gut einer ab. Mit einer guten Story. Heute ist ein Glückstag. Der Boss lädt dich an seinen Tisch ein. Hey, danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ah, ich stehe auf deinen Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unterm Kragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber private. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. Was wollen die Frauen von dem? Wollen die Geld, oder? Das ist ne berechtigte Frage, oder? Es wird erstmal ne Runde geshakt hier, Leute. Lass mich durch! Ich will jetzt heute zum Schuss kommen. One more time. Warte, ich muss was gucken. So. Yeah, Leute! T頭 oriented working. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. Schlechteste Armbachspruch ever. So. Willkommen in meinem Reich. Ich nehme die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So. Zeig mir, was du kannst. Zieh dich aus. Langsam. Zieh alles aus, Baby. Hilfe! Krieg ich... Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Mir ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los. Zeug mir was. Ähm. Könnten wir... ...erst reden? Oh nein. Wir brauchen nicht reden, Baby. Seine Schulter ringt sich schon aus. Zeig mir, was du kannst. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich... Ich... Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Ab jetzt ist es Vergewaltigung, oder? Ja, Leute, ne? Also... Sollen sich halt auch nicht in solche Situationen begeben hier. Madame und ich muss dich wieder rauskriegen aus der Scheiße. Genau. Öffne deinen eh schon nicht vorhandenen Rock. Jetzt heizen wir den Gdus ein bisschen ein, damit sie wach werden. So, dance jetzt, genau, die Hüften schwingen. Ja, oh nein, ich muss meine Hüften richtig schwingen, das ist gar nicht so ein... Verdammt! Fuck! Fuck! Nein! Leute, ich hab Probleme mit der Hüfte. Hätte ich gar keinen Bock, jetzt wo sie schon so gezwungen rummacht. Baby Süße, du hast... Fump! Das hat echt gesessen! Gut gemacht! So. So. Akt 2. Loverboy packt aus. Mach bestimmt Spaß. Wo hat sie's tape? Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Nicht schlecht für eine Chica, aber du hast nur meine Gefühle verletzt, Herzchen. Dann ändere ich das jetzt. Ach, du Scheißnutte! Du bist tot! Was? Ist alles okay? Nein, ich wollte dich aufmachen. Nein, ich bin so dumm. Ja? Wo ist Paco? Tut mir leid, er kann gerade schlecht zur Tür kommen. Er ist... gerade ziemlich beschäftigt. Oh. Schon klar. Glück gehabt. Ah! Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah, was machst du? Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ah, ich war... Ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich... Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es... Jetzt nochmal die letzten Eier quetschen. Ah! Ah! Shepard! Er... Er heißt John Shepard! Mehr weiß ich nicht! Ah! So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Ah! 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 Ich hab' dir... Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy! Jetzt hab ich ihm nochmal das Maul zu... zu binden, sonst schreit er doch gleich. Eierstücke abtasten. Was tut sie? Sie hat nur geguckt, ob er wirklich zwei Eier hat. Ist in Ordnung, Leute. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Wieso steht die Stofflampe, die ihr bewusst worden ist wieder? Echt steht die? Sehr gut beobachtet. Sollts aber schnell raus hier aus dem Club. Ich fall hier ganz schön auf mit meinem Dress. Lasst mich raus, Bitches! Hilfe! Hallo, Nupi! Grüße dich! Yes, Leute, yes! Donnerstag, 13... 23.32 Uhr. Ich suche Paco! Paco! Hier gibt's keinen verdammten Paco! Verpiss dich! Sind Sie absolut sicher? Wer ist im Büro? Da, die Treppe hoch. Alles klar. Oh! Du! Du bist es! Hast mich erschreckt! So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst. Ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hm? Hey! Mach keinen Scheiß! Nein! Nein! Warte! Ich kann dir doch noch helfen! Nein! Nein! Nicht schießen! Oh! Viele im Game fallen mir immer so auf. Das ist ja süß! Tot! Oh! 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 Er legt's drauf an! Oh! Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Oh! Nein, das Aquarium. Nicht die Fischis. Zieh nicht die Fische damit rein. Scheiße. Ja, das ist die Fische. Hallo, Ailu. Deutsche Zeit oder Australische Zeit? Äh, was? Was meinst du damit? So, lass mal die Kacke hier durchsuchen. Brauchen noch mehr Hinweise. Hallo Brausi, guten Morgen an alle. Schönes wieder Watt sein. NupiStyle, danke für dein Sub. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön und guten Morgen. So, ziehen wir unsere Brille wieder an. Oh, jetzt haben wir sie auch. Okay. Nein, anlassen bitte. Nein! Er meint's halt, wann du streamst. Ach so, es ist 5 Uhr morgens, also meiner Zeit 11 Uhr morgens, eurer Zeit glaube ich 0 Uhr. Orchideen Duftstoff, der beschissene Origami-Killer. Da erläutert ziemlich laut. Ja, ich weiß grad nicht, ich hab ihn eigentlich ausgestellt und trotzdem ist der noch an. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wäre ein Telefonbuch. Es gibt auch neue Ränge genau auf dem Discord, das tue ich jetzt alles neu einordnen. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Aber was, was hat er gesucht, Leute? Seine Jackentasche. Ich hab sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Kaliber 45. Ist wieder Paco Mendez. Okay. Sieht ja schon mal gut aus, dass wir hier alles jetzt haben. Aber ich bin mir fast der Überzeugung, dass es hier noch mehr gibt. Da liegt noch eine Waffe. Ist die von Paco oder meine? Ach, meine. Okay, ich hab meine Waffe wieder. Das ist gut. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Alles klar. Danke, dass du da warst, Lakritzi. Viel Spaß. In Deutschland ist es um 5.45 Uhr. Ach, verrückt. Verrückt. Hier ist jetzt auch die Lampe. Guck mal, jetzt steht sie nicht mehr. Die Lampe war echt ein Fehler. Okay. Ich glaube, ich habe alles gefunden. Gnu hat, glaube ich, alles gefunden. Okay, dann lass uns mal rausgehen. Schade, schade. Schade, schade. Bist auch lange dabei, Gnu. Ja, die Nadel. Kann man eigentlich da auch hochgehen? Halt, 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 halt. Halt, nein. Dreh um. Dreh um. Ja, ich will mal da hochgehen. Duh. 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 Wie lange ich noch streamen? Solange das Spiel durch ist. Oh nein. Jetzt habe ich schon wieder einen Anfall. Achso, er hat Höhenangst, oder wie? Gut, dass du zu Twitch gewechselt bist. Hier ist der Chat viel besser und positiver drauf. Ja, ich muss auch sagen, Ailo, ich liebe YouTube-Streams auch. Und Ailo-Tracker, ich mag meine Community mehr. Also sehr. Aber ich bin auf YouTube immer sehr nervös gewesen. Unentspannt, weil halt da so viele Leute reinkamen. Und da so viele Leute reinströmen und die Mods viel mehr zu tun hatten. Und die Leute teilweise auch recht jung waren und unruhiger. Und ich bin hier viel entspannter, muss ich sagen. Bei Chat, man hat den Chat und alles besser im Griff, finde ich. Dein Ton leckt bei mir, echt. Hallo, Yassi. Für mich und die Community. Oh. Was denn? Ethan. Wir sind wieder bei Ethan Mars. Ach, wie viel Grad hat's heute eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Guck mal nach. Heute hat es... 31 Grad. Okay. Twitch ist auf. Ich bin jetzt im Stream. Ja. Ich bin sehr glücklich. Vielleicht nochmal refreshen, Elby. Ja, das stimmt. Jetzt geht's wieder. Hallöchen, Adler. Nice. Guten Morgen. Wir sind zwar schon seit drei mit dabei. Oh, wie cool. Ist ja auch echt früh. Also sind hier nicht so viele Leute. Ja klar. Hier hat's minus 5 Grad. Verrückt. Ist alles okay? Ich bin ein Mörder. Oh, Mewni. Ich wollte es nicht. Bin gespannt. Ich hatte keine Wahl. Ah. Komm. Ich will nicht allein bleiben. Nimm mal mit, die Alte. 31 Grad. Wo lebst du denn? Ähm, in Australien. Rein mit der Zunge. Also Kollege, Bett ist daneben, wa? Wer braucht schon ein Bett? Ja, ich spiel immer noch. Weg mit dem Schädel. Okay, ich muss jetzt meine letzte Aufgabe erfüllen. Die letzte Aufgabe, Leute. Mich wundert's ja eigentlich, dass der Typ an der Rezeption... Mein Wasser ist weg! Wer hat mein Wasser gesoffen? Dass der Typ an der Rezeption uns nicht verpetzt. Also das wundert mich wirklich. Muss ich echt sagen. Genau. Wenn du der meistgesuchte Täter ist, ist es schlau, sich jetzt aus dem Fenster zu lehnen. Rein mit dir. Kerle. Muss ich jetzt machen? Mich anziehen? Wo sind meine Kleidungen? Wer hat die da hingehängt? Kann ich so raus? Ah, genau. Zieh mal dich wieder an, Kerle. Erstmal ein Schluck Regen. Bei mir ist es jetzt 15.52 Uhr und ich bin schon quasi Nachmittag, Mittwoch. Pipi gehen. Muss ich Pipi machen gehen? Sie hat ihre Unterhose gewechselt. Sie hatte vorhin abends eine andere an. Wenn ich das mal anmerken darf. Ist mir aufgefallen. Ich achte auf solche Dinge. So was sehen auch noch Frauen. So, letzte Aufgabe. Los. Ja, jetzt tut dir der Rücken weh, aber hobeln kannst du. Ohr fürlegen geht, aber dann jetzt hier rumholen. So, letzte Aufgabe. Die letzten Buchstaben. 9, 6, 1, Rainbow Lane. Ab geht's. Auf geht's, Leute. Komm, letzte Aufgabe. Das schaffst du. Bauen sie da nur so ein Multitaskerfähiges. Die brauchen das auch im Schlaf. Die können das auch im Schlaf. Das stimmt. Was brauch ich denn jetzt noch? Meine Jacke. Vorher weiß und ein grüner Streifen. Genau. Oder ich glaube es war Lina. Ich bin mir nicht sicher. Wollte ich ihre Jacke nehmen? Ich wollte ihre Jacke nehmen. Und meine ich jetzt die Almate für ihre Jacke nehmen. Wo ich mal nicht schnauieren kann? Vielleicht bin ich aber was. Ja, ich mag nur eine jede Menge Photo machen. Das war ja klar. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Ethan, was ist denn los? Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Hast mich gut verarztet für eine scheiß Reporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, nein, ich schnapp dir den Origami-Killer. Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen. Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Es stimmt. Ich bin Reporter. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... Ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und... Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du... Dass du... Mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Hallo, Illumi! Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Hat er vorhin viel gespielt und sie hat zugeschaut. Warum sollte er das jetzt grünen? Es tut mir leid, Ethan. Ich glaube ihr, weil wenn ich ihn nicht glaube, es werdet ihr später sehen. Es tut mir so leid. Dann würde ich jetzt einfach die Scheißnotizen und die Scheißbilder mitnehmen, damit sie keinen Beweis hat. Oh, es regnet und gewittert. Sei vorsichtig. Komm doch mit und hilf mir! Ich will dich nicht verlieren. Hallo, Kolo. Guten Morgen. Ich liebe das Game auch. Ich lade es auf meinem Zweitkanal hoch für spieltes Glu. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe nämlich drei Kanäle. Mein Hauptkanal, saftiges Glu, verspieltes Glu. Ich glaube, den findet ihr so gar nicht. Guckt einfach auf YouTube, verspieltes Glu. So, bitteschön. So, da muss ich Futter holen. Wir finden seinen Sohn und beweisen seine Unschuld. Ich kann ihm helfen. Er weiß jetzt, wer ich bin. Ich glaube, ich verliebe mich langsam. Jetzt. Ich hatte solche Angst, dass er mir nicht glaubt. Jetzt erst. Falsch gedacht. Ich hätte alles früher zugeben sollen. Jetzt müssen wir seinen Sohn finden. Und ich weiß auch schon, wo wir anfangen. Gib mir Essen! Äh, ich hole dir gerne einen Snack. Ich mache das auch gerade hier. Holt ihr jetzt echt nur so einen Snack, dann lache ich mich tot. Muss ich jetzt Foodie holen? Nee, wahrscheinlich hier, oder? Oh, oh, scheiße, die Polizei. Der hat gepetzt. Oh nein. Ich wusste, dass er uns verpetzt. Cops. Die suchen Essen. Mit meinem Überraschungsangriff. Fuck, ich muss schnell rein und telefonieren. Fuck. Fuck shit, fuck shit, fuck shit. Oh, shit, die, shit, die, shit, die dumme Arsche. Würde ich gleich mal in eine reinhauen. Ah! 207. Hallo? Das ging aber schnell. Oh, shit, Leute. Oh nein. Nicht mit gebrochener Rücke, bitte. Ah! Ah! Wir haben ihn immer noch nicht. Stopp! Ah! Er blieb! Er ist auf dem Balkon! Kacke! Ich hasse es. Rüber mit dir. Jetzt wieder zurückspringen. Damit rechnet keiner. Damit rechnet echt keiner. Raus da! Oh, oh. Scheiße. Oh, oh. Fuck. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch ist immer gut. Lauf, Kerle, lauf! Oh nein! Oh nein! Scheiße, ich muss mich jetzt konzentrieren. Armageddon, Armageddon. La 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 Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Bitte! Ich will doch noch meinen Scheißsohn retten. Verpisst euch! Oh, die sind mir so am Arsch. Ich bin ein Assassine! Stieh! Komm schon, der Giganten-Jump. Mach es jetzt. Fuck. Ich bin so am Arsch. Die Knie und die Hände hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind am Still. Verdammte Scheiße! Lauf! 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 Eigentlich müssen da unten noch auch welche sein, oder? Das kann ja nicht sein. Sie jetzt alle oben sind, die Deppen. Und er schießt nicht mal. Er schießt doch immer. Warum schießt er jetzt nicht? Da hat der Taxifahrer bestimmt Bock, so einen mitzunehmen. Mach die Tür auf! Als ob das Wort Einheiten wirklich so reagieren. Ja, die würden sofort schießen. Ciao. Auf die Beine schießen, eben. Rippe 2 gebrochen. Weißt du, der Typ knallt jeden ab und mich lässt dann kommen. Ist gut für mich, aber das Fliehen ist echt easy. Denn echt würden die auch warten. Hallo, Grachenjagd. Also ein ausgebildetes Wort-Team von 20 Männern schafft es nicht, bewaffnet mich zu fangen. Darauf darf ich mir das einbilden. Hört ihr das Klatsch der Schulter? Hört ihr es? Wenn die so schießen, wie die Laufen treffen, ich nehme alle Warten. Oh, meine Stirn glänzt richtig schön, Leute. So, Leute. Auf geht's. Ab heim in die Bude. Ins traute Heim. Was? Aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Die Schuld auf Lautstärke war genau richtig. So hast du den Erfolg. Schön und sei mal. Danke, Lucky. So, ich klicke es nur auch ein. Worüber redet ihr denn? Ich nehme gerne Schafskäse mit, ähm, wenn es geht. Oh, shit. Jetzt kann ich die ja auch retten oder sterben lassen. Ich habe die immer sterben lassen, wenn die mich genervt hat. Ich versuche sie mal zu retten. Ich nehme noch ein paar, äh, Ding, Oliven dazu, wenn es okay ist. Aber bitte kernlos. Ich hasse Kern. So, jetzt gucken wir mal schnell, ob ich die... Okay, ich muss jetzt erstmal mit meinem eigenen Arsch kümmern. Oh, fuck it. Der Druck. Der Druck. Whatever, was ich da auch immer versuche. Ah, ich glaube, den... Also, ob der Zünder jetzt... Verdammte Idiot. Das funktioniert nur, wenn ich die Zündung einschalte. Er macht die Zündung an. Sehr gut. So, wunderbar. Jetzt nochmal. Äh... 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 X. Nein. Oh Gott, ich bin so dumm. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich den Fallen. Oh, shit, ey. Ja, sehr gut. So geht's auch. Okay, jetzt rubbel. Wiggle, 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 bitte. Wiggle, 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 wiggle. Nein, nein, wiggle. Wiggle doch. Ich bin gerade unter Druck. Ja. 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 Oh Gott. Wie er einfach die Lauren da mit reingestoppt hat. Halt mal, halt mal. Ich will der doch helfen. Ich will der doch helfen. Wach auf, alte. Kann ich dir nicht helfen. Äh... Oh, mein Mikro. Schlagen bringt nichts. So, geht doch. So, jetzt raus hier. Raus hier, ich sterbe gleich. Oh Gott. Letztes Mal bin ich ohne die rausgeschwommen. Döner mit Oliven. Ähm, ich mag Döner am liebsten mit Fleisch und Soße. Und Sucuk mit Ei. Alles gut. Ihre Haare sind immer noch nicht nass. Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Döner kommt zu 30 Stunden. In 30, ja super. 30 Stunden, das klingt realistisch. Er ist ja bestimmt richtig durchgeweicht. Der ist dann schon verwesst. Verwesst, ich weiß, Leute. Der verwesste Bürger drühe. Oh, jetzt gibt es Rampage, Leute. Jetzt gibt es Rache. Geil. Jetzt gibt es auf die Fresse. Dönerpfahne. Okay, krass. Flop. 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 Schöne Headies. KD von 10. Fomp. Fomp. It's raining, man. Halleluja, it's raining, man. Fomp. Also ich glaube, mit einer Kugel im Kopf schreit man nicht mal, oder? Der kann echt gut zielen, muss ich sagen. Oh, ich habe jetzt echt viel Morde begangen. Wie soll ich das mal rechtfertigen? Das kann ich gar nicht rechtfertigen. So, Bastard. Paytime. Stopp. Nicht weiter. Ich schieße. Blöder Mixer. Bitte. Oh. Ihr gestallter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Uwe. Mit Nachladen. Egal, das war Noob-Modus, da muss man nicht nachladen. Sie scheiß Lügner. Raus mit der Wahrheit. Nein. Nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts. Stopp. Stopp. Bitte. Ich packe aus. Ich sage alles. Gordi. Gordi wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein... ...wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall. Ein dummer Unfall. Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was ist auch wahr? Gordi. Gordi ist meins. So, da ist mir die Komp... Erzählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerliche Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir. Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ah, okay. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. Guten Morgen, wenn Alex Nudis im Chat saß, sage ich auch. Ich habe Angst, wenn er den Rücken schießt. Mein Herz. Mein Herz. Schnell. Meine Tabletten. Die Schublade da. So schnell wirken Tabletten doch gar nicht, oder? Oder? Danke für die Rettung. Ich bereue es schon. Ja, vor allem der zeigt mich doch an, ich habe seine ganze Mannschaft eliminiert. Was will er denn erzählen? Alle tot. Waren ja mindestens zwölf. Medizine. Da helfen auch Tabletten bei den roten. Durch die Nase als Pulver schon, oder? Ja, aber so als Tablette. Okay. Freitag. Freitag. 9.07. 126 Millimeter. Was mache ich jetzt hier? Hi, Christoph. Hallo, relaxo. Schafskäse. Ach, ich bin schon einen Schritt weiter. Interessant. Okay. Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer. Sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen. Bestimmt. Freue ich sie gar nicht befragen. Zimmer 19 am Ende des Gangs. Danke. Hm, ob das da wirklich Sinn macht? Ich suche Zimmer 19. 19. Ich suche Zimmer 19. Das haben wir kapiert. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Dieser Bude. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich habe ein paar Fragen zu ihrem Sohn, Mrs. Shepard. Mein Sohn? Ich habe keinen Sohn. Oh, fuck. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Oh, liegt mir auch egal. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Mrs. Shepard. Schlimme Dinge haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In zehn Jahren. Nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Ich brauch deinen Sohn vergessen. Mrs. Shepard, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Mann, Alde. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern Ihres Sohnes herauszufinden. Sean Maas wäre bis dahin tot. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Kellers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Hallo, Franzi. Hallo, Lucy. Guten Morgen. Hm, Gedächtnis anregen. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Spricht Mrs. Shepard über Ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Hat sie jemals von Ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Hm. Und was ist mit Ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepard? Nein, da gibt es nichts. Hallo, Lucy. Guten Morgen. Wenn Ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Gut, du musst auch was finden. Finden, 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 finden. Finden. Orchideen. Orchideen. Gibt es bei dir ein Saturn? Bei mir gibt es JB Hi-Fi heißt es. Wi-Fi. Das gibt es bei mir. Das ist wie Saturn. Das ist wie Saturn. Sie sagte, sie liebt Blumen. Aber welche? Hier muss etwas sein, was mit dem Unfall des Sohnes zu tun hat. Ein Foto oder so. Ach so. Hier. Hä? Ach, da ist doch irgendwas, oder? Kann ich ja nicht erst mal die Blume geben. Jetzt habe ich ja die Blume. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzen sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Durchsuchen mal der Irre-Zeugs. Oh, ein Foto. Hallöchen. Vergiss die doch. Und drück das da rein. Wer sind Ihre Kinder, Mrs. Shepard? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. John Snow. So, muss es doch noch was geben. Hier war doch auch irgendwas, oder? Ach, ja. Muss ich das falten, oder wie? Liegen da hinten nicht eh schon welche? Hallo, Samir. Tschüss, Franzi. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Nee, ich glaube, da vorne hat sie das. Hunde waren es doch, oder? Da vorne liegen doch Hunde. Genau, immer schön falten. So, ich glaube, ich habe Hunde gesehen da hinten. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepard. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Ich muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepard. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Danke, Crazy Polska, für den Cheer. Wie Spaß in der Schule. Okay, jetzt weiß ich den Namen. Ich weiß den Namen vom Mörder. Eine Person, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Oder jemanden, den wir kennen. Wie gesagt, das Video lade ich euch hoch auf Spielt ist genug. Tschüss, hier hoch. So, direkt zur Polizei damit. Und da müssen wir alles selber machen. Hallo RS Gaming, guten Morgen. Wo bleibt jetzt eigentlich mein Döner? Das frage ich mich auch, Leute. Könnt ihr hier oder die Community jetzt nicht scharf machen auf den Döner und da nichts abliefern? Die letzten Buchstaben, Leute. Jetzt geht's ab. 18 Uhr 24. Der Wasserstand ist enorm gestiegen. Sie sagt nicht mal Tschüss, wie unhöflich so. Ich hab was ich will. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Wie sind das für Räume eigentlich? So voll die Lichtinstallation. Voll den Eck. Das muss der alles gekauft haben. Das kann man alles nachprüfen. Guten Morgen, Luxor. Hallo, guten Morgen an alle. Oh, es ist ein ekliger Raum. Überall sind Camps. Livestream ist da. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt runter damit. Runter damit, Leute. Nicht umsonst zu lang weit gekommen, jetzt. Ich habe mein Leben schon so oft riskiert. Sieht aus wie ein Twitch-Stream-Raum, ja. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf Ihrem Telefon. Die ganzen teuren weißen Bildschirme und alles. Ja, die letzten Buchstaben. Wir haben die komplette Adresse raus. Wie geil, Leute. Komplette Adresse. Wie cool. Hatte ich noch nie. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Ich würde es versuchen, es auszukotzen. So. Hallo, Jungrum. Gute Morgen. Da wachen langsam die Gnulis aus ihrem Schlafen. Ein Hinweis, ein Hinweis. Na, haben Sie schon geparkt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Hallo, Skoko. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich habe den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Der dreht da wieder durch. Was macht er denn da immer? Der Name des Killers ist hier drin. In diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Ja, komm. Auf geht's. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von... Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Ich weiß. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Gnummer war das Beste. Das wäre höchst bedauerlich. Nerv nicht. Ich muss suchen. So. Öffnen. Öffnen. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Das haben wir ja alles schon. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Okay, das haben wir schon. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Hallo, Pine of Geek. Doch, jetzt offiziell. So, dann machen wir mal... Weg. Und gucken mal. Wir haben ja... Ähm... Hinweise haben wir ja. Haben wir noch neue Sachen gefunden? Einige sogar, oder wie? Wo sind die denn jetzt? Hier, das... Ah. Dann mal analysieren. Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Ah. Der hat hier gearbeitet. Es war ein ehemaliger Polizist. So, so. Interessant, Leute. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Cop. Hallo, Zeno. Grüße dich morgen. Okay. Ich will noch mal zurückspulen. Ah, die Uhr haben wir schon. Noch mal weiter. Okay. Ja, das ist immer noch das Schwert. Alles klar. Das war's. Nur kriege ich da nur raus, dass er... Mehr kriege ich da nicht raus. Ich denke, die Uhr war das Essentielle, oder? Ja, ich denke, die Uhr ist das Auffälligste. Okay. Okay. Ich glaube, die Uhr war das Entscheidende. Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Hallo, der Nudelrudi. Haha, geile Name. Süße Name. Hallo an alle. Guten Morgen. Das Spiel heißt... Das bringt nichts. Heavy Rain. Okay, dann guck ich mal die Geoanalyse an. Wo kommt das her? Der Killer wohnt in diesem Bereich. 342 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Reicht es nicht, um zu sagen, dass der eventuell ein Bulle war? Da sind schon noch ein paar andere Sachen. Akten. Vielleicht. Hallo, Lea! Origami-Killer. Victims. Vielleicht der Origami-Killer. Muss doch noch... Nein! Nicht die Opfer schon wieder! Nein! So, jetzt aber mal auswählen. Hier, da muss doch noch irgendwas drin sein. Origami-Killer analysieren. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Okay, da sagt er gar nichts mehr dazu. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das ist jetzt eigentlich... So, okay. Was gibt es denn noch? Die Karte bringt uns auch nichts. Da wissen wir nur den Bereich. Vielleicht können wir nochmal bei Hinweisen irgendwie schauen. So, ich komme jetzt nach Australien. Okay, bis später. Geoanalyse analysieren hat nichts gebracht. Das ist auch nicht. Ah, da ist noch ein Fragezeichen. Was ist das? Sieht so aus, als wäre der Killer ein Krop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sarkasse. Und Ethan Marst, der Hauptverdächtige. Ach, jetzt für Blake beschuldigen. Ermittlung fortsetzen. Hallo, Barundra... Barundram. Grüße dich. Oh, schaut mal. Krop. Es gibt nur einen Krop im Bereich des Geoprofils. Erwischt. Geil. Ich hab's. Ihm gehört ein Lagerhaus in den Docks. Wenn ich mich irre, ist Sean Marstot. Geil. Oh, die Blutzoppen sind auf einmal weg. Ich bin nicht rot, ich hab'n Sonnenbrand. Einen Abschieds-YouTube-Stream gemacht, weil ich auf YouTube nicht mehr streamen, weil ich jetzt hier streamen. Hallo, Anthony. Deswegen. So. Erwischt. Gut, Leute, wir haben echt gut ermittelt, muss ich sagen. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Wir sind ein echt gutes Team, Leute. Muss ich schon sagen, ich bin stolz. Ich will bei dir bleiben, ich will nicht weg. Lauren, es sind nur ein paar Tage, bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hol dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Hallo, Yuriko. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu, nicht mehr lang und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Nein. 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 Grüße dich, Rilleno. Mir geht's gut. Danke, Ritwani. Schluss jetzt. Na, kostet die Stunde jetzt immer noch 50 Dollar. Guten Morgen, wie sie alle erwachen, nach und nach. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Deutschland, Sonnenbrand? Wo lebst du? Achso, ich bin in Australien. Bis nächstes, äh, bis dieses Jahr, Juni. Nicht wundern, deswegen. Sonnenbrand. Vom Skifahren. Ich fahr immer nackt. Kacke, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hallo, JJ. Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaub, das wird jetzt lang dauern. Ich hoffe, der Typ, der hält noch Adda. Okay, ich bin richtig. Hey, Vater. Ich muss jemanden finden. Dad, Dad, komm schnell. John steckt in einem Rohr. Er trinkt. Verschwinde, du Laufensäge. Das ist schrober. Du musst kommen, Dad. Na los, John stirbt. John stirbt, bitte. Na, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Hau ab. Bitte, Dad, komm, ich bitte dich. John stirbt, John stirbt, Dad. Was hab ich denn gesagt? Hau ab. Bitte, bitte, Dad. Du musst John retten. Ich hab's versucht. Wirklich, er will nicht. Bitte stirb nicht, John. Du darfst nicht sterben, John. Bitte. Hallo, MN. Bitte. Bitte. Bitte, vergiss mich, Scotty. Ist nicht so, wenn man erstickt, dass man richtig zuckt und einen Todeskampf hat? Ja, der Vater hat seinen Sohn getötet. Oder ist der Erfroren? Ja, der Vater hat den Todeskampf hat. Vielen Dank. Die andere Seite des Schuhkartons. Hallo Mitre! Ja, australische Sonne. Seht ihr, das war der Karton, hättet ihr da das beobachtete Zettelchen, hättet ihr sofort schon wissen können, wer der Mörder war. Da war der Leak, aber das fällt einem fast gar nicht auf. Also er hat eigentlich die Opfer besucht, um alle Beweise zu verschwinden zu lassen. Deswegen waren wir überall. Hallo Masli! Will er jetzt aufhören mit Morden, deswegen tut er die Beweise alle weg, oder? Oder weil die ihm zu nah auf der Spur sind? Hat er sie jetzt auch abgemurkst? Er hat sie auch abgemurkst, weil sie zu viel redet. Er hat sie auch abgemurkst. Das ist Heavy Rain. Badums! Madison Page! Single! So Leute, Konzentration, ich will, dass Madison überlebt. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Wir haben es gleich geschafft, ich bin jetzt gleich fertig. 18 Uhr 36. Die geht alleine zum Mörder. Wie doof kann man eigentlich sein, oder? Hallo Peter! Danke, Peter, für deinen Sub. Vielen, vielen Dank und guten Morgen! Dankeschön! Gute Morgen! So, aufmachen. Voll die Hacker Skills. Oh fuck! Das musste ich langsam machen. Oh, leck! Noch mal. Du hast es nicht verlernt. Juhu! Ja, man sieht es auch am Kampf gegen die Bullen an der Statur. Man bemerkt es an dem Karton. Und es gab vorhin noch einen Hinweis. Den habe ich aber vergessen. Genau, die Schreibmaschine. Es muss einen Hinweis geben, wo schon Mars ist. Hallo F248. Ein Beweis, wo schon Mars ist. Die ist wieder mutig, dass sie einfach in die Wohnung geht. Nicht mal guckt, ob irgendwo jemand ist. Einfach alles durchsucht hier, die olle Kanolle. Weiß jemand, wie ich mit ihr flüchten muss nachher? Das wäre echt interessant zu wissen. Ganz schön abgebrühtes Mädel da. Und Asthma. Alkohol. Halt, dreh dich um. Viper. Die würde ich direkt mal mitnehmen. Von da kommt Brandgehoch. Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Schaut ganz so aus, Madame. Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Hallo Knubelschen. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Ach so, diese Ratte. Kommt man denn auf so eine Idee? Wie kommt man auf so eine Idee? Ich wüsste das nicht, wie ich da drauf kommen sollte. Puh. Ich brauche das Passwort. Puh. Darf man nicht nur dreimal ein Falsches eingeben? Wie arbeitet das Hirn von diesem Irren? Es muss etwas mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie hat er früher diese Papierhunde genannt? Ach so. Nex. Ach was. Ach was. Drei. Das ist aber... Ich würde an seiner Stelle an ihrer den Laptop mitnehmen. Ach du Scheiße. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott. All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Knauze! Sie verstehen das nicht? Ich würde jetzt mein Telefon nehmen und die Polizei anrufen. Die hätte bestimmt ein Handy dabei und würde sofort dem Iven sagen, wo das ist, die Adresse. Die mal mit ihren Wänden, ne? Dankeschön, Christoph. Das freut mich. Das geht nicht auf. Ja. 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 Ich nehme das. La la la. Halt. Los. Los. Vibe los. Los. Vibe. Das hört er ja auch gar nicht. Thunfisch mit Nudeln. Oh, wie lecker. So, rein da ins Loch. Ach so, eine Drecksau. Da wollte mich verbrennen. Ich muss hier raus. Thump. Ah, scheiße. So, schnell. Lang kann man nicht atmen. Nein, nochmal. Verdammt. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Was? Lauf. 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 Viel zu hoch. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Aber frische Luft. Okay, lauf, 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 lauf. Ist die scheiß Tür auf. Oh, oh. Scheiße. Oh, fuck, Leute. Lauf. Lauf einfach nur. So ein Arsch, der will mich einfach umbringen. Kann ich die... Ist das noch zu hoch? Auch zu hoch. Springen wäre selbst hoch. Bin gleich für euch da, Leute. Ich muss mich gerade konzentrieren. Hallo, Darth Vader. Grüßt euch alle. Nicht springen. Ich werde nicht sterben. Aber ich muss... Erstmal. Los, Weib, los. Los, Weib, los. Kann ich die Gasflasche vielleicht mal wegstellen? Okay, die ist an. Nicht gut. Rüber da. Okay. Spring! Ich gehe mal stark davon aus, dass die Tür zu ist. Jupp. Okay, geht nicht, geht nicht. Alles klar, geht nicht. Ist gut, dann gehen wir da lang. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Kannst du bitte laufen, kannst du bitte laufen, Weib? Äh. Vielleicht hier raus? Okay. Oh, ja, gut. Nein, nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich kann da rüberspringen. Ja, gutes Mädchen. Alle im Haus sterben mit, oder wie? Im Kühlschrank wäre ich gestorben, Morten. Das habe ich schon mal probiert. Oh, gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Danke für eure Hilfe. Jaiden anrufen, Ethan anrufen. Ich weiß, wo Sean ist. Ich sag's ihm, aber er weiß es ja selber. Eigentlich müsste ich dem, ich hätte es dem Bullen sagen müssen. Er weiß ja auch. Ethan, ich bin's, Madison. Ich weiß, wo Sean ist. Theodore Roosevelt Road. Die Nummer ist 852. Er lebt noch. Du kannst ihn retten. Ich bin unterwegs. Sei vorsichtig. Der Killer ist da draußen. Niemand hält mich davon ab, Sean zu retten. So, da geh ich jetzt auch hin. Los. Los, 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 los. Auf die Maschine. Ich hab die ganze Zeit gesagt zum Fenster. Danke, Pain of Geek. Ich bin dir da sehr verbunden. Schreib mir nicht an. Hi, Mimi. Es regnet. Hallo, Darkfloor. Hallo, Twitch. Oh, spiel ich jetzt ihn? Hallo, Pain of Geek. Hallo, Dark. Ich spiel jetzt den Jungen. Und? Ich spiel das Kind. Tschüss, Clara. Mir geht's gut, Dark. Ich hoffe, dir auch. Ich stream jetzt seit über sechs Stunden. Sean! 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 Ich suche schon seit lange, langer Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft zu tun, was meiner nicht konnte. Und sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte, suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Ach, weil ich mein Leben schon fürs andere riskiert habe. Ich habe meinen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet. Nur für einen Vater haben sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein. Glauben sie es? Die Opfer haben genauso geliebt wie ich. Ich habe ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Nein, der will mich umbringen. Ja, sehr gut. Oh, nein. Los, 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 los. Sonst hätte er mich erschossen. Hätte ich jetzt den Polizisten oder die anderen sterben lassen, hätte er mich erschossen von hinten. Das wäre das Los gewesen. Das heißt, man muss schon gucken, dass die alle überleben. Voll idiotisch. Der will, dass ich das schaffe und dann bringt er mich um, dass ich meinen Sohn doch nicht renten kann. Die Sau. Nein. Hallo, guter Gandalf. Los. Endlich, komm her. Ganz, ganz knapp, würde ich sagen. Wie lang der da schon drin ist, ey. Der muss ja richtig aufgeweicht sein. Drei Tage oder so. Drei Tage oder so. Okay, jetzt heißt es versus. Hallo Dynamics. Grüßt euch alle. Hallo Poshido. Oh, fuck. Hilfe. Oh Gott, das wird das feine Boss, Leute. It's the final countdown. Wo bleiben meine Quicktime-Events? Ah, da sind sie ja schön, die Eier. Sehr gut. Der Eiertrick, der geht immer. Oh, scheiße. Der ist halt gut, ne? Ah, ich hab grad auf die Menschen da unten geguckt. Scheiße, ich war abgelenkt. Oh Gott. Hör auf! Hör auf! Ich bin halt viel zu schwach. Kacke. Ach, die kommt jetzt auch. Das hatte ich noch nie, dass alle gegangen sind zum... ...zum Ort, dass alle da waren. ...schützen bereit. Ja, Lieutenant. Warten aufs Kommando. Perfekt. Diesmal kriegen wir ihn. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse... Ach, scheiße. Die wollen's even töten. Fuck. Hey! Sie da! Was machen Sie? Lieutenant, ich bin Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Mensch, was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. ...bring sie weg. Sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars' Unschuld beweisen. Stimmt, der wäre Ethan Mars töten. Oh Gott. Ich hatte, glaube ich, echt noch nie alle da, muss ich sagen. Ah. Ah, lass mich. Hilfe, 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 Hilfe. Lass mich, Lies, 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 Lies. Hau ab, du Schwein. Oh, mein Kind. Das musst du ein bisschen energischer machen, wenn es was bringen soll. Du musst atmen. Ich glaube, wo dich das dann unter Kühlung abkratzt. Bleib bei mir. Bessie. Schaul. Bleib bei mir. Bin ich jetzt zu spät gekommen? What? Ist der tot? Oh, ich dachte gerade. Oh, Sean. Oh, Sean. Ja. Du bist nicht tot. Dad. Ich habe gewusst, dass du mich rettest. Ja, wir haben es geschafft. Hallo Lena, Sue. Hallo Alison. Der ist ja optimistisch. Könnte ja auch nach einer ersten Minute wirken. ist ja. Ja, Mann. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Nicht schießen. Ich wiederhole. Nicht schießen. Sehr gut gemacht. Hallo, Wookie. Ja, moin, moin. Hallo, Dusser. Was ist los? Die Cops. Sie sind da draußen. Sie haben alles umstellt. Du bist tot, wenn du da rausgehst. Ich gehe allein. Ich kann es erklären. Du bist tot, bevor du dazu kommst. Hör zu. Wir gehen zusammen. Da draußen mit erhobenen Händen. Dann können sie nicht schießen. Ich kann deine Unschuld beweisen, Ethan. Hör zu. Ich weiß, dass ich dir nicht getraut habe. Ich habe nur an Sean gedacht. Und ich... Schon okay. Das Wichtigste ist, dass du ihn retten konntest. Okay, jetzt helft mir mal hier oben an, statt euch auf den dummen Ethan Mars zu konzentrieren. Ich brauche Hilfe. 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 Hilf mir doch. Nimm dir den Hammer weg. Er kann damit nicht umgehen. Der Prügel ist zu groß. Genau, schön mit auf die Plattform. Ja, sehr gut. Schön den Schraubenschlüssel in die Fresse hauen. So. Jetzt... Nein. Ich weiß, dass du mich verarscht, oder? Bitte lass das jetzt nicht mein Ende sein. So ein Wichser. Ich wusste es. Aber ich wollte kein Arschloch sein. So, jetzt aber. Jetzt stirb. Jetzt reicht's. Nein. 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 Lass mich. Lass mich. Lass mich. Nein. Lass mich. Nein. Lass mich. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Lass mich. Nein. 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 Lass das Gute nicht bestrafen, bitte. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Ach, gut. Ach, ganz knapp. Jetzt bitte nicht. Ich will da nicht mit... Oh nein, gut. Oh, oh. Pass auf, du bist gleich der Nächste. Ach Gott, Glück gehabt. Oh Gott, Glück gehabt. Ich glaube, da könnte ich nicht mehr ruhig schlafen, wenn mir das passiert wäre. Nein. Oi, 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 oi. Ja. Hallo, Adi. Oi, 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 Leute. Das war, ich würde sagen, knapp. Aber muss ja nicht unbedingt sein, dass es einen zerhäckselt, ne? Das ist ja... Obwohl, den... ...den großen Mann hat sich dann schon zerhäckselt. Hallo, tschüss. Das ist aber wenig Polizei. Oh mein Gott. Bei meinem Ansel auf den Kram gewesen. Ah, mit wem hast du gekämpft? Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Mars lebend nach vier Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Mars, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Juhu, hallo Bruder. Ich glaube, wir haben das beste Ende, was man überhaupt haben kann. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Hey Dad! Ich hab mein Zimmer gefunden! Na? Wie ist das? Es ist perfekt, Eve. Ja. Hätte ich ihr nämlich nicht verziehen, wäre sie gestorben. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. Hätte ich ihn nämlich nicht verziehen, dann wäre ich jetzt alleine ohne ihn, ohne sie dort. Es gibt nur einen Raum, ich hab ihn selber gefunden. Wir reden heute Abend. Unser Gast zieht diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde und rettete den kleinen Sean Maas. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jayden. Guten Abend. Yeah! Ich komm mal wieder genau richtig. Stroken! Ich komm mal wieder. Hey, mein Deckel hat sich gerade aufgelöst. Habt ihr es gesehen? Komm schon, du brauchst es nicht. Du brauchst den Scheiß nicht. Weg damit. Ja, sehr gut. Yes! Department of Justice, wer's glaubt. Jetzt hab ich ein neues Büro. Wieso brauch ich dieses dumme Ari überhaupt noch? Und jetzt geht's doch so. Kann ich hier nicht anfangen. Also, ich hab hier schon mal eine noch. Brille an hat. Oh, shit. Ich hätte das vielleicht weniger verwenden sollen, oder? Oh, oh. Oh ja, die muss das ja auch kacke sein. Die hat den ja geliebt, den Mörder ihres Sohnes. Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich fühle nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. Puh. Uff, aufs Grab spucken ist übel. Hallo, Roadrunner. Er ist im Oktober 2011 verstorben. I'm a father too. So geil, wie er das sagt. Englisch ist schon geiler von der, muss man sagen, von der Sprache her. Ja, also es gab viele Enten. Ich habe das Spiel ja schon oft durch. Er hat einmal das Ende, dass Ethan Mars als Killer verdächtig worden ist und dann eingesperrt worden ist. Er hat sich dann seiner Zelle herhängt. Der mit der Brille ist auf den Drogen hängen geblieben, hat sich auch umgebracht, glaube ich. Die Madison kann in diesen Brand, während sie beim Killer reingeht, sterben. Also die Figuren können auch während der Story sterben. Es kann schlechte Enten geben. Wenn ihr der Madison nicht verzeiht, dann ist man am Ende zum Beispiel alleine und hat nicht die dabei. Man kann auch machen, dass der Origami-Killer noch lebt und weitermorden kann. Also es gibt sauvie Enten, sauviele Enten, die es gibt und Möglichkeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare weitere Games, die wir durchspielen sollen und was ihr für ein Ende hattet und wie es euch gefallen hat. Und ade mit E. Marché. Evangelium